einen wunderschönen guten abend so ich hoffe mein mikrofon funktioniert und man kann nicht für mich vernünftig hören denn ich habe mein streamdeck fertig eingerichtet und ja ich weiß nicht ob alles einwandfrei funktioniert deswegen auch heute mal wieder die typischen blicke nach hinten zu meinem rechner aber ja vorgestern noch drüber kurz im chat gesprochen dass wir vielleicht einen amd ryzen hackintosh basteln könnten wenn die hardware vorhanden wäre und plump auf einmal habe ich hardware ja ich hatte heute ein deal angeboten gekriegt der zu gut zum wahrsein ist und deswegen haben wir jetzt hier gebrauchte hardware aber neuwertig original verpackt ja und ein kleines nebenprojekt wer im forum schon natürlich gelesen hat wir werden auch heute noch versuchen ein laptop zu retten in dem fall ist es tatsächlich auch kein hackintosh sondern der laptop meiner mutter der heute morgen kurzfristig mit kaffee getränkt worden ist und seitdem mich merken geht und ich habe schon noch aufgemacht soweit habe ich leider schon vorgearbeitet und ja ist halt doch einiges rausgekommen aber er steht jetzt aktuell ohne batterie ohne alles dahin und hoffe dass er jetzt ein bisschen vorgetrocknet ist damit dass wir nachher noch reinigen müssen und dass ich ihn vielleicht wieder an sehen bringen kann denn meine mutter braucht diesen laptop direkt für die arbeit solange er hier ist wird bestimmt auch mal der ein oder andere versuch damit gestartet ein clover oder open core hackintosh stick zu starten denn das ding ist relativ cool da es ein lenovo yoga ist erstmal hallo an alle natürlich apfelbaumpizza sehe ich da dr stein und ihr diskutiert schon der 50 euro deal naja es wurden jetzt am ende doch ein bisschen mehr als 50 euro aber um kurz zu erklären ja den rechner habe ich vor knapp anderthalb jahren gebaut und er ist in teilen wieder bei mir er kam vorhin komplett an aber ich habe natürlich alles wieder schön verpackt und sauber gemacht und zurückgesetzt und hast nicht gesehen und ja wie gesagt ich möchte keine genauen zahlen nennen denn sonst werde ich dafür wahrscheinlich getötet denn ich habe viel zu wenig dafür bezahlt und die grunde werde ich auch nicht erklären wieso ich nur dafür so wenig zahlen musste das bitte vorab dass hier so steht dass ich da auf die frage nicht eingehen werde apfelbaumpizza im reisbacke trocknet nein also tatsächlich nur aufgemacht das problem war dass das nicht nur kaffee sondern kaffee mit ganz viel zucker war weil meine mutter meint sie wäre so eine zuckersüße ja ich habe mir jetzt erstmal eine luft trocknen lassen damit wir nachher vielleicht mit alkohol vernünftig reinigen können meine idee war im notfall das ganze halt auch wenn er nach dem säubern von hier nicht passt dass ich ihn heute noch mal in die war in die war spülmaschine tun werde und hoffen werde dass es vielleicht danach geht wenn nicht dann muss ich diesen laptop leider abschreiben aber da kommen wir einfach später zu ich denke mal das wird so das endthema sein auch wenn es auch bestimmt zwei drei stunden dauern wird ihr könnt euch heute auf jeden fall auf einen super langen stream freuen weil wir haben einiges zu tun wir wollen den amd heckentosch natürlich einmal zusammenbauen testen und ich hatte mir gedacht ihr seht gleich welche hardware hier liegt außer ihr habt schon vorhin geschmuggelt und geguckt aber vielleicht auch attacken das heißt wir werden unter umständen hier noch heute kein amd drauf sehen vor allem weil ich da gerne auch amd spezi mit im voice oder cam chat haben möchte und das wäre natürlich geil aber wir würden heute auf jeden fall das ding zusammenbauen testen jedenfalls vielleicht ein bisschen attacken mal gucken was wir an leisten rauskriegen und dann würden wir zu den laptop wechseln so der dr stein schreibt der bart ist war noch nicht so als ich den stream von heute nachgewogen habe sorry dass ich ein bisschen langsam lese der chat ist da hinten und ich habe keine brille ich bin gerade tatsächlich zu faul die brille rauszuholen und deswegen wird das heute so ein bisschen cheater sein ja der bart ist ab das leider aus gesundheitlichen gründen möchte ich aber auch nicht darauf eingehen ist dann doch ein bisschen was privater aber der wird nächste nächste woche wird er wieder da sind keine sorge guten abend leute niederlade grüßt euch ja dann grüßt dich das rheinland doch mal zurück ja könnt ihr mir mal sagen wie ist denn hier der sound vom mikrofon denn ich habe tatsächlich jetzt ein neues geld und so da drauf und ich habe kein test stream oder ähnliches macht das heißt ich weiß gar nicht wie das ding gerade klingt das wäre mal cool zu wissen dafür dürftet ihr heute nicht mehr allzu viele nebengeräusche haben das ist doch auch mal gut danke für eurem pizza der sound ist gut da freue ich mich so ich sehe schon wir haben schon die ersten neuen follower an nuschka danke für den follower kommt tablo hi sound ist gut danke ja ich würde das sagen wir wechseln mal zu der schönen kamera hier oben das müsste die hier sein genau und gucken uns einfach mal an was wir hier liegen haben fangen wir natürlich mit dem herzstück hier an der ryzen 5 in der 2400 g ausführung ich weiß leider nicht ob man es lesen kann wir können aber und das ist auch wieder was neues was ich organisiert habe ihr merkt ich baue mein stream setup hier massiv aus ich wechsele mal hier die kamera und ha 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 und ihr burn follow danke so und zwar da ich habe eine handycam so und zwar hier haben wir den ryzen 5 2400 g mit radeon x weder grafix ich weiß dass wir leider die on board karte nicht ans laufen bekommen werden definitiv cool wärs base clock 3,6 gigahertz turbo 3,9 und vielleicht kriegen wir auf dem 4 4,5 und da kommt das ganze ins spiel dass wir nicht den boxe kühler nutzen müssen sondern weil ich sie noch aktuell überhabe da kommt gleich zu eine schöne aio von cooler master design on 240v ist definitiv eher eine aio aus dem lauend bereich für 50 euro hat aber mit meinem core i7 8700k mit flüssig metall einen geilen overclock von stabilen 5,2 gigahertz geschafft und das auch relativ kühl ich habe hier noch einen einsamen venti liegen der wurde mir mal von unseren lieben dsm2 gesponsort den werden wir definitiv denke ich heute noch brauchen denn hier sind nur zwei drin und die zwei sind auch schon nicht mehr die originalen die ihr hier auf dem bild seht sondern billig sharkoon lüfter die aus irgendeinem gehäuse übergeblieben sind dann haben wir damit hacken tosch top ich wird auf die schnelle leider nur ein nvidia geforce gt 730 mit 2 gigabyte und ganz besonders peace express 8x ja sie ist kepler basierend somit wird sie definitiv laufen aber das soll natürlich nur amfang sein wenn die finanzielle mittel ist zulassen würde ich das ganze natürlich aufrüsten denn dieser amd hecken tosch wird definitiv hier bleiben und auch ein teil des twitch kanals werden für regelmäßigen amd content das ganze wird mit auch von kühlermaster dem master art 650 gespeist leider eine bronze variante ich lege eigentlich sehr viel wert drauf netzteile zu nehmen die gold oder platinum zertifiziert sind aber das war nun dabei und der deal war zu gut wie ich sagte und dementsprechend wird das natürlich auch benutzt wenigstens ist es ein wenig modular nicht groß aber etwas und es ist schwer so jetzt kommen wir schon zu den kleineren sachen ssd nwmi 500 gigabyte crucial kann man nichts mit falsch machen vernünftige marke einige davon im betrieb 500 gig dazu 16 gigabyte arbeitsspeicher und was schreibt denn so der chat sound ist jetzt besser als beim letzten jahr super nightstrom hi ja rip draws von g skill 16 gigabyte cl 16 in der normal edition das heißt ihr seht hier unten ein intel sticker es gibt diese auch noch mal genauso in der amd variante die sind ein bisschen was schneller von den timings mit cl 14 wenn ich mich recht erinnere und garantieren eine bessere kompatibilität ich habe aber nie probleme auch die normalen zu nutzen um genau zu sein sind sie wird ja wie oder 5 wie auch immer dann das herzstück das gute gigabyte aus b 450 aus m das ist ja so in der kategorie wenn ich mich recht entsinne so mehr oder weniger mit unserer standard mainboard ich habe es jetzt auch schon ein paar mal bei freunden verbaut für gaming pcs ich bin aber leider tatsächlich oder das ist eine bots die mich von gigabyte weggebracht haben weil ich das uefi einfach grottig mit also finde aber ja da werden wir gleich alles drauf bauen ich wechsle mal wieder zur overhead cam damit das ganze nicht so wackelt oh gott das handy was die floating kamera macht erst mal kabel hier verlegen wird ganz schön heiß bei der ganzen geschichte das ist weh jetzt ist es auch noch abgestimmt ja doch nicht da geht es okay so machen wir mal so dann könnt ihr meine hässliche fresse auch mal wieder sehen der apfelbaumpizza schreibt achso ram richtig einsetzen wegen gegebenenfalls dual channel ja genau ganz rechts und den rechtesten aus der beziehungsweise dann den linken aus der mitte und der oder die viserion schreibe guten armen zusammen herzlich willkommen viserion so ja dann habe ich euch noch gar nicht das case gezeigt lasst du das einfach als überraschung ist ich sag mal so wer auf der hackcon war und meinen rechner gesehen hat der weiß welches case jetzt gleich kommt denn es ist das weil auch das natürlich überall ist also ihr seht das theme hier ist gebrauchteile und ja ihr könnt ihr einfach mal hier ideen nachher im thread lassen welche grafik hatte wir am ende hier reinpacken sollen ich hätte irgendwie lust versuchen amd rx5 60 zu bekommen in der 4 oder 8g variante vorzugsweise 8 denn ja wieso nicht ich denke die wäre ein top top kompliziert würde gut zu den setup passen ich kann heute nicht mehr sprechen ich weiß nicht was das ist es ist noch früh und ende bei mir so kenya walker hallo zusammen tone bild sind prima grüße aus mülheim cool da bist du ja fast bei mir umelke der contablo fragt ist entweder kepler noch zukunftssicher ich könnte mir vorstellen dass er die kepler treiber bald entfernt ich auch ich denke mal mit os x 10 16 wird ende sein würde mich persönlich jetzt nicht wundern denn wenn man überlegt wie problematisch die 6 60 karten im hacken torspreis und auch sogar im original mac teilweise aktuell probleme machen ich denke mal die sind ende dieses jahres aus deswegen hier definitiv nur für übergang dass wir bild haben dass wenn wir mac os x aufsetzen natürlich dementsprechend auch grafik beschleunigt haben ich würde mich natürlich persönlich eigentlich am meisten freuen wenn vielleicht irgendein findiger programmierer kommen würde oder treiber hacker oder modder oder was auch immer und die ex vega chips anzulaufen kriegen würde jetzt glaube ich eine ex vega 11 drin welche jetzt auch nicht gerade so schlecht ist ich weiß dass der vorbesitzer dieses gerätes definitiv gta hier drauf gezockt hat und zwar gta 5 und das wohl auch ohne frame einbrüche aber egal wir haben hier unsere schöne multimedia office karte die wird es auf jeden fall für die nächsten wochen tun bis vielleicht uns eine rx karte der 500er serie in die finger fällt ja vielleicht auch eine radeon 7 oder sonstiges aber ich glaube die würde ich dann eher in den hecken tosch da hinten tun und dann würde ich da die rx 180 rausholen also wenn der was spenden möchte an hardware ihr könnt mir gerne natürlich im forum eine pn schreibe ich nehme das gerne an gut ich würde sagen fangen wir an mit dem auspacken und da ist natürlich die frage wo fangen wir an ich würde sagen beim mainboard das macht am meisten sinn ich habe mir heute tatsächlich sogar extra schon einen tisch hier dazu gestellt um einfach zu hoffen dass ich hier genügend platz habe und wenn ich euch irgendwas zeigen soll also wenn ihr irgendwelche fragen habe oder was genau sehen wollt sagt mir bescheid dann kann ich gerne jederzeit wieder zu der wackelkamera wechseln und dann zeige ich es auch gerne natürlich auch im close up so kontablo hat mir vor ein paar wochen erst die gt 710 geholt weil mein mainboard kaum moderne gpus unterstützt okay was für mainboard hast du oder auf welcher plattform bist du dass du probleme mit neuen grafikkarten hast nightstorm mein sohn zockt auf der cpu unter windows fortnite in full rd genau das ist das ebenteil also was was amd wirklich super kann ist diese rpu geschichte die kleine ebenteil für preis leistungsverhältnis echt geile grafikkarten rein und wenn man eben schnell genügend ram rein macht und den genügend ram zuweist oder der ram auch ein gutes timing hat dann sind die dinger im für den preisbereich und stark weil ich glaube die die cpu selbst hat als ich sie gekauft habe 100 euro gekostet ich kann gerne mal nachgucken ich kann es euch werdet euch nicht zahlen können weil es ja mein persönlicher einkaufswagen ist aber wir können mal gucken was das ganze hätte im original gekostet wenn jetzt ihr mir ein paar sekunden zeit gibt weil ich mich nämlich dafür bei meinen händler anmelden muss und auf diesem laptop habe ich mein passwort manager nicht drauf das heißt es wird ganz kurz kleines gerate geben so okay das war schon mal falsch oh zweiter versuch und das ist richtig cool okay dann gucken wir mal an ich weiß noch in etwa wann ich den gekauft habe also diese cpu hat damals 109 euro gekostet die ssd hat neu 64 gigabyte 64 gigabyte gekostet cool 64 euro gekostet das netzteil hat 63 euro gekostet das mainbaut 78 der arbeitsspeicher 72 alles andere ist von mir gekommen wie gesagt die wasserkühlung kostet im original um die 50 60 euro ich glaube die geforce nvidia ja geforce nvidia geforce 730 ist auch um die 80 euro oder so und ja das gehäuse was wir gleich nutzen werden war auch im 50 euro bereich also es ist tatsächlich auch low budget rechner könnte man sagen so roy jones official namen zusammen haben dir so contabo ms medion oma ok wahrscheinlich auch peace express 1.0 problematik avion pizza contabo mainbob pizza case zu kurz nein geht sich um die firmware auf der gpu legacy ach die pro ja stimmt medion hat natürlich in seinen biosen ganz schön rumgefuchtet canyonwalker was für eine kamera und mic nutzt du für die aufnahme genaue typen bezeichnung und der preis wäre super ok die kamera hier oben ist ein samsung galaxy s 8 plus eins meiner ausrangierten handys die fliegende kamera ist mein diensthandy ein iphone 6s das mikrofon ist ein jeti blue snowball in weiß mit 18 euro mikrofonarm pop schutz die kamera ist ein ganz alter jvc camcoder der sogar nicht mal zu full hd oder hd ready per hdmi ausgibt an einer china usb 3.0 capture karte angeschlossen den haupt rechner greife ich ab per hdmi an einer alten first gen elgato game capture was haben wir noch mein xo 40 pack ich in obs per ndi ab und ein stream deck habe ich auch nicht ich nutze dafür mein tablet bei eins meiner tablets mit wie heißt es deck board glaube ich heißt die software die dann genau die gleiche funktionalität wie ein streamback hat aber nur drei euro kostet und hier oben hängt einfach mein aktuelles ipad wo der chat offen ist ich hoffe dass es wurde jetzt schon ein paar mal gefragt wie mein streaming setup ist ich kann gerne wenn es euch interessiert auf dem youtube channel ein genaues video darüber machen wie ich das hier aufgebaut habe und dann können wir da auch mal ein bisschen tiefer das thema gehen aber ich denke das würde zu weit gehen sonst für heute so karacho moin moin karacho so was haben wir da konnte aber das uefi ist noch ist auch voll verpackt wenn die esp partition efi heißt denkt die efi shell dass der efi ordner einer teil ist oh sehr schön ok gut wir wollten ja anfangen zu bauen wir haben die richtige kamera an und ich sehe finde schon geil dass ihr hier eine aktive konversation habe ich lasse euch mal nebenher ein bisschen labern schreiben wie auch immer und wir fangen mal an das ganze hier irgendwie dieser kleinen ecke aufzubauen so wie gesagt ich habe heute alles original verpackt das heißt wir werden den vollen spaß haben und wir holen uns wenn ich es rausholen kann das mainboard raus und gucken mal was dabei ist die ganzen sticker habe ich auch noch die kleben leider auf dem gehäuse womit ich es mitgekriegt habe aber naja wir haben hier unser shield bei gigabyte wenigstens noch schön hier mit diesem shield padding und in schwarz das ist so eine sache die mich bei den asus boards massiv aufregt wenn ich mir über die prime boards fast das dreifache wie das hier kostet und dann einfach nur mit so flinsel ios shields mitkommen wir haben natürlich treiber und cd wer nutzt noch cds und ja wer ist hier nicht bei im original werden jetzt hier noch zwei sata kabel glaube ich dabei gewesen und wie gesagt der sticker ok wir haben hier schon direkt unsere test bench und wir packen mal das wort aus so kommen wir hier nochmal direkt wieder in den karton reinlegen und dann wollen wir noch mal uns das mainboard angucken dies ist für m atx etwas breiter als gewöhnlich finde ich jetzt persönlich nicht schlimm wir haben einen arm vier sockel die kühlung der vrms könnte etwas besser auf dem bord sein ist jetzt aber auch nicht katastrophal schlimm und vier rand bänke wir haben einen m.2 slot ich weiß gar nicht auf der rückseite haben wir keinen gut somit ist der natürlich mit der ssd die wir haben schon komplett ausgestattet und voll wir haben rgb support mit ihren mehreren zonen wir haben nämlich einmal hier ein cpu rgb header wir haben hier led für damit 12 volt und ich glaube irgendwo war hier sogar noch ein 5 volt led header da bin ich mir jetzt aber gerade auch nicht mehr ganz so sicher wir haben sechs sata slots meines ist nach alle von einem denselben chips satz und alle sechs gigabit kompatibel diverse fan headers und io mäßig sind wir mit diesem bord finde ich in dieser preiskategorie auch echt gut ausgerüstet wir haben sogar noch ps2 wir haben zwei usb 2.0 dv hdmi wir haben vier mal usb 3.0 und dann noch mal zweimal die roten sind auch usb 3.0 habe ich glaube von einem extra chips satz gigabit lan und 7.1 audio also egal ob in der windows linux oder mac usx welt ich denke hier ist man vernünftig ausgestattet wie sehr denn ich wollte erst mal meinen läppi zum mac machen habe dann auch doch windows 10 drauf machen lassen ach so ja klar da kann natürlich der globox aber trotzdem mal gucken vielleicht läuft es ja dann doch noch in der theorie müsstest du fast die gleiche efi nutzen können wie das sorgenkind für nachher ich weiß ja grob was sein laptop hat und das ist in dem effekt fast identisch wie das lenovo yoga was gerade da drüben liegt okay ja dann machen wir natürlich mal weiter wir haben hier unseren 16 gigabyte ram kit welches wir jetzt natürlich mal rein klicken und für alle die fragen ja ich trage tatsächlich ein antistatisches band unten am kniegelenk wenn ich kniegelenk am knöchelgelenk damit ich mich hier ein bisschen freier bewegen kann also ja ich bin tatsächlich geerdet und es ist nicht an meinen tischfuß angeschlossen sondern es geht hier rüber schräg zu der heizung also ja ich bin tatsächlich richtig geerdet ok ram ist bei amd und bei intel relativ identisch damit es im dual channel ist der die erste ram bank ist immer die komplett rechts außen und man sollte den ram auch mal richtig einsetzen dann passt das aus die zweite ram bank ist dann zwei nach links und schon laufen wir in dem primären dual channel hätten wir jetzt natürlich noch ein bisschen mehr arbeitsspeicher könnten wir den auch draufhauen und machen wir doch direkt weiter mit der cpu so wie gesagt alles original verpackt damit ihr die volle experience habt haben also hier oben die amd broschüre mit bei ich weiß gar nicht was das hier ist einfach nur werbung ok ich hatte gedacht da wäre vielleicht noch ein game key bei und wir haben hier unsere cpu auch schon und jetzt kommt die erste frage wo ich auch definitiv eine antwort von uns brauche von uns von euch brauche möchtet ihr dass wir erstmal mit den stock kühler arbeiten und gucken was wir mit den stock kühler erreichen können oder sollen wir direkt mit der wasserkühlung starten karo kommt drauf an was und läppi wenn ich das richtig im kopf hatte hat die viserion ein lenovo skylight laptop mit invidia grafikkarte die sich aber dann definitiv per ssdt deaktivieren lässt dr stein schön auch schön farblich markiert am mainboard da kann nix falsch gehen ja von tabo weiß zufällig jemand ob die ms gt 710 2 giga kepler eine wifi oder legacy karte ist sie hat tatsächlich ein efi gop also ein efi rompen und genau wir sehen ein lenovo gut wie gesagt ich brauche von euch die entscheidung starten wir erst mit einem block 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 boxe kühler oder möchtet ihr direkt mit der wasserkühlung starten und nicht gucken was wir mit dem boxe kühler machen können zwischenzeit tue ich mal die cpu schon mounten für alle die das noch nicht gemacht haben zum rück sehr einfach bei amd ein bisschen mehr aufpassen denn die pinne sind hier an der cpu und diese sind sehr gebrechlich man hat aber mal gucken ich weiß nicht ob ihr seht aber an einer ecke ist immer ein geugener fall der hat ein gegenstück auf dem mainboard hebel hoch cpu von selbst rein fallen lassen hebel runter cpu sitzt fest die boxe von amd sind ja nicht schlecht sollen besser als die von intel sein das ist tatsächlich wahr die haben ein bisschen mehr power sind wenn ich mich rechensende jedenfalls in der ersten generation damals von cooler master geliefert worden und hergestellt worden ich glaube das design produziert meine amd aber auch selber so immer noch keine entscheidung ob wir wasser oder luftkühlung starten sollen in der zwischenzeit hole ich schon mal meine wärmeleipaste weil die habe ich vergessen rauszuholen deswegen gebe ich euch mal ganz kurz den hier ich habe hier oben so ein schönes kästchen wo sehr sehr sachen drin liegen und eigentlich müsste hier auch da ist sie doch meine schöne mx hier von arctic liegen nur das beste für die rechner hier und dann gehen wir doch mal wieder hier drauf so backplate keine druckplatte bei kkk lüfter wie meinst du das ich verstehe dich gerade nicht ganz apfelbaum ok warten wir mal weiter ab wie ihr euch entscheidet ich hole ihn auf jeden fall mal schon mal aus vorsicht raus denn dann können wir nämlich den rest hier schon mal wegpacken so ups einmal darüber und bis ihr euch entschieden habt ob lüft oder wasserkühlung von anfang an dann bauen wir noch mal so lange die ssd ein nicht wirklich groß auch aber auf diesem board definitiv schon mal einen anderen schraubenzieher als ich ihn sonst brauchen werde denn die schrauben sind kleiner in dem fall von diesem mainboard ist sogar ein kühler hierbei was natürlich gut ist und den werden wir auch nutzen und das lustige ist ich habe damals als ich den zusammengebaut habe definitiv einen fehler gemacht denn wenn man so einen kühler nutzen möchte aber diesen sticker hier drauf lässt bringt das nicht viel in den seltensten fällen sind diese sticker auch wärmepads ich glaube samsung macht das mit der weiße wo der sticker aus dem äh light oder wärmeleitfähigem material besteht wir können hier aber den sticker mal anheben und uns mal gucken denn nvmi ssd ist umso kühler oder wir möchten halt am liebsten ihre ideal temperaturbereich haben wo sie dann am schnellsten arbeiten sollten sie zu warm werden werden sie langsamer das gleiche auch für zu kalt und irgendwie will ich gerade diesen sticker hier nicht erwischen können mach niemals das was ich jetzt mache so und hier ist es in dem fall definitiv nur ein normales sticker hier ist noch garantie drauf und jetzt nicht mehr so aber wieso äh muss man jetzt die karte machen weil die sonst eben halt wie gesagt die hitze nicht vernünftig transferieren jetzt habe ich aber den vorteil auf der rückseite wird zugleich nicht gekühlt und sind auch keines ähm chips drauf damit ich also immer weiß was das für eine ist mache ich mir hinten drauf und jetzt hat gleich auch der kühlkörper vernünftig kontakt mit diesen chips hier und was wir vorher dann gleich machen wenn ich es hier eingebaut habe weil ich sie jetzt da mit dem finger drum herum gepatschelt habe ist einmal mit isopropanol nochmal drüber gehen einfach nur damit sie fettfrei sind ups achja ich habe vergessen dieser schraubenzieher ist nicht magnetisch und ich ärgere mich denn von meinem iFixit Kit ist der Schraubenzieher weg inklusive dem Kreuzbit so ich hole uns hier mal isopropanol und ein Tuch bitte nicht trinken ist nicht wirklich gesund wenige tropfen reichen um euch ziemlich besoffen zu machen so äh 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 jetzt habe ich irgendwas verpasst ähm okay ich muss doch mal hoch scrollen äh achso da äh achso ich weiß worauf du hinaus willst kommt drauf an ähm ähm je nachdem wie dein Mainboard aufgebaut ist kann es sein dass die Karte trotz rückwärtskompatibilität des PC Express Standards trotzdem nicht anlaufen kann weil das Board den Init der Grafikkarte nicht verstehen kann ähm ähm so Apfelbaum Pizza achso bei den vorhandenen Luftkühlkörper eine Backplate vorhanden beziehungsweise nötig ist nein die original ähm Ryzen Kühler müssen nur hier an den Schrauben also AMD liefert immer noch das alte AM3 Bracket mit für rückwärtskompatibilität die muss man runterschrauben dann hat man ja eine Backplate und die wird auch für die AMD Kühler benutzt so und was haben wir denn hier noch äh Contabo schreibt Caracho egal irgendeine moderne Grafikkarte würde mich äh einfach interessieren da laut Medion dann eine GT710 auch nicht hätte laufen müssen äh die laufen alle mit Ilum WG nee Caracho hier meint er schon auf dem BIOS Level ähm Contabo wenn wir irgendwann mal wieder Stammtische machen und du dabei bist dann kannst du mich natürlich gerne erinnern dann bringe ich einfach mal testweise meine RX 580 mit aus meinem Rechner und dann können wir das gerne bei dir testen ich habe die ASUS 8 GB Variante die sich ja als äh sehr 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 kompatibel erwiesen hat die letzten Jahre so was haben wir denn hier für einen Controller wir haben einen Micro Semicontactor Controller mit Micron Chips auf einer Crucial SSD also gute Mittelklasse sollte nicht ganz so langsam sein nochmal kurz über die CPU drüber weil wir die ja auch angetatchet haben hier ist tatsächlich mal nix runtergekommen und wir packen auch direkt mal den Kühler drauf so und wer jetzt schreit wieso ich keine Wärmeleitpasse drauf mache wie ich sagte das ist doch ein Kühler da ist ein sogenanntes Wärmepad drauf was die Hitze entgegen nimmt jetzt bin ich verwirrt Caro das Problem bei seinem Medium PC ist oder wie bei vielen älteren Medium PCs dass das BIOS den Pre-Init der Grafikkarte nicht versteht wenn sie nicht den gleichen PC-Express Standard hat wie das Board selber heißt wenn ich jetzt eine PC-Express 3.0 Karte nehme wie zum Beispiel die RX 580 auf einen PC-Express 2.0 Slot stecke ist das grundsätzlich kein Problem denn die Karte tut beim ersten Initialisieren wenn sie keine Antwort gekriegt ein PC-Express 2.0 Initialisierung und danach eine PC-Express 1.0 Initialisierung rausschicken um sich dementsprechend auf den Standard einzustellen den das Board auch versteht wenn jetzt aber das Medium Board sagt ey du hast mir da jetzt was gesagt ich verstehe deine Sprache aber nicht dann sagt er okay ich deaktiviere den PC-Express Slot und dann kann die Karte auch generell nicht mehr kommunizieren und das könnte bei ihm der Fall sein oh ich rieche meine Nachbarn sind am Grillen das ist gemein so wir haben die SSD schon mal eingebaut und wir haben aber übrigens noch immer keine Antwort was die Luft oder Wasser genug angeht doch doch das war tatsächlich die Frage es ging ja darum dass bei ihm nur Karten mit Legacy ROM anscheinend zu funktionieren wenn von euch gleich keine Antwort kommt in Bezug auf Wasser oder Luftkühlung werde ich tatsächlich erstmal den Boxenkühler drauf machen denn ich persönlich bin wirklich neugierig zu sehen was der Boxenkühler mit übertakten kann ich erwarte nicht viel aber wenn wir 4,2 GHz stabil schaffen auf Luft wäre natürlich auf diesem Boxenkühler wäre schon cool der Dr. Stein schreibt meine Nachbarn sind auch am Grillen bei mir wohnen Italiener unten drunter und die können das anscheinend richtig gut ja bestimmt aber ich sag mal so ich bin auch ne deutsche Kartoffel und ich weiß dass ich auch gut kriegen kann nichts mit der Nationalität zu tun aber gut das ist ne Grundsatzgeschichte da müssen wir nicht drüber diskutieren Jungs Mädels ich brauch ne Antwort ich weiß dass ihr zuschaut ich weiß dass ihr zuhört ich seh euch 15 Stück an der Zahl sogar schon mal ein Isopropanol zu machen sonst bin ich gleich vom Geruch besoffen könnte natürlich ein lustiger Stream werden aber ich glaube das möchte sich keiner antun so wir haben auf jeden Fall schon RAM und CPU drinnen sowie die SSD der erste sagt halt nicht mal was im Lüfter haben wollen wir haben einen Boxelkühler ok der nächste Boxel damit der 3 Stunden wieder voll äh äh wieder voll werden ok achso die werden heute ohne Probleme voll macht ihr ja keine Sorgen wir werden heute bestimmt 4, 5, 6 Stunden streamen ich hab heute gut geschlafen ich hab Cola hier stehen ihr habt Kaffee heute wird was gehen wir haben Freitag ich muss morgen nicht arbeiten und wir sehen ihr Hören ich hab keine Ahnung das ist nicht schlimm der nächste sagt Boxelkühler ok dann werden wir heute definitiv erstmal mit einem Boxelkühler anfangen wir werden also den Arm 3 Halter demontieren und erstmal mit einem Boxelkühler gucken was wir rausholen können vor allem auch mal interessant zu wissen wie laut wird er dann denn die ähm Ryzen Prozessoren der dritten und fünften Nominierung also Ryzen 3 und Ryzen 5 kommen ja nur mit den ganz kleinen und beim Ryzen 7 ohne X kommt ja dann der große Dicke der Dicke Ryzen Prozessor also 7er und 9er X kommen ja dann mit dem sogar der Bund leuchten kann so wir haben diese zwei schönen Brackets ab ich empfehle euch wenn ihr euch einen AMD Rechner baut diese immer auf 7 inklusive Schrauben sollte irgendwas mal mit dem Board sein müssen die original Backplate mit diesen Haltungen wieder aufmontiert werden und äh sonst habt ihr keine oder kriegt ihr keine Garantieleistung gleich natürlich bei Intel diese kleine Plastikkappe über dem Pin muss auch dann wieder drauf gesetzt werden also auch immer gut aufheben so Karaho guck mal was Kontabo oben schreibt mit der RX äh Joppern Cola Bier Prost Karaho Gnudnam Joppern genau äh ja äh für Bier ist es noch ein bisschen zu früh auf dem Stream hehehe man sehe äh letztes Mal ach so erstmal hier die Wärmelerbpaste drauf kriegen Schöne große Typen auch mal so damit sich dann jeder beschweren kann was ich zu viel oder zu wenig Wärmelerbpaste drauf getan habe aber jeder hat da so seine eigene Methode und ich glaub geiles Tech Tipps oder Jays2Cents haben auf YouTube da mal ein relativ gutes Video gemacht mit Plexigrascheiben dass es zu viel nicht gibt nur zu wenig und ich gehöre zu der Sittung die die Wärmelerbpaste vom Lüfter zerdrücken lassen könnte natürlich jetzt auch hingehen Spachteln eben was verteilen aber vom Prinzip her bringt das genau das gleiche so so sieht der kleine AMD Lüfter aus der bei den Ryzen 5 Spy ist man sieht da ist nicht viel dran äh erinnert so ein bisschen an die äh Intel Foxwood Kühler bei den Celeron Prozessoren wir gucken mal wo ist denn der Anschluss der CPU Fan Anschluss ist hier wir können den Lüfter so oder so montieren ich persönlich finde es mit dem Kabel so schöner somit kommt das ganze Dingchen hier drauf und natürlich ich hasse diese Schrauben Federn immer schön über Kreuz gleichmäßig anziehen vorausgesetzt die Schrauben beißen dann auch das ist der Spaß mit diesen Federn dazwischen was sich gerade so gräußlich anhört aber aber so braucht man sich keine Sorgen machen dass man die Schrauben zu feste anzieht denn diese Federn sorgen dafür dass man immer den gleichen Anpressdruck hat und somit ist der Kühler in der Hinsicht zum Glück idiotensicher so letzte Schrauben richtig festzuziehen die Serien schreibt und alles sollte abgedeckt sein mit Paste oder nicht grundsätzlich ja aber dieser Klecks wurde jetzt gerade dadurch ich diesen Anpressdruck erzeugt habe von dem Kühler komplett über die CPU verteilt wir werden es nachher sehen wenn wir auf die Wasserkühlung wechseln dass sie richtig gut verteilt ist wichtig ist bei dieser Methode einfach nur dass man das ganze relativ mittig aufträgt so jetzt kommt direkt der erste Pad Peef auch wenn ich weiß dass wir diesen Kühler nachher runter nehmen werden ich kann nicht ohne Kabelmanagement und ich kann es nicht ab wenn ein Kabel da so rum hängt auch wenn dieser Aufbau definitiv noch nicht im Gehäuse stattfinden wird sondern erstmal nur auf dem Karton das Gehäuse kommt erst dann wenn wir die Wasserkühlung drauf machen weil dafür müssten wir sonst das ganze Mainboard wieder raus zauern und dann wechseln denn die Wasserkühlung hat eine eigene Backplate ist dementsprechend nicht mit dieser kompatibel so aber Ordnung geht vor und somit ist jetzt das Kabel hier schön in der Ecke zusammen ok Mixerkarton kann weg dann sind wir schon fast betriebsbereit würde ich sagen wir packen unsere schöne kleine Itzy Bitsi Grafikkarte drauf die wahrscheinlich nicht mal die Power der Onboard Karte hat aber das ist dann jetzt erstmal so Hauptsache wir können Mac OS nachher installieren und sie funktioniert und dann brauchen wir eigentlich jetzt nur noch Netzteil können das ganze anschließen und würden dann tatsächlich erstmal schon mal Vorsicht ich weiß falscher Channel dafür aber wir würden erstmal Windows installieren damit wir dann übertacken und benchmarken können ne Temperaturen etc so ähm ich denke dass der Zusammenbau der Hardware nicht wirklich herausfordernd ist der Spaß fängt mit der Installation an richtig Bonki Hallo an alle ich und dann der Japp Byrne wieder ich kenne da ein Forum wo der Kai Hilfe findet ähh ja ähm sag mal so wenn ihr da ich weiß gar nicht ist das die richtige ne auf der Seite ganz oben in der Ecke guckt da ist so ein Stream Power By mit einem komischen Logo und eine Internetadresse ich glaube da kriege ich bestimmte Hilfe mir wurde auch schon eine EFI zugesendet aber wie gesagt da wir heute auch ein bisschen gucken wollen mit Übertakten und das Prüfen eines Übertaktens finde ich persönlich geht besser unter Windows äh werden wir heute definitiv leider auch mal ein bisschen die blauen Fenster sehen ich musste leider zwischendurch mal trinken es tut mir leid dann für die Stille Apfelbaumpizza hm oder das Bios aktualisiert das Problem bei den Medium Biosner das sind zwar MSI Boards aber in seltenen Fällen ist das äh ein Board was es auch bei MSI normal gibt so dass man das Bios austauschen könnte man ist da leider auf die Gnade von Median angewiesen die dann das fahrgeschüttete BIOS-UIFI bereitstellen ähm ich empfehle immer wenn ich einen Median Rechner kriege der nur ansatzweise irgendwelche Mini Muppen mit dem Board macht sei es nur irgendwelche Inkompatibilitäten sofort das Board auszutauschen es ist halt einfach eine Kretze in meiner IT Laufbahn sind mir so viele von diesen Dingern vor allem als ich noch meinen PC laden hatte über äh nein ich will nicht drüber nachdenken das ist einfach nur ein Krampf achso Apfelbaum meint das Gigabyte ja ich denke mal hier werden wir ähm ich weiß nicht welche als ich ihn gebaut habe habe ich das Bios auf die aktuellste Version gebracht das ist wie gesagt ein Jahr her in der AMD Welt ist es sowieso immer sehr wichtig zu gucken dass das Bios aktuell bleibt da äh mit den Bios Updates äh meist auch wirklich noch mit Performance Plus für die CPU kommen und das meist ich gerade wenig Lauf nie Ryzen ohne Kernepatch das wird witzig und genau das ist das wieso ich äh heute noch ein bisschen vorsichtig bin ein Hackentosh rauszumachen denn das letzte Mal wo ich ein AMD Hackentosh gemacht habe da war ein AMD Adon X2 noch aktuell und 10.5 und 10.6 also bin ich da so ein bisschen ah ich habe heute eine EFI bekommen mit der ich es unter Umständen vielleicht heute Abend oder heute Nacht irgendwann mal ausprobieren werde mit dem wie wo wann wahrscheinlich vielleicht mal wenn wir hier dann noch gleichzeitig am Laptop rumbasteln und ähm ja einfach mal gucken was passiert aber mein Wunsch und Ziel wäre dass wir vielleicht jemand aus dem Forum mit hier im Stream reinbekommen der sich mit der AMD Plattform bestens auskennt und mit mir dann zusammen vielleicht das ganze hier durch installiert und euch auch vielleicht besser auf eure Fragen eingehen kann denn da bin ich heute definitiv der Fallchip Ansprechpartner äh außer was die Hardware angeht weil das ist mein Beruf so ich muss mal ganz kurz was gucken ähm ich krieg mal ganz kurz den Pausestream weil ich muss mal kurz mich um eine Sache kurz kümmern der GeForce schreibt guten Abend Kai guten Abend GeForce ja ich mute mich mal und mach mal kurz den Pausestream ich bin in 30-40 Sekunden wieder da ich kenne mich mal auf jetzt ich bin in 30-50 Sekunden ja ich bin in 30-50 Sekunden ich bin in 30-50 Sekunden in 30-50 Sekunden Pardon ich bin hier in 30-80 Sekunden ich bin in 30-60 Sekunden So, da bin ich schon wieder. Sorry für die kurzen Unterbrechung, das wird wahrscheinlich auch drei, viermal noch passieren. Denn wir werden unter Umständen vielleicht doch heute noch einen Gast haben. Das heißt, wir werden nicht nur meine hässliche, grauenhafte Stimme ertragen müssen, sondern auch vielleicht noch eine andere. So, wir holen uns jetzt mal das Netzteil, denn ohne Strom kommen wir natürlich nicht weit. Egal, ob man in der Windows- oder Hackentosh-Welt. GeForce, Sie hören ströhe Geräusche von einem der WC-Spülungen im Hintergrund. Ich hoffe nicht. Also ich war jetzt tatsächlich nicht auf der Toilette, sondern habe nur jemanden geantwortet. Aber, ja, man sieht sogar gerade an der Seite, ich sollte das vielleicht mal anders sehen, wo ihr das nicht sehen könnt. Ich hoffe, man hat da jetzt nichts Persönliches lesen können. Ja, den Batzen Wärme zum Glück nicht brauchen, weil hier ist Grafikkarten, Strom und SATA und so bei. Aufgrund des Aufbaus, dass wir ja ein MWM-SSD haben, die noch schön, wie ich gerade sehe, von der Grafikkarte überblockt wird. Wir benötigen tatsächlich nur das Netzteil mit den Standardanschlüssen für Mainboard und CPU. Und das war es schon. Also was Kabelmanagement angeht, sollte das nachher ein sehr angenehmes Ding werden. Aber für die, die unbedingt Speicher in den Rechner haben wollen und vielleicht noch ein paar MacOS Raid oder Geschichten sehen wollen, Spaß rein, wie uns vielleicht auch behakt, hätte ich notfalls auch noch ein paar Festplatten, die wir dazu packen könnten. Es sind zwar nur 320 Gigplatten, aber für Rumspielen, Rumtesten reicht das alle Male. So, wir tun mal die Kabel erstmal wieder weg. Und dann lernt der Karton auch fliegen. Keine Sorge, da ist die Couch. Und dann können wir eigentlich jetzt hier schon uns das Ganze mal so hinhauen. Hier Strom drauf kommt. Und da hinten Strom drauf kommt. Und für die, die sich fragen, ob das so gesund ist, dass wir das auf dem Karton machen. Ja, ist es. Da kann nichts passieren, da kann kein Kurzschluss existieren. Oder ähnliches, denn Pappe leitet. Unten liegt erstmal kein Strom. Und das ist eine perfekte Testbench für den ersten Start. Ich empfehle grundsätzlich, wenn man einen Rechner neu baut, seien es frisch gekaufte Teile. Dass man es sowas immer erstmal so macht, seine Hardware testet. Und falls das kaputt ist, kann man es nämlich dann Dreh schnell umtauschen. Man muss es nicht mehr rein und raus bauen. Und man weiß definitiv vorhin einfach schon, dass alles funktioniert. So, wer schreibt was? Apfelbaumpizza. Vielleicht rennen im Hintergrund ja Fellnasen oder Einhörner rum, die wir momentan noch nicht sehen oder hören können. Leider nicht. Ich wünschte, wenn ich Fellnasen hätte, und zwar die kleinen Vierbeine mit einem langen Schwanz und ihren eigenen Gedächtnissen oder auch gerne Katzen genannt. Aber gut, das bleibt wahrscheinlich für die nächsten Wochen, Monate und vielleicht auch noch das nächste Jahr ein Traum. Ich bin selber Katzenmensch, aufgewachsen mit Katzen und jetzt in der Wohnung. Das erste Mal seit vielen Jahren alleine und keine Tiere ist dann doch schon etwas zu ruhig. Ray Jones Official. Ich habe 2013 auch mit einem AMD-System angefangen. Ohne gepatchten Körner ging da gar nichts. Raum bin ich auch auf Intel gewechselt. Mein System ist aber jetzt auch schon sechs Jahre alt. Ja, also bei mir war das neben den originalen Mac-Minis, die ihr ja auch schon im Stream der letzten Tage gesehen habt, so dass nach meinem Pentium 4 HT Hackintosh damals ein, wie gesagt, der AMD Adlon X2 kam. Ähm, und ja, das war mehr Krampf als alles andere. Das war ja, wie gesagt, noch zu der frühen Hackintosh-Zeit. Also, ich weiß gar nicht, 2008, 2009 rum. Vielleicht auch 10, weiß ich schon gar nicht mehr. Ne, aber früher, ja, 8, 9, irgendwie so um den Dreh. Auch zum Glück nur kurz, aber ja, schon etwas länger her. Und, ähm, jetzt hat sich ja viel da in der Hinsicht getan. Soweit ich das weiß, braucht man ja auch keinen gepatchten Körner mehr, sondern nur noch eine spezielle Config-P-List, wo diverse Patches drin sind. Ähm, deswegen ist das für mich auch sehr interessant, grundsätzlich diesen Hackintosh mal zu bauen. Das Thema interessiert mich schon seitdem Ryzen auf dem Markt ist tatsächlich. Aber wie gesagt, bisher hat er sich noch nicht die Gegebenheit oder die Chance gegeben, das mal zu testen. Gut, so, wir haben jetzt unser System hier. Jetzt steht da natürlich ein bisschen ungünstig, deswegen müssen wir jetzt hier mal so ein bisschen umräumen. Ich hole mal meine Maus und Tastatur hier vor. Und wir brauchen einen Stromkabel. Ich habe hier so einen schönen Trick, falls ihr euch auch mal so eine Ecke aufbauen möchtet. Ich habe hier einfach an den Kabeln Kleppband dran gemacht und an der Tisch-Ecke, zwischen Wand und Tisch, habe ich dann die andere Seite dran gemacht. Und jetzt habe ich da halt die gängigen Kabel, die man mal so braucht und kann die mir so wegreißen. Das ist relativ cool. So, das Netzteil machen wir erstmal noch aus. Dann brauchen wir ein Netzwerk. Dann brauchen wir HDMI. Und dann brauchen wir natürlich auch Maus und Tastatur. So zwei hübschen hier. Und dann werden wir jetzt mal die Testbench, oder diesen Karton, nach hinten schieben. Ich weiß, ihr seht den wahrscheinlich jetzt nicht mehr so sehr. Und das Netzteil auch. Dafür holen wir uns die Maus und Tastatur nach vorne. Und haben jetzt einen fliegenden Aufbau. Und jetzt ist natürlich die Frage für manche, wie kriegt man die Dinge überhaupt noch an. Wir schießen ihn kurz. Wir suchen den Pin, der hier in diesem Fall PW heißt. Ich weiß, das ist der hier. Und schießen wir dann kurz für ein paar Sekunden mit diesem Schraubenzieher kurz. Wir wechseln jetzt mal auch dann direkt auf diese Szene. Und ihr solltet jetzt theoretisch da noch die Download-Kamera sehen. Ja, obwohl wir können es auch tatsächlich so machen, denn allzu viel interessant ist da nicht. Nein, ich meine eigentlich die hier. Entschuldigung. Neu angeordnet. Ich finde wieder blind nichts. Ja, passt. Okay, ich mache ihn mal an. Wir gehen einfach mal straight ins BIOS. Und er lebt. Zeige ich nochmal kurz. Ihr seht auch hier unten eine schöne kleine rote LED vielleicht im Stream. Und ja. Noch sehe ich keine blaue Lampe an meinem Monitor. Ihr habt ihn vorhin noch getestet. Das hört sich von Ray Jones Official. Das hört sich sehr interessant an und macht die Ryzen Formid zu einer ernsthaften Konkurrenten für Inter... Definitiv. Definitiv. So, jetzt fängt das Schwitzen an. Ich habe den, wie gesagt, vorhin noch getestet. Wir kriegen kein Bild mehr. Wir machen mal das Ganze wieder aus. Ich ziehe den nochmal nach vorne. Und wechsle nochmal auf die Kamera. Und ja. Was kann man jetzt natürlich troubleshoot mäßig erstmal machen? Zuerst nehme ich die Grafikkarte runter. Und stecke den HDMI-Mail-Onboard rein. Wir können ja mal kurz den hier machen. Machen wir den Netzteil wieder an. Machen wir den Rechner nochmal an. Wir sehen, der CPU-Lüfter läuft. Die LEDs blinken hier unten. Aber ich kriege kein Bild. Ah, er tut noch was. Okay, er wird immer langsamer. Schneller, langsamer. So. VGA. CPU. DRAM. Boot. Nee, dann geht er wieder zurück auf VGA. Wir haben hier unten so ein paar Debug-LEDs. Ah, jetzt kommt er. Ah. Ah. Er lebt noch. Panik-Moment. So. Was für eine Capture-Karte nutze ich? Der PC wird mit einem alten Elgato-Game-Capture der ersten Generation leider noch abgegriffen. Also da hoffe ich bald irgendwann mal was Neues holen zu können. So. Mein Ryzen 3009X läuft jetzt seit letztem September ohne Probleme. Anfangs noch mit Clover. Jetzt mit Open Core. Daher hier die Patches nun noch aktualisiert werden müssen. Cool. Dr. Stein. Dauert manchmal einfach einen Moment. Ja, wie gesagt. Diesmal war es etwas ungewöhnlich. Weil ich habe ja da was vorbereitet. Ich habe vorhin eigentlich schon geguckt. Und dass im Bayeus die Karte aktiv ist. Und der auch definitiv da was ausgibt. Und der hat jetzt einfach viel zu lange gerade gebraucht als wie vorhin. Deswegen war ich da gerade so ein bisschen nervös. Ja gut. Da das jetzt erstmal funktioniert. Machen wir das Ganze aus. Ich sehe gerade. Das Netzteil hat einen Fan-Stop. Cool. Dreht also nur, wenn es warm wird. So. Ich trinke mal kurz ein Schlückchen. Und nicht wie meine Mutter. Ihren Kaffee direkt neben Laptop-Ständen. Die wieder umkippt. Ja, ich mein Trinken. Schön weit weg. Wir ziehen den HDMI-Stecker nochmal raus. Stecken die Nvidia-Karte drauf. Machen das Netzteil wieder an. Machen den Rechner an. Und hoffen, dass wir ein Bild kriegen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall grundsätzlich bei mir als Bild kommt. Ein bisschen länger dauert auf meinem Monitor. Weil zuerst richtig die Capture-Karte das Signal. Und dann mein Monitor. Da ist die Elgato Game Capture HD doch ein bisschen meh. Aber wie wir sehen, da ist direkt ein Bild. Und das läuft. At Nightstorm. Danke für die Info. Cool. Äh, ja. Gut. Wir schieben den hier mal wieder vorsichtig nach hier hinten. Ups. Da ist was passiert. Oh, okay. Alles gut. Ich habe das Gefühl, dass man ein HDMI-Capture unter dem Stand vielleicht kaputt sein könnte. Denn, äh, da flackert was, wenn ich was bewege. Okay. Ich würde sagen, wir wechseln einfach mal auf die hier. Dann haben wir den PC nämlich auch groß, oder? Was hast du? Was du nicht? Ja. Muss mal gucken. Das Tablet, was hier liegt, hat einer ein kaputtes Akku. Und verliert auch Ladung mit Ladegerät. Obwohl das Ladegerät definitiv stark genug ist. Aber gut. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Insofern muss ich halt nachher immer da rüber rutschen, um schnell die Szenen zu wechseln. Wir gehen natürlich jetzt zuerst einmal ins BIOS. Und, äh, gucken erstmal, ob es vielleicht eine aktuellere Version gibt. Genau. BIOS has been reset. Please reconfirm your BIOS that are items if needed. Okay. Dann gehen wir doch mal komplett durch. Hier wollen wir erstmal noch nichts ändern. Außer, dass, äh, der RAM A, hat er schon direkt erkannt, auf Profile 1 für XMP läuft. Dementsprechend laufen wir hier direkt schon mit 3200 MHz. Ich weiß, dass die RAMs definitiv einen leichten Overclock abkönnen. Das heißt, da werden wir natürlich nachher auch mal gucken, ob wir was machen können. Ähm, was haben wir denn hier? Das sieht soweit gut aus. Das ist uns jetzt erstmal alles egal. B-b-b-PC Express Slot-Konfiguration. Können wir hier auf Auto lassen. Auch jetzt nämlich so eine Sache, die für Contabo interessant wäre mit seinem MSI-Board. So ein Medium-Board, wenn es sowas hätte, könntest du natürlich jetzt sagen, hey, die Grafikkarte ist so und so eine Karte. Nimm das mal richtig an. Smart-Fan können wir jetzt erstmal noch getrost ignorieren, denn wir haben nur einen CPU-Fan dran, ähm, der eine sehr aggressive Kurve hat, wenn wir es uns angucken. Und ich kann auch schon aktiv gut hören. Ich werde irgendwann nachher mal, äh, für den Hörtest das Noise Gate an meinem Rechner deaktivieren, dann könnt ihr das auch hören, wie laut das Ganze ist. So, 1953, sind wir schon, wir sind schon fast eine Stunde online. Wo bleibt die Zeit? Ich dachte, wir sind irgendwie 20, 30 Minuten hier jetzt. Okay, 8.5. Passt das denn heute auch, oder hatten wir nicht den 9.? Okay, wir haben den 8. So, Englisch. Ich persönlich lasse es auf Englisch. Es gibt Leute, die machen aus Deutsch. BioState, wie ihr seht, ist vom 8.8.2018, also habe ich es damals doch nicht aktualisiert gehabt. Schande über meinen Kopf. Boot Options. Die SSD hat er schon erkannt, das ist schön. Wie gesagt, da ist kein Betriebssystem drauf. So, Boot NumLock State on. Wie gesagt, ist total egal. Security Options, äh, ist auch total egal. Fullscreen Logisch auch bin ich kein Fan von. Ich möchte gerne sehen beim Starten, was er macht. Fastboot genauso disabled. CSM. Wir müssen mal testen, ob die GT 730 von Asus ist, um die um genau zu sein, ein EFI GOP hat. Ich hoffe es. Und Network Stack für Network Boot können wir auch raus machen. Wobei ich da auch noch eine nette Twitch Session geplant habe. Für die, die sich interessieren, wie man Windows und auch in der Theorie vielleicht Mac OS X per Netzwerk Boot startet. Ähm, für die, die schon mal einen Essener Stammtisch besucht haben, kennen vielleicht schon diese Monsterität hier. Ich kann die mal kurz zeigen. Das ist unser Stammtisch Router. Das ist ein, ähm, Archer C7 mit, äh, Custom Firmware. Banana Pie, welcher als Nass fungiert. Und ein Raspberry Pie, welcher als Pie, äh, Piehole fungiert. Und zwei dicken, fetten 8-Port Zwitschen. Und den haben wir immer auf dem Stammtisch stehen. Für Internet. Und meine Idee war vielleicht auch, ein halt Netzwerk Bootstor zu machen, dass, äh, Leute dann schnell ein Linux aus dem Netzwerk booten können. Oder OpenCore oder halt auch, äh, Clover. Und vielleicht kann man hier auch irgendwie dann via PoE realisieren, dass da schon die Insta-Images drauf sind. Ähm, wenn da Interesse dran ist, würde ich das Thema irgendwann gerne natürlich auch im Stream aufgreifen. Und das wäre dann so ein typischer, ich sag jetzt mal, Art Wissenschafts- oder ist es überhaupt möglich, Stream? Äh, in der Theorie, ja, Praxis weiß ich nicht. Also, da kann man dann einfach mal rumprobieren. So, ne, wir gehen mal wieder hier zurück ins BIOS, Secure Boot, definitiv Disable. Äh, das auf Custom. Äh, wenn wir jetzt nur Windows installieren, würde ich Secure Boot auf Enabled stellen. Aber, das ist ja nicht hier der Fall. So, AMD CPU, FP, FTPM, äh, Firmware, ah, TPM-Chip. Okay, den machen wir natürlich aus. Wäre halt auch für die Security Options notwendig. Initial Display, äh, okay. Initial Display Output, ich kann heute nicht mehr sprechen, ist in jedem Fall tatsächlich Pisa Express, erster Slot. Das ist unsere 710. Wenn wir hier IGD auswählen, würde der Integrated Graphics nehmen. Lexi USB Support definitiv enabled, sonst könnten wir jetzt Maus der Saturn nicht nutzen. XHCI Handoff, EHCI Handoff, alles USB-Sachen können wir enabled lassen. Hot 6064-Mulationen ist Serial, machen wir natürlich aus. USB-Must-Storage-Device Support definitiv an. Damit können wir USB-Sticks und Booten nutzen. RGB Fusion, ja, das Board kann in allen Farben, soweit ich weiß, leuchten. Äh, ff. Yes, ihr seht mal die Kamera, die verkehrt herum ist. Dass ich die mal so, seht ihr halt hier so eine kleine rote Linie. Ich glaube, ey, mehr hatte das Board nicht. Also, diese ganze Option ist wirklich nur für diese kleine rote Linie, die hier an den Pisa Express Slots ist. Dementsprechend super uninteressant eigentlich. Aber naja, wir können es wie gesagt AMD getreu mal rot machen. Ich sehe gerade, der Chat ist ungewöhnlich ruhig. Sind wir noch live? Sind wir noch da? Seid ihr noch da? So, äh, ja, wir lassen uns mal auf rot. Ähm, was haben wir hier noch? LD in Sleep Animation. Aber wenn der Rechner aus ist, möchte ich auch, dass die LEDs aus sind. HD Audio Codec, klar, wir wollen die Ombuds-Soundkarte nutzen. Aber auch für 4G Decoding ist ganz wichtig, wenn ihr mehr als 4GB RAM habt, dass ihr die auch dementsprechend richtig adressiert. Crystal Computing, dementsprechend alles auf Disable, gehört zum Secure Boot und TPM-Chip. SuperIO Configuration, bitte alles für Mac OS X deaktivieren. Also Serial Parallel Ports, gibt es sonst Probleme. AMD C, B, S. Hier können wir On-Mass einstellen für die Zen-CPU. Da lassen wir erstmal die Finger noch von. Und hier sehen wir die Sachen für die Netzwerkkarte. Wir sehen schon mal, dass es eine Real-Tech-Netzwerk-Karte ist. Also werden wir definitiv auch die Real-Tech-Kacks brauchen. Chipsatz, IOMMU. IOMMU ist der Äquivalent zur Virtualisierung bei Intel. Integrated Graphics machen wir jetzt auf Disabled. Damit ist sie komplett aus und klaut sich auch keinen RAM mehr. Den SATA-Modus können wir hier auf AHCI lassen. NVMe Raid Mode können wir auf Disabled lassen. Wir haben sogar so nur eine NVMe SSD. Und auch nur Platz für eine NVMe SSD. Dann haben wir hier APU SATA Port Enabled. Das sind diese zwei Extra-Ports, weil die nicht direkt vom Chipsatz kommen. Hier lassen wir aber mal alle aktiviert und alle auf AHCI stehen. Power. Was soll passieren, wenn wir stärker ziehen, wenn wir reinstecken. Hier können wir eigentlich alles auf Standard lassen. Wir speichern das Ganze und sagen Yes. Und hoffen, dass wir ein Build bekommen. Wenn nicht, müssen wir definitiv den CSM-Support wieder aktivieren. Denn dann kann die Karte kein EFI oder U-EFI. Das Board geht gerade durch seine Umstellung durch. Die Klassatur leuchtet schon mal wieder. Und ich sehe eine blaue LED am Monitor. Das heißt, ihr solltet auch schon. Und ich sehe, wir haben einen neuen Abonnent. Lord Ryleaf. Danke für den Sub. Sorry, dass ich deinen Namen da so gebatschert habe. Wir gehen direkt wieder ins U-EFI rein, weil wir kein bootbares System haben. Da kommt hier schön meine Dose mit meinen USB-Sticks. Und jetzt muss ich mal gucken. Gut, dass ich meinen Laptop hier an der Seite habe. Welcher Stick ein Windows-Stick ist. Denn wenn wir benchmarken wollen, übertacken wollen, brauchen wir natürlich jetzt erstmal ein Windows-System. Das heißt, alle dürfen jetzt natürlich mal kotzen, weil wir kurz eine Windows-Installation durchrennen. Aber dank NVMe, das ist ja schon mal, das ist perfekt. Dank NVMe SSD sollte das mit USB 3.0 relativ zügig gehen. Das heißt, wir starten den Rechner neu. Und hoffen, ja da, Roy Jones Official ist schon dabei am kotzen. Ich verstehe dich. Aber wir werden es auch heute nur sehen. Und beim nächsten Streamen wird dieses Windows auch ganz schnell vernichtet. So, das sieht schon mal aus, als würde er in Legacy-Modus booten. Denn wir sehen den Bootstream von BIOS nicht, sondern das Windows-Logo. Und deswegen starten wir nochmal die ganze Geschichte neu. Irgendwo habe ich da was in BIOS übersehen. Auch mir sollte sowas mal passieren. So, das Ganze. Ich denke mal, unter Umständen hat es aber vielleicht damit zu tun, dass das BIOS... ...dem Boot-Screen nicht übergibt. Einfach nur für die Leute, die das nicht kennen. Bei UEFI-Mainbots ist das Ganze so. Wenn das BIOS ein Boot-Logo hat, in dem Fall meist das Hersteller-Logo, gibt das das Hersteller-Logo an das Windows-System weiter. Und das Hersteller-Logo anstelle des Windows-Logos wird angezeigt. Und so könnt ihr eigentlich auch relativ einfach herausfinden, dass ihr im richtigen System gebootet habt. Also über die UEFI und nicht über Legacy, denn Legacy kann das nicht. Ich teste das jetzt mal hingegen, indem ich halt die Full-Screen-Logo-Show wieder anmache. Ich glaube, es gibt sogar ohne Full-Screen sowieso nicht wirklich Informationen raus. Dementsprechend egal. So, dann wollen wir mal gucken. Ihr seht schon was. Und da ist auch das Logo. Okay, also war das einfach nur die Logo-Anzeige. Kann man jetzt also trotzdem hier mal will. Und wir gehen mal weiter. Jetzt installieren. Setup wird gestartet. Wir gehen natürlich jetzt kein Produkt-Key ein. Wir wollen natürlich die Pro-Edition haben. Wir gehen uns mit nichts weniger zufrieden. Ich weiß nicht, ob das Board in BIOS eine Lizenz hat. Es könnte sein, dass es mit einer verheiratet tatsächlich ist. Vom Vorbesitzer. Wenn ja, werde ich mich jetzt bedanken dafür. Wenn nicht, ist es auch egal. Denn man darf ja Windows offiziell 30 Tage kostenfrei nutzen. Plus minus Rearm. Aber okay. Wir wollen ja heute jetzt einfach nur ein bisschen benchmarken. Und halt übertakten. Und dafür ist das halt ideal. Ja, solange jetzt würde ich sagen, das Ganze am Installieren ist. Nehme ich nochmal einen Schluck. Prüfe was kurz nach. Und bin sofort wieder da. Okay. Dr. Dr. Vielen Dank. 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 Wer hier gerade nebenher auf die Windows-Maschine guckt, sieht, dass er die Netzwerkkarte noch nicht erkannt hat. Das ist tatsächlich normal. müsse nicht unbedingt komplett ausspioniert werden so okay ich lege auf jeden fall jetzt erstmal das Lenovo wieder weg denn es soll ja heute primär um unseren AMD Heckentosch gehen Dr. Scheinröfs das ist ja alles raus was keine Miete zahlt sagt man sonst so nein wir möchten keine anonymen Daten übertragen nein ich möchte keine Cortana ich möchte gar nichts von euch ich möchte eigentlich noch nichtmals euer System nutzen leider muss ich vor allem wenn wir streamen denn der Heckentosch da hinten läuft gerade Windows ach das ist leider der Nachteil Mac OS X und Hardware Beschleunung mit zwei Endgeräten ist ja so ein erstes mal so eine Sache und vor allem halt auch Treibersopfort für diverse Sachen vor allem Elgato Geräte oder auch Stream Deck Sachen geht alles leider unter Mac OS X nicht so wirklich deswegen es könnte aber schlimmer sein Hauptsache wir haben ein bisschen Unterhaltung und wir können ja hier in der Ecke wenigstens dann uns einen schönen Heckentosch bauen ja ich gehe ja gerade mal mit den Fingern die Grafikkarten und die CPU sind schon auf jeden Fall muckig warm und die SSD auch ach ja ich sollte vielleicht auch mal das hier machen damit wir dieses schöne hässliche Blau sehen ich kann euch aber schon mal so viel verraten wir werden definitiv nachher noch ein Gast hier drin haben und dann werden wir auch mal mit einer weiteren Stimme quatschen können so ich habe hier gerade eine Nachricht der mir gerade geschrieben hat dass eine Hälfte abgeschnitten ist nein das liegt nicht an der Kamera hier oben der Winkel endet tatsächlich da vorne also ich habe hier nicht viel Platz alles gut ich habe ja gerade wieder umgeschaltet wir sehen ja jetzt diese schönen ekelhaften blauen Fenster gucken wir mal in welcher Version in der aktuellen 20.004 gut dann müssen wir uns da schon mal nicht drum kümmern lassen und um Windows Updates erst laden müssen kann ja schon mal ja weiß das Signal jedenfalls bei mir ist es weg ich glaube wirklich mein HDMI Kabel hat eine andere Klatsche ich lege schon mal diesen ekelhaften Stick weg und wir gucken jetzt erst mal was uns für Treiber fehlen aber wir sehen hier auf jeden Fall schon mal ne AMD Ryzen 5 2416 GB RAM und äh scheinbar hab ich da oder ist hier ein Key im BIOS Mercer drin cool Windows for free ähm ja wir brauchen definitiv Grafikkartentreiber wir brauchen das ist interessant Netzwerk konnte nicht gestartet werden also hat er den Treiber ähm Kabel nochmal neu rein schön ja wir werden auf jeden Fall gleich ein bisschen auf Treibersuche gehen dürfen äh nur falls über den anderen Laptop und hier nach installieren ich äh hab mal im BIOS nicht dass wir irgendwo vorhin außerdem die Netzwerkkarte komplett deaktiviert haben ich meine aber gerade nicht ich meine dass ich ein bisschen aufgepasst habe Dr. Schein also das Bild was übertragen wird vom Bildschirm ist top ohne Unterbrechung ich weiß es ist das Kabel zwischen äh also das ganze ist so ange... ups da war ich zu langsam... so angeschlossen es geht ein HDMI Kabel zu einem Splitter der Splitter dann zum Monitor und zur Capture Card ähm und ich denke mal das Kabel ja ich weiß nicht irgendwas ist auf jeden Fall hier ein bisschen zickig so äh wir machen es mal schnell auf der sicheren Seite äh Anodate ich hab gerade wieder gebimmelt also sollte ich mal prüfen nicht dass unser Gast jetzt schon bereit ist äh äh Wiederherstellung äh erweiterter Start so dr. Schein nein es liegt nicht am iPhone es ist äh wie sagt der der Blickwinkel oder was meinst du jetzt gerade ach so jetzt nicht was du meinst lass mich das noch mal schnell hier gucken ups falsch falsch nöö das müsste äh tatsächlich bei dir sein dass die obere Hälfte abgeschnitten ist äh äh kurz für die die sich gerade fragen der Dr. Stein hat mir gerade Persönlichkeit was geschickt gehabt ich mach mal kurz so man hat sich gewundert wieso die obere Hälfte des Wildes abgeschnitten ist das hab ich jetzt gerade meine Szenen mal kurz kontrolliert äh ja das äh liegt wahrscheinlich an euren Endgeräten okay äh gehen wir mal wieder auf äh dieses Brechstück ähm und dann muss ich mal hier kurz antworten bisschen koordinieren damit wir nicht ganz alleine sind und dann kann das wieder beiseite so ach so das hat der Marcel geschickt nicht du ähm ja ja aber es wäre ja kein kein Stream wenn es keinen technischen Problem gibt also Problembehandlung erweiterter Option ich möchte ins BIOS danke das für übrigens netter Trick für die Windows Nutzer äh wenn das Board zu schnell im BIOS ist kommt man auch so gut da rein ähm gut so wo war das denn Network Stack ist äh eigentlich nur für ein Boot notwendig genau ähm dit 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 äh soweit ist hier aber sundern, Netzwerk karte ist aber alles richtig wir machen trotzdem mal den network stack an wie gesagt gigabyte ist ja also was das angeht ich habe eine perversion dagegen entwickelt aber das ist das board was wir jetzt haben ich habe es jetzt erstmal aktiviert und hoffe dass jetzt gleich die netzwerkkarte läuft so ok es kann sein dass bei deinem iphone das bild auf zoom ist das sollte man mit einem doppel tap wieder weg kriegen was er schreibt jetzt glaubt es hatte die ranzoom funktion okay gut so ein windows lockt ihnen für blinde und wir haben immer noch kein netzwerk das macht mir jetzt natürlich persönlich tatsächlich sorgen nicht dass wir defekte hardware hier auf einmal haben hätte jetzt nicht gedacht dass wir hier noch anfangen müssen mit mit windows treiber die bagging aber scheinbar gehört das heute dazu damit wir benchmarken können in dem sein hat nicht geholfen gut dann machen wir das ganze doch mal so ich setze mich mal kurz hier ohne dass ich meinen beistelltisch um räume um und wir machen mal das hier mit netzwerk hätte ich dich deinen win gefragt ob du mit der mit ob du ein microsoft konto erstellen lassen möchtest ja das weiß ich schon aber es war im tag gerade sehr komisch dass ich weiß dass eigentlich alles an diesem rechner funktioniert wir machen das aber jetzt ganz einfach ich denke ihr mein windows stick mal kurz an und aber das mal wieder zu das b 450 dann war es das b450m in der revision 1.0 in der revision 1.0 So, dann machen wir uns das ganz einfach, dann nutzen wir das aus, was wir nämlich immer schnell alles hier für runterladen. So, wir möchten alles für Windows 10 64-Bit, Reatech-Audiotreiber ist theoretisch egal. So, jetzt ist die Frage, was ist hier der Unterschied? Der ist so riesig, der ist von 2019, wir machen das anders. Bei Reatech machen wir Reatech-Audio und wir laden uns einfach die aktuellste Standard-Version von Reatech selber bei Computer-Base runter, in der Nicht-Nook-Variante. So, Nook-Kit, Nook-Kit, Ups, wir haben also hier so ein Chaos und diese Auflösung von diesem Laptop ist so niedrig, dass man keinen Überblick hat. So, also nochmal von vorne, das ist alles Nook, 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 Nook und nicht der Nook von Animal Crossing, sondern der Intel Nook, weil tatsächlich die Intel Nook andere Treiber brauchen. Und da ist der Standard-Treiber. So, wir nehmen Excel Windows 10 in 64-Bit und 200 noch was MB, das passt schon eher für einen Reatech-Treiber. So, Chipsatz. Haben die auch so Aspro-Alte da rumliegen? Also, amd.com. Guten Abend zusammen, Mocker! Hi! Willkommen im Stream! Ja, wir sind noch auf der Windows-Welt, leider. So, Treiber-Support, die haben auch schon wieder die Seite umgestaltet. Ich verstehe es nicht, wieso. Wir möchten Chipsatz, wir möchten AMD, wir möchten B450 und absenden. Und dann möchten wir natürlich den neuesten Treiber für Windows 10. Wir brauchen den AMD-Schipsatz-Treiber. Den Raid-Treiber brauchen wir nicht. So, was haben wir noch? Dann brauchen wir Nvidia. Ah, den lassen wir uns auch offen. Nvidia.com Denn auch unsere Grafikkarte möchte natürlich einen Treiber haben. Dann haben wir nicht mehr diesen blinden Bildschirm. Treiber. Ne, jetzt wird es witzig. Ich weiß gar nicht, ob Nvidia für die Grafikkarte noch Treiber sein. Witzig schon noch, aber werden wahrscheinlich alte Treiber sein. GeForce. Dann haben wir hier eine 700 Series. Eine 730. Für Windows 10, wir nehmen natürlich ein Game-Ready-Treiber. Wir wollen natürlich gleich höchste Performance in den Benchmarks erreichen. Wir brauchen aber Laden. Kein Sound, das ist richtig. Aber ich möchte einmal alle Treiber installieren, auch wenn sie nicht primär mit Benchmarks zu tun hätten. Da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn alle Treiber aktuell und sauber draus sind, erzieht man bessere Benchmark-Punkte teilweise, als wenn nicht Windows-Dinge. Da ist es halt Windows-Dummheit. So, LAN. Realtek LAN-Driver. Win 10 Version 1809 supported. Dann nehmen wir das doch mal. Es ist auf jeden Fall... Ja, es ist ein Realtek 8118 Gaming-Laden. Ist die überhaupt unter Mac OS X mit der 8111 kompatibel? Dr. Stein, im Moment tut der GPU ein Lüfter ganz gut für ein Benchmark. Könnte es ja einen ranstellen. Ja, wir... Ich haue hier gleich noch diesen Tisch, glaube ich, mit meinem Stuhl. Wir haben noch den. Wir können den auch gerne mal anklemmen. Wenn ich den Header gerade sehe. Betonung auf, wenn ich den Header gerade sehe. Ich habe da vorhin noch gesagt, dass das Board so viele hat. Wir sehen hier oben. Ja. Ich bin zu dumm, einen Lüfter anzuschließen. So. Wir sehen, er läuft. Freunde, ich habe mir jetzt einfach mal herangestellt. Er pustet drauf. Aber wie gesagt, ich erwarte sowieso nicht die höchste Performance. Äh, genau. Ray Jones Official sagt, okay, das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Ja, wie gesagt, es ist zwar Marial, aber das ist wieder dieser Pet-Peef, dass ich... Ich kann nichts Halbes machen. Dr. Stein, ich wusste nicht, dass man die auch direkt im Betrieb ansteckt. Klar, ist ja nur eine Plus-Minus-Verbindung. Also das ist ja nichts irgendwie... Äh... Was gefährlich sein konnte. Klar, man sollte es mit ein bisschen vorsichtig machen, ne. Weil, äh... Falsch anschließen tut dem Ganzen dann natürlich auch nicht gut. Ähm... Gut. Äh... LAN haben wir runtergeladen. So, BIOS. Äh... Hatten wir ja vorhin drauf geachtet? Ja, wir waren ja im 2018er BIOS. Wir sind also bei Version 50. Bevor updating BIOS to this new version, you must follow the steps as detailed under BIOS F40 Description. BIOS F40. Dann gucken wir doch mal. Update AESA for 3rd Gen AMD Ryzen. Genau, stimmt. Das Board ist R&D 3rd Gen kompatibel. Vielleicht werden wir mal updaten. Ähm... If you're using Q-Flash Utility to update BIOS, make sure you have updated BIOS to F32 before F40. Before update BIOS to F40, you have to install EC Firmware Update Tool. Okay. Ich glaube, das wird ein bisschen aufwendiger mit dem BIOS Flaschen. Und wir sollten es auf jeden Fall machen, denn... Wir haben ein paar interessante Microcode Updates definitiv dabei. Ähm... So, Utilities. Dann würde ich das gerne, aber gar nicht alles unter Windows machen wollen. Hat das ganze Ding denn ein Tool dafür? Normal-Sategie-Arbeit ja damals ein Tool dafür. Norden möchte ich nicht haben. Genau, sie sagten ja, EC Firmware Update Tool. Das können wir uns schon mal runterladen. Easy Tune werden wir definitiv auch brauchen. So, ähm... Was haben wir hier noch? Die OSD war, glaube ich, ähm... Ne, nicht notwendig. B-Tuner. Habe ich auch noch so ein Tool, was man bei Gearboards gut nutzen konnte fürs Übertakten. Ich muss dazu jetzt auch mal sagen, das letzte Mal... AMD Overclocking habe ich auf einen AMD Sockel A gemacht. Es wird also auch hier gleich noch ein bisschen witzig. Irgendwann macht es Puff und ich muss erst noch eine neue CPU holen und er überlebt's. So, Dr. Stein, supi... Achso, ja, okay. Äh... Das hat mir gern. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal grundlegend die Treiber parat. Und dann werden wir uns hier einmal schnell hier auf dem Stick packen. Ah, hier ist noch das letzte Mal. Also ich persönlich mag mit der Mac diese an sich lieber. Das reg' ich mich jedes Mal auf, wenn ich mal alles an meinem Laptop war und das umgestellt hat. Aber damit muss ich jetzt leben, wenn wir diese Streams machen. So, die brauchen wir und die brauchen wir. So, dann kann ich mich auch schon wieder langsam so umsetzen. Kann ich euch auch wieder angucken. Und, äh, ja. Ungefähr eine Minute zum drüber kopieren. Oh, ich muss definitiv was trinken. Okay. Jetzt war nur der Karton gewesen, aber ups. Da kam etwas Schaum hoch. Eingießen kann ich heute auch. Ich hab das Gefühl, ich werde meiner Mutter heute noch nachmachen. Hoffentlich nicht auf, äh, die schöne AMD-Hardware. So. Kopiervorgang ist fast fertig. Ich muss schon mal hier drauf gehen. Ja. Okay. Also er hat definitiv immer noch keinen Laden. Ich hoffe, es ist für mich nur ein Treiberproblem. Ich hab zwar noch notfalls eine Ladenkarte, die wir nehmen können. Aber das würde mich jetzt ärgern. Persönlich. So, Dentai. Enttäuschend. Letztes Mal war es noch Bier. Äh, ja. Dentai. Äh, es ist noch früh. Wir haben erst halb neun. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das Bier kommt später. Weil, äh, ich glaub bis neun Uhr. Und da war es sogar zehn Uhr. Ähm, sonst müsste ich den Stream tatsächlich ab 18. Äh, schalten. Aber heute werden bestimmt, äh, mal ein oder zwei Dosen mal leer gemacht. So. Ich guck immer mal wieder zwischendurch auf meinem Handy. Denn vielleicht möchte einer unserer Gäste dazukommen. Aber noch sieht das nicht danach aus, als dass das klappt. Aber der Kopierfond ist schon mal fertig. Das heißt, wir können den Stick rausnehmen. Ja, ja. Ich weiß, ich hab ihn nicht ausgeworfen. Und dann können wir ihn vorsichtig hier mal an einen USB 3.0 anschließen. Er wird erkannt. Immerhin das. Und damit wir erstmal keinen Augenkrebs mit dieser Auflösung weiterbekommen, installieren wir den Grafikkartentreiber. Ich glaub, sonst werde ich irgendwann verrückt. So. Das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt gleich alle Treiber installieren, lädt er, die sich nicht mehr von den Microsoft-Update-Servern runter. Wir haben definitiv die aktuellsten Varianten drauf. Ich guck mal, die Grafikkarte, ja, die ist jetzt natürlich wieder schön kühl, nachdem wir da jetzt einen Kühler draufgerichtet haben. Für die, die es sehen wollen, ich kann das ja immer, ach Gott, dieses Handy ist einfach heiß, wenn dieser App hier läuft. Ja, das Ganze sieht so jetzt gerade aus. Vorteil halt an der ganzen Geschichte. Ich entschuldige, wie es wackelt. Nein, ist halt, dass sowohl Grafikkarte als auch SSD gerade so gekühlt werden. Und ja, okay. Dann machen wir so und so. Dann können wir das da ruhig. Ich muss mir irgendwie so ein Handschativ dafür holen. Das Handy wird echt glühend heiß, wenn, also für die, die sich interessieren, wie ich das mit den Handys mache. Die App nennt sich iV-Cam. Warnung, nur für Windows-Kompatibel und kostet pro Gerät 10 Euro. Aber ja, das iPhone wird glühend heiß dabei. So, Dr. Schein, ja, das ist auch das alles Erste, was ich drauf packe. Grafikkartentreiber. Bocker, ich auch. Dr. Schein, schön, Lösung mit dem Kühler für Seiten. Im Endeffekt, im Case wird die Grafikkarte definitiv wieder heiß. Weitaus heißer, weil ich da kein Lüfter vorsetzen kann. Also ich kann, ich kann ja mal kurzes Sneakpeak machen, welches Gehäuse kommen wird. Es ist ein Tempered-Glas-Gehäuse von der Firma Aerocool. Und viel Lüftung ist da nicht, außer von hinten und von oben. Aber ja, das wird das Gehäuse sein. Jetzt habe ich wieder viel zu viel von meinem Raum gezeigt. So, genau, zu Schimp, Fortfarben, Nutzer definiert, neue Installation, der soll alle Microsoft-Müllsachen rauswerfen. Denn wenn Reste von Microsoft-Treibern überbleiben, kann das auch die Performance beeinträchtigen. Nicht, dass wir allzu viel mit der 730 erwarten könnten, aber ja. Und dann noch Kram vom Laptop wieder runterwerfen. Und dann warten wir mal ab. Ich bin froh, dass der Lüfter schön leise ist. Dass er mir jetzt nicht in die Ohren dröhnt. Wobei, wie gesagt, den CPU-Kühler, den höre ich schon. Wir haben eigentlich ziemlich gut Wärmeleinpaste drauf gemacht. Ich bin mal gleich gespannt, was wir hier in diesem fliegenden Aufbau für Temperaturen erwarten dürfen. Vor allem, wenn wir mit dem Benchmarks durch sind. Wie weit wir mit dem Overclock kommen, mit dem Luftkühler. Und wie es dann das Ganze aussieht, nachdem wir zur Wasserkühlung gesetzt oder gewechselt haben. Und es flackert. Ah, ist das schön. Eine richtige Auflösung. Die 730 ist ja immerhin etwas besser als die 710. Die ist ja so gut wie Standard ist. Ich glaube, die schenken sich nicht viel. Vielleicht 4-5% Unterschied. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Minuten mal eine kurze Unterbrechung machen müssen. Weil dann werde ich unseren Gast hinzuschalten. Heute wird uns der liebe Globox Noob noch ein bisschen dabei sein. Ist auch einer aus dem Mod-Team. Und ja, wir werden einfach heute ein bisschen Spaß quatschen. Also wie gesagt, heute ist ein ganz gemütlicher Quasile-Stream. Wo wir ein bisschen rumbasteln. Und ruminstallieren und rumtesten. So machen wir uns heute gemütlich. So, Nvidia Travels sind installiert. Und jetzt gehe ich einfach von oben nach unten durch. So, der nächste. Ja, siehst du, da kommt wieder dieser Virus von GeForce Experience. Eine der vielen Sachen, die ich echt nicht vermisse, seitdem ich eine AMD-Karte in meinem Rechner habe. Hier werde ich definitiv gleich auch brauchen. Oh, sind die wieder ausgegangen? Huch. Denn ohne die werde ich gleich den lieben Globox Moob nicht hören können und er mich nicht. Ach, das sind die Soundkarten-Treiber. Gut, Sound hoffe ich, dass das gleich alles klappen wird. Das müsstet ihr per HDMI auch haben. Den könnte ich ja schon mal in der Theorie freischalten. So, testen. Ich höre hier. Ich sehe aber keinen Ausschlag in OBS. Okay. Ihr werdet wahrscheinlich heute keinen Ton über diesen Rechner haben. Das versuche ich gleich mal nebenher zu fixen. Manche Benchmarks hören sich ja dann doch schon relativ cool an. So, hier haben wir die Treiber. Die sind natürlich in der SIP wie immer gepackt. Und der Monitor brüllt mich hier an. Nein, also ich bin vom StreamPile runter. So cool das Projekt auch ist. Es läuft leider zu Inshabi und hat leider etwas zu wenig Möglichkeiten. Das Ding, was ich jetzt nutze, nennt sich... Moment... Kann ich sofort sagen... Wo habe ich es? Deckboard. Und läuft ganz normal auf dem Android-Tablet. Und hat tatsächlich weitaus mehr Funktionen auch eine Add-on-API. Also im Grund geht meine Kamera mal nach unten. Äh, eine Add-on-API. Und kostet auch nur 3 Euro. Also relativ akzeptabel. So, dann soll er doch mal die ganzen Treiber installieren. Dann wollen wir mal gucken. In der Zwischenzeit... Ich gebe euch mal kurz die HDMI-Kamera. Rolle ich mal kurz zum anderen Rechner und gucke mal kurz, ob ich das HDMI-Soundproblem lösen kann. Okay. Ich gebe euch mal kurz zum anderen Rechner. So, sorry für das Rumswitchen der Szenen. Aber in der Theorie... Ich hoffe, es wird nicht zu laut. Ich sehe immer noch keinen Ausschlag. Kaputt. Okay. Ich werde definitiv noch ein Audio-Kabel verlegen müssen. So. Okay. Chipsatz-Treiber haben installiert. Ich gehöre leider zu der Sitte, die nicht danach neu starten, sondern erst wenn einmal alle installiert sind. So, dann gehen wir jetzt einen nach dem anderen durch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, der Monitor, der schreit mich hier an. Ich muss mal leiser machen. Schon wieder Autotrager? Oh, stimmt. Ich habe den ja auszusehen zweimal runtergeladen. Wir brauchen den nur einmal. Das kann also weg. Okay. Okay. Wir brauchen Internet. Wir brauchen Internet. So. Ähm. Setup. Ja, sicher möchte ich das installieren. Und das hätte ich es ja nicht angeklickt. So. Weiter installieren. Dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt ein Netzwerk bekommen. Und zwar kann ich schon mal hier den nächsten Sachen vom Stick empacken. Dann haben wir die schon mal griffbereit. Dann können wir nämlich den Stick auch schon wieder verbannen. So. Ich hätte auf jeden Fall irgendetwas getan. Aber wir haben laut Icon in der Taskbar noch kein Internet. Das, äh. Der Hersteller ist jetzt definitiv Realtek. Hier auch. Das gefällt mir nicht. Ja, gut. Wir gucken mal nach gleich einem Neustart, wenn wir alles installiert haben. Ich lasse ihn auf dem Desktop. Wir haben jetzt noch das EZtune, das Vtune Tool sowie den Updater für das BIOS. Dann hoffe ich, dass gleich nach dem Neustart der LAN-Port lebt. Ich muss aber auch dazu sagen, Ich sehe keine Aktivität auf dem LAN-Port. Oh, oh. Das ist natürlich, glaube ich, das Einzige, was ich heute Mittag tatsächlich nicht getestet habe, als ich den Rechner hier stehen hatte. Ob LAN noch geht. Okay, der wird wahrscheinlich direkt durchflaschen wollen. Da müssen wir uns also vorher noch mit der Anleitung durchlesen, weil der wollte ja eine gewisse Reihenfolge haben. So, dann erzählen wir uns schnell noch Vtune. Dann starten wir danach mal neu. Okay. Daumen drücken, dass wir hier nach LAN haben. Sonst mache ich mir Sorge. Okay. Im BIOS haben wir definitiv LAN. Also erscheint tatsächlich ein Windows Problem so zu sein. Denn jetzt sind die Lampen an der LAN-Karte an. Immerhin schon mal etwas. Aber. Keine LAN-Verbindung unter Windows. Jungs, das macht mir gerade Sorgen. Wieso kriegen wir auf einmal kein Netzwerk? Wurde eher gesagt, wieso kann er das nicht starten? Äh. Okay. Kurz sehen ist, wenn ich euch das richtig erinnere, kein Ressourcenproblem auf jeden Fall. Wir gehen mal kurz auf Treiber aktualisieren. Ich gebe ihm mal kurz den Ort, wo der Treiber ist an. Treiber ist bereits installiert. Shiii. Ähm. Ja. Ähm. Ohne Internet kann ich natürlich die Benchmarks schlecht runterladen. Ähm. Okay. Der Rest ist, ähm, installiert. Ich habe aber gerade was gehört. Ich bin sofort wieder an. Ich bin sofort wieder da, ne? Ich bin sofort wieder. Ich bin sofort wieder. Ich bin sofort wieder da, ne? Ah. einer, viele coresteine, die Teore. Ich bin sofort wieder. girl auch, da muss man sein! Ich bin sofortimos, musste ich die HOLDWOck區 auch. Üzlich sind sofort vom neuenätver按 guide. Musik für dichBA. Wir sind einfach gut und rein auf Curse method. Es ist langweil baut. Vielen Dank. Yes. So. Ich habe da jemanden. Ah, das ist die andere Seite. Da. Da. Ich habe da jemanden neben mir. Der auch am Essen ist. Das ist der Globox Noob. Ja, du bist schon live. Hi. Oh, ja. Dann machen wir nochmal ganz schnell den hier. Ihr habt dich jetzt erstmal raus. Entschuldigung. Ja, der muss sich jetzt mal drum kümmern. Ich weiß noch. Ah, siehst du. Man kann dich, glaube ich, noch gar nicht hören. Äh. Hören. Jetzt müsste man dich hören können. Hallo, hallo. Ja, und das war klar. Ich muss ihn tatsächlich noch leiser machen. Und wie ihr seht, kein Stream ohne technische Demo. Aber wir sind ja noch neu auf diesem Gebiet. Dementsprechend, äh, darf das auch sein. So. Okay. Also. Wir gehen jetzt erstmal hier drauf. Und wir haben jetzt noch unser schönes Netzwerkproblem. Und jetzt darf man dich zeigen. Treu nach dem Motto Technik. Hallöchen, Miserion. So. Dann schalten wir dich auch mal wieder dazu. Ja, okay. Man sieht nur deinen Oberkörper. So. Ja, treu nach dem Motto Technik. Achso, Star Trek. Ja, ich, 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 ich sehe dich ja leider nicht. Weil du bist da hinten auf einem anderen Monitor für mich. Den ich, äh, im Rücken leider habe. Ich habe noch nichts, womit ich dich hier leider sehen kann. Ja. Also muss ich dir jetzt vertrauen, dass du kein Mist baust. Also, wie gesagt. Das ist der Globox Snoop. Ihr könnt ihn auch im Forum finden, wenn ihr also Fragen an ihm habt. Ähm. Sonst. Er hat auch einen eigenen Twitch-Kanal. Also, wenn ihr ein bisschen auf, äh, Game-Streaming steht, könnt ihr natürlich auch bei ihnen einfach mal vorbeischauen. Aber, äh, er wird, äh, mit mir zusammen euch heute hoffentlich ein bisschen bespaßen und über meine eigene Dummheit mit mir lachen. Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, auf jeden Fall, wie so funktioniert Netzwerk nicht. Ich würde jetzt einfach mal nochmal neu starten ins BIOS. Und versuchen, von BIOS aus ein, äh, Update durchzuführen. Und ich sehe schon wieder, wir haben wieder neue Zuschauer. Ich sage euch schon mal, hi. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und, äh, viel Spaß mit, äh, den, ich weiß nicht, wieso. Wo es nicht geht. So, äh, wir möchten Update BIOS. Und das ist ein BIOS, was nur Update per Stick unterschätzt. Wir sind auf jeden Fall noch auf Version F2. Das heißt, wir wechseln mal wieder zum Laptop zurück. Und, wo ist mein Stick? Wir müssen uns jetzt da mal durchführen, in welcher Reihenfolge wir die BIOS runterladen und installieren müssen. Äh, natürlich war es so intelligent und habe gerade die Seite geschossen. Ja, mit der Intelligenz, ne? Blond? Nein! Also, blond, aber da ist nicht mal viel von da. Und blauäugig muss ich mehr sagen. GeForce, wir sehen dich, du Astralkörper. Ja, er kann wirklich wenigstens mit seinem Astralkörper strahlen. Ich bin ja einfach nur eine Tonne. Dr. Scheid, sehr nice mit dem... Bist du unser Kugelblitz? ...unscharfen Hintergrund. Ja, Apfelbombe, genau, danke für den Link. Ich hatte ihn zum Glück hier noch halbwegs abgespeichert. Äh, so, Unterstützung. Äh, Betriebssystem Windows 10. Treiber sind uns jetzt total latek gerade. Ich höre mich auch übrigens nicht jetzt irgendwie als Profi oder als irgendwer, der irgendwas sagen kann, hinstellen, sondern eher als Maskottchen. Äh, genau, äh, du bist der, der für die blöden Sprüche zuständig ist, wenn ich am Verzweifeln bin. So, wir gucken mal durch. So, wir haben F2 aktuell drauf. Äh, ist also noch das, mehr oder weniger Release-Bios. So, blablabla, okay. Wir gucken jetzt erstmal, wir gehen durch. Wir suchen jetzt das erste Bios, was meckert, dass eine gewisse Bios-Version davor braucht. So, ähm, mhm, mhm, die sagen nur, dass mein Chipsot-Streiber installieren muss. Improved USB-Competent, Improved USB, Improved Q-Flash. Ich wette, hiermit bekomme die Online-Flash-Funktionalität. Und dann kommt das F40. F40, if you're using Q-Flash or GT to update Bios, make sure you have upgraded Bios to F32. Okay, was heißt, wir müssen jetzt zuerst definitiv auf F32 updaten. So, dann, äh, ja, fast 10 MB großes Bios, ey. Die Finger werden groß, ey. Ich bin mir überlegt, dass die damals mal nur 246 Kilobytes waren. Yippie, yay. Boah. TechOS wird demnächst nicht mehr auf einer Festplatte installiert, sondern direkt als Bios-Version. Boah, ist aber ein Riesen-Bios. 10 Gigabyte. Challenge accepted. Yes, okay. Ähm, ich weiß, dass die Q-Flash meist nicht mit, obwohl ich glaube, der Stick war in FUD. Wir konnten drauf schreiben, der Stick ist in FUD 32. Wir können also auf den Stick schreiben direkt. Okay, äh, jaja, ich weiß, dass ich ihn einfach rausgezogen habe. Wir ziehen uns das Ganze rüber. Die Datei hat ein F32 angehangen. Das heißt, wir können ihn zum Glück nicht durcheinander bringen. Wir laden direkt das F40 runter. Weil, das Neueste sagt ja, dass man erst das F40, glaube ich, laden musste, ne? Yes, erst das F40. Somit brauchen wir das auch noch. Wenn wir darauf sind, können wir, das hat auch F40, F40, F40. Das heißt, vom F40 können wir dann direkt auf das F50 upgraden. Ach so, hast du übrigens auf das F40 da geachtet? Ja. Okay. So. Ich wollte nur mal nachfragen, die dumme Sprüche. So. Das Aktuelle hat fast 17 MB. Ja, das ist schon echt krass. Viserion, da hätte ich mir besser... Media, boah, ja. Russischer Akzent, klar. Klappfragen. Da hätte ich mir besser mit Sprüchen helfen können, genau. Ähm. Ja, Apfelbaum. Also, ich finde das echt krass. 17 oder fast 20 MB, sagen wir mal, für einen BIOS ist schon echt brutal. So. Das heißt, wir dürfen jetzt natürlich diesen Flash-Prozess dreimal durchlaufen. Deswegen machen wir mal den wieder aus. Ne, den wollte ich nicht. Den da? Ja, den da. Es ist zwar geil, eine Art Stream Deck zu haben, aber es ist manchmal verwirrend, wenn man nicht direkt liest, was man da hingeschrieben hat. So. Ja, bei mir kommen bald Bilder rein. Ja, ich hatte dir ja schon ein Foto gestern geschickt gehabt. Bei mir ist ja Teil Bilder, Teil nicht Bilder, aber ich kann nicht mit Photoshop. Das ist einfach nicht mein Ding. So, Q-Flash, Update BIOS. Ich kann ja mal den Leuten zeigen, die es nicht interessiert. Das Connect. Bei mir sieht das Ganze... Ich hoffe, man sieht das jetzt. Ja, nee, das geht nicht mit der Webcam-Overlay. Aber gut. Gut. Also, ja. Muss ich wahrscheinlich näher ranhalten. Aber im Endeffekt kommen da noch richtig Bilder rein. Ja. Das hier drum ist sogar auch noch ein bisschen via Ubu-Aktualisierbar. Ich meine, hoffe, du meinst USB-Aktualisierbar. Oder wie meinst du das? Apfel, Baum, Pizza? So. Jedenfalls, ich wähle jetzt zuerst das F32-BiOS aus und press Start. Und jetzt hoffen wir einfach, dass bei mir kein Schrumausfall ist, weil ich habe keine USB-Aktualisierbar. Warte mal eben, ich fahre mal eben kurz los. Ich habe da gerade einen Einsatz beim Kraftwerk gekriegt. Ganz dringend. Achso, stört das eigentlich, wenn ich jetzt eine rauche hier direkt vor der Webcam? Musst du wissen, ob du dich als Raucher outen möchtest? Habe ich schon. Außerdem, ich rauche meinen Streams auch, also stört es nicht. Und vorgestern wurde auch bei uns in den Streams geraucht, somit alles okay. Gut, ich bin glücklicher Nichtraucher zum Glück. Updating BIOS Now, 18%. So, ach, da fällt mir gerade ein, dadurch, dass mir ja heute mein iPhone so komplett abgeschmiert ist, nach einem Versuch von Betriebssystem-Upgrade, dass mir noch eine App fehlt, damit ich meine Lichter überhaupt steuern kann. John Tabo schreibt gerade, CPU ist zu heiß, Mail wird zum Schutz ausgeschaltet. Das würde auch wehtun. Denn, wenn ich das, jetzt müsste ich mal gucken, das würde mich gerade interessieren, hat der mehrere BIOS-Chips? Ja, okay, das Mainboard scheint mehrere BIOS-Chips zu haben. Also, ja, ja, da, BIOS A, BIOS B. Okay, sollte also der BIOS-Chip schief gehen, mutet das Board trotzdem. Dr. Stein, ich rauche nicht, ich vernichte. Ich schütze die Jugend davor. So, ehrenwerte Aufgabe. Ja, okay, nee, ich habe das vor sechs Jahren aufgehört. Also so mit sechs, sechs, vier, fünf, vor ein paar Jahren aufgehört. Ist das, äh, ich drehe gleich am Rad, ne? Von VIN Raid Form. Äh, okay, abverbauen, Pizze, jetzt bringt es mich ganz durcheinander, aber ich sage einfach mal ja. So. Muss man auch mal überlegen, wie lange mit euch so ein BIOS-Update auch einfach braucht. Wir abdecken gerade per USB 3.0 im BIOS selber. GeForce, rauchen gestattet. Ja, mich würde es wundern. Ich denke, auch nicht wundern, wenn die Hälfte des Chats auch Raucher ist. Es ist ja leider hier in Deutschland fast ganggebe. Ja, gut, man muss aber, wenn man fair ist, gegenüber dem anderen auch nachfragen, ob das in Ordnung ist, weil ich bin ja immer noch Gast. Naja, der, äh, das ist so eine Sache, die ich, glaube ich, mal klarstellen möchte. Äh, hier der Hackentrosch-Forum-Channel ist ein offizieller Channel des Forums. Äh, ja, bis jetzt seht ihr mich primär hier drauf streamen oder die Hackcon. Es wird aber tatsächlich auch sein, dass verschiedene Leute aus dem administrativen und moderativen, äh, Ringen des Forums hier auf diesem Channel streamen werden. Ja, das heißt, äh, jeder, der halt auch zum Team gehört, ist natürlich auch irgendwo, ich sag jetzt mal, Herr des Channels. Ne, also es ist jetzt nicht nur ein Channel, den ich hier betreibe. Ich denke mal, ihr werdet mich wahrscheinlich, äh, am häufigsten sehen. Äh, einfach, weil ich, äh, die technischen Möglichkeiten habe. Aber, äh, ich möchte jetzt nicht der Alleinunterhalter für euch sein. Okay, das ist vielleicht auch falsch, auch so gut, aber ich hoffe, ihr verschiebt, worauf ich in Haus will. So, GeForce, apropos WinRaid, der Fernando ist ein guter Freund von mir. Äh, okay, ich glaube, da bin ich jetzt raus aus dem Thema mit dem WinRaid-Forum, habe ich gar nichts zu tun. Und ich war da vielleicht ein, zweimal drin. Roy Jones Official, 30 Jahre geraucht, seit 6 Jahren schon jetzt ein Nichtraucher, aber kein Mit-, äh, Militantheit. Doch, ich kann leider mit Roy Jones Militanten nicht rauchen. Also, für mich ist es wirklich auch immer so, wenn ich irgendwie neben mir sitze und vor allem, wenn es kühlerer Rauch ist, ich kriege einen Kotzreiz. Deswegen frage ich immer bei den Rauchern. Ich bin ja so ein Raucher, der achtet ja so ein bisschen auf seine Umgebung, auf seine Mitmenschen. Und ich frage tatsache, auch beim Essen oder so, es gibt ja Raucher wie mich zum Beispiel, äh, wenn ich was esse, kann man neben mir rauchen. Stört mich nicht. Bin ich gewohnt durch ihre Arbeit. Na, ist so. Äh, gibt dann aber auch die Leute, ähm, wie zum Beispiel, meine Freundin ist auch Raucherin, aber kann, mag es halt nicht, wenn sie am Essen ist, dass jemand raucht. Ja, da gehöre ich aber auch zu, also, einfacher schon als Grundsatz, ne, beim, beim Essen oder direkt vor oder nach dem Essen rauchen, finde ich grauenhaft einfach. Also, ne. Auf der Arbeit ist es teilweise nicht anders machbar. Also, theoretisch schon, ja, aber, äh. Handwerksbetrieb, ne, halt. Also, da wird im Auto gegessen, da wird im Auto geraucht, da passiert eigentlich alles, äh, parallel. So, ich hoffe, wir kriegen gleich ein HDMI-Bild zurück. Welche Komponenten verbaut ihr konkret? Gibt es eine Liste? Steht sie im Forum? Yes! Akta, äh, AKD-Box. Und zwar im Forum zum aktuellen Third oder auch in der blauen Box findest du, äh, den Link zum Post. Und da ist die Hardware-Liste hinterlegt, aber ich kann es gerne nochmal sagen, das ist das Gigabyte Aorus B450 Aorus M. Es ist ein Ryzen 5 2400G, 16GB, äh, G-Sky Ridge Star Vs oder 5, aktuell noch eine Nvidia Geforce 730 und eine Crucial-Pi SSD NVMe mit 500GB, sowie ein 650-Watt-Netzteil von Cooler Master. Aktuell testen wir noch mit dem Boxerkühler von AMD, wir werden aber am Ende von Cooler Master die Seidon 240V Wasserkühlung All-in-One installieren. Und das Ganze kommt in ein Temperate-Glasgehäuse von Aerocool. So, äh, Dr. Stein, Essen und Rauchen zusammen finde ich nicht cool. Äh, der Rauch übertönt alles andere an Gerüchen und Geschmack richtig. Also wie gesagt, auch ich als Raucher hab's damals nicht gemacht und, äh, ja. Aber ich würd sagen, Raucher-Grundsatz-Diskussion können wir auch einfach beiseite legen, weil da sieht das jeder an, dass das ist so ein, naja, dummes Thema eigentlich. Geforce, meine CPU, raucht ja auch. Extreme Overclock. Ähm, der Drescher da hinten, 5,2 Gigahertz alle Kerne. Liquid Metal macht's möglich. AKD-Box, perfekt, danke. Immer wieder gern. Ähm, wäre ich jetzt alleine, würde man auch die Liste sehen, noch oben an der Stelle, wo jetzt der Globox-Noop ist. Oder ich hoffe, ich darf dich auf dem Stream mit Vornamen nennen, das macht das Ganze einfach. Aber selbstverständlich. Marvin! Ich heiße Marvin, Hallöchen. Für die Leute, die es nicht wissen, auch wenn ich jetzt ziemlich nah an die Kamera rankomme, weil mein PC momentan an der Wand hängt. Äh, mit, äh, zwei Nägeln ist das Mainboard an die Wand befechtigt. Und ich muss, äh, nur für die Leute, die sich jetzt wundern, warum ich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen, äh, verwirrt gucken werde, Bilder bearbeiten. Ja. Die ich eigentlich schon längst weggeschickt haben wollte. Apfelbaumpizza, das ist der Flüssigstückstoff, der raucht. Ja, nee, so weit hab ich's noch nicht. Also, ich hab tatsächlich anscheinend, was die Silicon Lottery angeht, richtig Glück gehabt. Äh, aber ich kann, oder komme die 5,2 Gigahertz aufgrund der Temperatur nicht drüber hinweg. Ähm, Contabo, mein Microsoft-Headset hat auch geraucht. Äh, yikes. Das hört sich nicht gesund an. So, wir sind also übrigens beim Flash der F40-Bios-Filmware. 19% BioState ist hier der 16.05. Also knapp ein Jahr alt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich hab gar nicht drauf geachtet. Die aktuelle Bios-Version ist ja, ähm, ich muss mal hier gucken, dass man das auch sieht. Die ist, ah, die ist auch noch 2019. Und zwar 27.11. Ähm, Joa, ist ja noch relativ neu. Also, das ist vielleicht so ein Ding. Ähm, da werde ich aber auch im Forum noch, ähm, mehr zu schreiben. Äh, vielleicht Können wir ja zusammen als Community, äh, diesen Rechner aufs Maximum aufrüsten. Um halt auch einfach mehr Content fürs AMD zu liefern, ne. Äh, aber Das kann man vielleicht irgendwann mal besprechen. Nightstorm 990. Was hat deine, äh, 5.2 Maschine in Cinebench R20 für einen Multicore? Müsste ich tatsächlich gucken. Äh, das letzte Mal, als ich gebenchmarkt hab, ist jetzt knapp ein Jahr her. Ähm, wo ich das Ganze gemacht hab. Äh, wenn du mich im Forum anschreibst, dann denke ich dran, das Ganze vielleicht die Tage mal durchzuspielen. Jörg Byrne fragt. 230 Volt, äh, Ladespannung? Ähm, bestimmt. Das raucht superschön. Also, wir kommen irgendwie von dem Thema Rauchen nicht weg. Naja, gut, wir ziehen's halt jetzt, äh, ähm, in Anrecken. Nightflyer 52. Namend, ihr Helden. Namend, Nachbar. Wenn du der Nightflyer aus dem Forum bist, der, den ich gerade denke, wohnst du ja nur ein paar Straßen weiter. Oder ein Dörfchen weiter. So, Chat, äh, ich muss mich einloggen, um zu schreiben, ne? Äh, ja. Wobei ich ja eigentlich nur den Chat nebenbei auf meinem Tablet laufen haben wollte, damit ich meinen ganzen Bildschirm verwenden kann. Ja, das ist, äh, da bin ich heute auch schon gefragt worden. Scheinbar ist das mal so, dass die Twitch-App ein Login voraussetzt. Das, äh, macht mir persönlich nichts, weil, äh, ich bin ja leider Gottes dadurch, äh, dass ich ja selber auch ein bisschen Content produziere, dazu verpflichtet, einen Account zu haben. Ja, das ist natürlich, äh, schade für die, die jetzt einfach nur über das Handy oder über das Tablet zuschalten wollen, äh, vielleicht jetzt einfach nur sich das Ganze angucken wollen. Ähm, ist natürlich blöd, wenn die natürlich sich einen Account dafür machen müssen. Der Rojones Official schreibt, auf jeden Fall sollte im Forum mehr drauf hingewiesen werden, dass ihr endlich live bei Twitch seid. Ja, äh, wie gesagt, im Augenblick ist das jetzt so gerade ein bisschen die, die Startphase. Wir haben das vor ein paar Wochen, äh, einfach mal gesagt, dass wir das machen wollen. Ähm, ich hab dir gesagt, klar, äh, im Endeffekt, wenn ich hier meinen, meinen Wohnzimmer, ich bin ja gerade erst frisch umgezogen, fertig habe, ähm, dass ich das gerne starten kann. Und wir sind noch vieles am Format, am Rumbasteln und auch intern diskutieren. Wie ihr jetzt gemerkt habt, hat der Stream auch ein, äh, eine Deklaration, was es ist. Es steht jetzt Bastel-Stream davor. Da wisst ihr also, dass es jetzt nicht zwangsweise 100% um das Thema Hackentosh geht, auch wenn der grundlegende Fokus immer noch dabei ist. Aber das ist halt auch jetzt erstmal das, was wir jetzt erstmal Windows installiert haben, zum Benchmarken, zum Attakten, gucken, wie weit wir ihn, äh, hochkriegen. Und wir werden auch definitiv noch Tutorial-Contents erstellen. Ähm, da müssen wir gucken, ob das überhaupt über Twitch funktioniert und in welchen Rahmen, etc., damit das Ganze nicht, äh, auch zeitlich das Ganze platzt. Das heißt, äh, es lohnt sich übrigens auch, wenn ihr den YouTube-Kanal abonniert, da wird definitiv den Nix auch wieder häufiger kommen. Vor allem sind da auch immer die Aufnahmen von den Streams zuvor. So, den Link ist relativ simpel. Yt, also YouTube, abgekürzt, Punkt Hackentosh, Minus Forum, Punkt D und dann landet ihr direkt auf unseren YouTube-Kanal. Vielleicht kann ich den auch mal, genau. Und ich, äh, HTTP, da, Yt, Punkt. Ah, was ist denn da jetzt gerade gekommen? Ach, der, Dropbox-Noob ist uns am Haus. Wie cool ist denn das? So, äh, ich sollte gleich auch mal da rein tippen. Dann kann ich auch im Chat schreiben. Und wenn ich es richtig mache, ist es auch gleich in meiner Autohost-Liste und dann... Äh, da, bearbeiten, Kanäle zum Hosten, Reaktentosh Forum. Ich weiß jetzt nicht, wieso auf einmal alles angefangen hat, groß zu schreiben, aber jetzt habt ihr den Link zur YouTube-Kanal auch im Chat. So, G-Force, äh, mehr geht kaum, steht riesengroß in die Überschrift, genau. Äh, Apfelbaum-Bitze, ah, die... Katzen spielen noch im Umzugskarton, das erklärt vieles. Ja, ja, guck mal, wir haben das BIOS-Update erhielt und wir haben LAN. Es war ein BIOS-Update-Problem. Ach so, ich muss ja noch, äh... Und meine Kamera bewegt. Äh, wenn sich irgendwer mir ein Chativ oder so, was ich hinter meinem Monitor schenken kann, spenden möchte, ähm, schreibt mich an, ich schicke euch meine Adresse. Oh, Gott. Also, es ist hier alles noch sehr, sehr wackelig und, und, äh, Betamäßig aufgebaut und ich hoffe, dass sich die Qualität auf jeden Fall noch besser... Ich kann dir, ich kann dir ein wunderbares Stativ empfehlen, nennt sich 200er Spacks. Ja, am liebsten... Nur nicht durch die Linse durch. Am liebsten würde ich mir gerne, äh, zwei, drei GoPros, äh, kaufen. Da, weil, wie gesagt, die ganzen Kameras, bis auf die hier, ist ja aktuell meine Handys, die ich hier rumfliegen habe. Ähm, würde gerne hierfür eine fliegende GoPro, ich würde über den Monitor gerne eine GoPro haben, äh, und die dann halt alle mit vernünftigen Halterungen festmachen, weil... Äh, das Handy hier oben, was, äh, im Endeffekt, ich schreib mal ganz kurz drauf um, diese Bastelkammer macht, die aus irgendeinem Grund gerade dunkel ist, weil ich den noch anhabe. So, äh, die ist halt einfach, das kann ich auch mal kurz zeigen, äh, einfach hier mit, mit, äh, so ein Safey-Stick oben einfach nur hingelegt, äh, und zeigt nach unten. Äh, wie gesagt, das andere ist ein glühendes iPhone, was, äh, womit ich mir die Finger verbrenne, deswegen, ähm, ja, ich sollte übrigens das Bios-Update auch mal starten. Es ist eben halt noch sehr ausbaufähig. Ein Kollege von mir sagt immer, doof darf man sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Genau. Ich seh grad, also ich seh das Bios-Update, hier leider komischerweise nicht. Ich, äh, starte mal kurz die Capture-Card neu. Okay, dann, äh, verbrenne ich mir jetzt einfach mal lieber die Finger. Und mache das mal so. Und so. Und, äh, geht das? Ja. Ja, dann seht ihr nämlich wenigstens etwas, was passiert. Übrigens, da seht ihr euch, so sieht auch bei mir halt aus. Wer jetzt gerade mal wissen wollte, wie hier so mein Äckchen aussieht. Das ist der Einblick. Und hier ist der langweilige Bios-Update. Übrigens, danke für jetzt aktuell 22 Zuschauer. Wir waren vorhin mal sogar bei 28. Ihr seid echt klasse, dass ihr so viel CD einschaltet. Das ist echt cool. So. Marvin, man hört es. Nur so als Tipp. Ja, äh, ich bin gerade dabei. Ich, äh, habe mit der App hier auf dem Tablet eigentlich nicht viel zu tun. Mhm. Weil das Tablet bei mir ja eigentlich so wie bei dir nur als reines, ähm, Stream Deck fungieren soll. Ich meinte gerade, glaube ich, deine Voice-Nachricht, die du da hast abspielen lassen. Nein, das war Twitch. Ach so, okay. Das warst du. Du hast es selber gehört. Oh Gott. Das hat sich angehört wie eine Frau. Höre ich mich echt so scheiße an. Oh Gott. Äh, ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Er ist besser für dich. Ich habe deine Adresse. Ja, ich meine auch. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ja, ich weiß, wo dein Bett schläft. Shit. So, jetzt habe ich auch den, äh, Stream hier. Auf meinem Rech, Rech, äh, Pad. Auf meinem größeren Taschenrechner. Ja. Das heißt, ich kann hier zumachen und kann, tatsache, mich begutachten. Ich kann Kai begutachten. Ich kann das BIOS-Update begutachten. Meine Finger brennen auf jeden Fall gerade. Äh, Handschuhe. Hast du keinen Topflappen? Ich hätte noch, oh, ja, aber da müsste ich jetzt ins Schafzimmer gehen und das in der Kiste rauskramen. Ich habe da fast nur Handschuhe. Also, ich habe Marvel-Top-Flappen. Uh, Lootbox. Ja. Ja, freue ich mich auch. Kommt ja die Tage. Nächsten Freitag. Ja. Also, der da auf, auf der anderen Seite hat mich dazu gebracht, mir auch Lootboxen zu holen. Also, wenn ihr demnächst hier jeglichen Comic-Stuff und hast ihn nicht gesehen, um mich herum seht, wisst ihr, wer schuld ist. Apfelbaum-Pizza. Eine, packen, TK, Erbsen oder Spina. Oh, Spina hat mich auch noch in Gift. Ich glaube, ich könnte hier drauf gerade ein Ei braten. Also, ich meine, das ist wirklich ernst. Das iPhone ist glühend heiß. Warum? Ein IV-Cam ist, vor allem, wenn du Hardware-Decoding anhast, echt ressourcenhungrig für die Handys. Also, du musst sie dann auch permanent am Ladekabel haben, weil sonst hast du in 20 Minuten keinen Akku mehr. Und da die ja bei mir permanent laufen während des Streams, sodass ich einfach nur die Szene hinterher wechseln muss, nenne ich natürlich auch brühend heiß. So, das ist, äh, au. Ja gut, 05.05.2020, da habe ich die Bilder gemacht. Oh, wir haben das BIOS-Update gleich endlich hinter uns. Man merkt, dass das BIOS echt riesig ist, ne? Also, wie lange sind wir jetzt hier schon das BIOS-Update machen? Fünf Minuten? Also, das spezifisch jetzt hier? Länger. Ja, also, das ist schon krass. Ich hoffe, dass wir danach auch wieder Video-Output auf der Capture-Card kriegen. Äh, das ist halt das Problem mit dieser Elgato-Capture-Karte, die ich habe. Manchmal spackt die mit manchen Auflösungen so rum, dass sie nicht will, obwohl das jetzt zum Beispiel gerade eigentlich ein Full-HD-Signal ist, was rausgeht. So, Reboot. So, dann wechseln wir doch einfach mal wieder zu der und dann machen wir das aus und das an. Und dann hoffen wir mal, dass die Elgato jetzt gleich fängt und wir wieder ein Bild auf dem PC sehen. Oder ich tatsächlich vielleicht hingehen muss und die Karte einmal ausstecken und wieder einstecken muss, dass sie nicht abgestürzt ist. Was, äh, noch habe ich kein Signal? Musst du dir so noch zwischenklemmen und dann kannst du das per... Dann müsste ich aber das USB-Kabel zerschneiden und so. Ja, ich fand es überall. Wir sind doch hier im Bastel-Stream. Ja, also ich hoffe, dass ich Zeit nach mir nach und nach für euch hier neues Equipment holen kann. Und dann wird das auch anders folgen. Vielleicht für Leute, die auch nicht unbedingt nur OSX-Interesse haben, sondern vielleicht auch mal WIND 890 oder generell Retro-Hardware sehen wollen. Die können natürlich auch zum Beispiel mal, wenn ich selbst auf meinen privaten Kanal live gehe, ihr findet mich mit den gleichen Namen wie im Forum Kaikun. Auch da mal Retro-Hardware finden, so Ecke, frühe 2000er, Ende 90er, mit sowas baste ich auch gerne rum. So, kriegt sich dieser Rechner jetzt mal langsam ein? Also er ist immer noch am Posten. OS2 Warp, ja, wollte ich mal definitiv mit rumspielen. Yay, wir haben wieder Bildung, auch auf der Capture-Card. OS2 Warp habe ich für mich Interesse rumzuspielen. Vor allem, weil ich tatsächlich auch OS2 Warp Original besitze, dank meines Vaters. Mir fehlt die Hardware dafür. Ich suche irgendwie sowas, sowas wie ein altes Lenovo oder IBM ThinkPad. Ich glaube, T40 oder so waren eine der letzten, die vernünftig supported wurden. Was dann auch keine ATI-Grafikkarte mehr haben darf, sondern die Intel GM950 oder 900 oder so. OS2 Warp ist ja dann da leider schon sehr speziell, aber halt super interessant mal zu machen. So, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe nicht richtig gelesen. Ich mache mal kurz das hier. Und hier war doch was. Bevor updating BIOS 2 FW40, you have to insert EC firmware update tool. Oh, oh. Dual or later versions to avoid for dim DDR incomplete on 3rd gen. Okay. Das ist ein Problem, was ich Zukunft Sky überlassen werde, falls wir jeweils hier einen dritten Generations Ryzen draufsetzen. Falls ihr euch dann dran erinnert werdet und ich mich frage, wieso nichts mehr geht, wisst ihr Bescheid. So, wechseln wir mal hier wieder zu diesem hässlichen blauen Bildschirm. Wir haben jetzt endlich Internet. Somit können wir die Sachen hier wegwerfen. Und wir nehmen uns in Internet Explorer. und gehen auf meine Lieblings-Faulheit-Seite, NiNight. Und damit wir erstmal im 15. Browser haben, nehmen wir hier Chrome. Wir werden definitiv 7zip brauchen. Ja komm, wir nehmen mal Steam mit. Dann können wir unter Umständen vielleicht für Benchmark auch noch ein Game nutzen. Von den Multimedia-Tools brauchen wir nichts. Kanntest du nie neidlich? Nö. So, das brauchen wir alles theoretisch nicht. Greenshot wäre für Screenshots gleich nie ganz praktisch. Und Python. Notepad für Notizen. Der Rest ist eigentlich scheißegal. Also ich packe jetzt eigentlich schon viel zu viel drauf, als ich tatsächlich bräuchte. Aber naja. So, ausführen. Du kriegst dann nämlich so einen kleinen Downloader. Und der installiert die direkt. Automatisiert alle Programme ohne Toolbars, ohne Werbung. Allem pipapo. Also wirklich nur die Programme in den aktuellsten Versionen. Und ihr könnt auch darüber die Programme automatisch aktualisieren. Also das Tool kann viel, viel, viel Zeit sparen. So. Fragt der denn auch nach den Dateifaden? Äh, äh. Also der prügelt alles gnadenlos auf C. Genau. Okay. Aber ich bin so oder so der Meinung, alles kann auf C, außer Spiele. Das sind mir nicht aber auch mögliche Verfechtungen. Das sauberes Windows braucht mir um eine 256-Gig-SSD. Ja. Ich wollte gerade sagen, dementsprechend brauchst du auch eine, ne. Ne. Ich sag mal so, im Durchschnitt ist von mir, mein persönliches Windows ist meist so um die 40-50-Gig groß. Nach Installation vom Programm. Ja, außer ich tue Visual Studio, was ich beruflich auch benötige, weil ich halt auch für meine Firma Softwareentwicklung mache. Ähm. Mit Entwicklungsumgebung und Arbeitstools, dann bin ich halt bei 80 Gig. Aber theoretisch könnte ich auf 128 Gig-SSD auch laufen. Aber, ja. Was ich halt auch verschiebe auf D zum Beispiel immer, sind Benutzerordner. Also ich habe eigentlich tatsächlich nur Windows und die Programme auf C liegen. In Spiele und Benutzerdaten und Downloads halt auf D. Also ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Lüfter laut wird. Ich gucke gerade. Also der CPU-Lüfter, doch, der macht jetzt gut Geräusche. Ich mache mal, just for fun, kurz den Noise-Gate aus. Wenn ich mir nicht meine Hand an... So, und dann gucke ich mal, ob ich das Mikrofon nahe an den Rechner kriege. Ich weiß nicht, ob man es hört im Stream. Aber, ja. Wir installieren jetzt gerade noch Programme. Und der macht schon tatsächlich ein wenig Krach. Jetzt mache ich das neue Gate aber auch wieder an. Was bist du da so am rumtanzen? War man mich gerade... Achso, schade. Gerade war das so schön, wo du das Mikrofon rübergesprungen hast. Hat man mich doppelt gesehen. Einmal bei mir und einmal bei dir. Oh, ich habe übrigens bezüglich des Bremer Stammtisches eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, dann hau raus. Mal so einfach nebenbei reingeworfen. Die gute Nachricht ist, dass wir eventuell demnächst wieder Stammtisch machen können. Die schlechte Nachricht ist, maximal mit fünf Personen. Vorerst. Aber ihr könnt wenigstens. Wir hier in Essen und ich glaube auch in Berlin können aktuell noch gar keine Stammtische machen. Contablo schreibt. Ich habe eine originale Phobus CD von OSWarp3, welche einen Boot-Floppy braucht. Welche auch auf einer CD ist. Aber soweit ich dies auf einen 1,4-Floppy kopiere, hängt sich beim Booten auf. Das könnte tatsächlich unter Umständen eine Rechner-Votos versucht zu installieren sein. Wie gesagt, OSWarp ist sehr, sehr, wir brauchen alte Pentium Hardware oder Pentium 2 ist sogar das höchste der Gefühle. Apfelbaum-Pizza plus Python. Genau. Weil ich noch nicht weiß, es könnte sein, wenn ich gleich noch ein paar CPU-Benchmarks laufen lasse. Und da kenne ich eine schöne mit Python. Deswegen weiß ich jetzt gerade unbedingt, ob ich die mit nutze. Windows bietet die Möglichkeit, die Benutzerordner, Musikdokumente, genau, richtig, zu verlegen. Das ist richtig. Mir empfehle ich aber, das per Hand zu machen. Also wenn ihr im Endeffekt, ich kann es mal kurz zeigen, in euren User-Ordner geht. Moment, jetzt muss ich mal hier ganz kurz Anzeigeeinstellungen. Äh, nee. Ach. Ich hasse Windows. Achso, Windows ist noch nicht aktiviert, das kann ich jetzt gar nicht zeigen. Wie komme ich denn da in den User-Ordner? Ihr könnt hier auf jeden Fall REST-Klick-Eigenschaften machen, Fahrt und den Fahrt verändern, wo das hinzeigt. Macht das nicht über die Metro-Einstellung, also die Modern-UI-Einstellung. Weil der dann nämlich, ähm, nur Verlinkungen, äh, oder die Verlinkungen nicht sauber neu setzt manchmal. Und es mit manchen Programmen dann komischerweise Probleme gibt. Gut. Wir haben aber jetzt erstmal tatsächlich, erst ein Programmchen drauf. Dann hier den Stick mal auch wieder abschließen. Wir haben das BIOS geupdatet. Ähm, das zeigen wir Ihnen gerade. Also, ja. Ähm, so, Bootfloppy, nicht 3. Äh, findet man unter Eigenschaften. Ja, ich, wie gesagt, GeForce, ich weiß, was du meinst, aber ich empfehle es dir, ich lieber die Ordner per Hand zu verschieben. Nicht über die Metro-UI, weil die Metro-UI, äh, für Probleme bei manchen Programmen sorgen könnte. Ähm, gut. Womit fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir machen natürlich erstmal Baseline-Test. Ich, ähm, schalte mal ganz kurz das aus, weil, dann kann ich mich kurz in Steam anmelden und mal gucken, ob es sich lohnt, dass ich irgendein Game runterlade zum Benchmarken. Äh, Counter-Strike finde ich jetzt eigentlich so cool bei der Grafikkarte Mattas. Vielleicht sind das nochmal mit Counter-Strike testen. Äh, ich gucke mal, was ich aber sonst noch griffbereit habe in einer Riesen-Library. Die Contablo schreibt Pentium 3 550, 32 Megawatt, GeForce 4. Äh, mein Main-PC in 2017, was? Ähm, Pentium 3 könnte tatsächlich unter Umständen dein Problem sein, aufgrund der Instruction-Sets, die, ähm, OS2 nicht versteht. Oder unter Umständen auch deinen GeForce 4, weil ich glaube, für OS3 gibt es da definitiv keine Treiber mehr. So. Oh, NumPad ist aus. Ups, äh, okay, so. Klacker, klacker, klick. Ihr müsst euch an eine Schadenstastatur gewöhnen, wenn ihr im Mainstream seid. So. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich so aussehe, als wäre ich eingefroren. Wieso? Oh, Mann, oh, Mann. Weil ich gerade hier die Bilder durchgehe. Achso. Und mich nicht bewege. Weil es tut mir leid, ich weiß, ihr könnt gerade nichts sehen. Oder nur Marvin und mich. Aber bitte hab Verständnis, dass ich nicht mein, äh, Steam-ID zeigen möchte. Auch wenn das im Endeffekt total egal ist, weil jeder, der länger oder so lange wie ich in Form ist und zufällig noch weiß, wie es früher hieß, findet mich auch auf Steam. Äh, so. Oh, Bibliothek, womit könnten wir denn... Ja, VirtualBox ist da harmlos. Äh, VirtualBox, vor allem wenn du da das OS2 Warp auswählst, ist, äh, dann auch mit einem vernünftigen, äh, BIOS und Instructional Set vorgefertigt. So, ähm, gucken wir mal schnell. Was können wir hier zum Benchmark nutzen? Ich glaub, der Witcher wäre echt zu krass für die Grafikkarte. Ähm, Tomb Raider wäre eigentlich eine geile Benchmark, weil die auch schön viel Information mitliefert. Ich hoffe, dass der... Ich hab zwar eine gute Interaktion, aber ich hoffe, dass der Download der Spiele jetzt nicht, äh, den Stream beeinträchtigen wird. So. Dann sehen wir uns später wieder. Und ich denke mal, ne, ne vernünftige Source-Engine-Benchmark sollte reichen. Also nehmen wir jetzt mal Construct Global Offensive. Äh, wo haben wir es denn? Unreal Tournament 2003. Ja, ich glaube, äh, das sollte hier auf diesem Rechner ohne Probleme laufen. Äh, da, Construct.geo. Installieren, weiter. So, und dann können wir nämlich das im Hintergrund schon mal laufen lassen. Pong wäre natürlich auch, glaub ich, eine Top-Benchmark. So. Wie viel Gigabyte laden wir denn jetzt hier runter? Da einmal 10 und da einmal 10. Ach, das geht zügig. Wir laden mit 15 mb die Sekunde. Passt. So, und dann können wir auch das wieder machen. Dann seht ihr auch wieder halbwegs etwas. Dann natürlich Cinebench R20. Nicht R15. Ich glaub, das ist dann auch heute das erste Mal, dass Cinebench R20, ähm, einsetze. Ich glaub, ich hab noch nie mit damit... Äh, was? Jungs, wer hat mit R20 schon gearbeitet und was hiervon sollte ich jetzt nehmen? Achso, Cinema 4D, ah, okay, da. Okay, ich hab's gerade verstanden. Ich sollte vielleicht auch einfach mal lesen. Download für Windows. Ist so schwierig. Ja, nee. Blond und bläugig, wie ich sagte. Und Brille liegt auch noch... Äh, ich hab's sogar im Auto. Da liegt sie natürlich sehr gut. Dann nehmen wir natürlich die, ähm... 2-Gen Benchmark. Denn, auch wenn das unter OS X uns nicht viel nützt, wir können natürlich auch mal Justhoff angucken, ob wir noch ein bisschen Power auch noch aus der Grafikkarte rausquetschen können. Ich würd jetzt hier aber nicht auf die Superposition Benchmark setzen, sondern auf die Valley. Ähm, das ist in etwa von der Zeit, wo auch die Grafikkarte auf den Markt kam. Ich denk mal, Superposition wird die einfach nur kochen lassen. Dann brauchen wir natürlich noch Tools. Wie, ähm... Wie heißt das, nehmen wir denn am besten? HW-Info. Und dann brauchen wir noch den MSI Afterburner. Das sind so meine Tools der Wahl, wenn ich hier Overclocked mache und mir Informationen anzeigen lassen möchte. Der Benchmark läuft doch schon. Du hast Windows doch schon installiert. Äh, ApfelbaumPizza schreibt, schickt gerade ein Chat-Link mit Katzilla. Ähm, ich denke mal, das ist ein Filezilla-Klon für OSH, äh, OSWARP. Achso, als Benchmark. Okay. Äh, können wir uns definitiv gerne mal angucken. Warte mal, Katzilla. Katzilla.com, yes. Okay, die kenne ich tatsächlich nicht. Die scheint aber auch so richtig schön, den Rechner gar nicht kochen lassen zu können. Ja, komm, ihr habt es ja vorgeschlagen, also... Get it. Wo haben wir denn hier da... Nee. Nein. Doch, komm, wir probieren die mal. Was soll passieren? Im schlimmsten Fall steigt hier gleich neben mir eine kleine Rauchwolke auf und, äh... Okay, euer Benchmark Katzilla 4K. Ähm, das ist eine reine 4K-Benchmark. Die kann ich gerne da drüben laufen lassen, aber nicht auf den, glaube ich. Läuft. Ich glaube, jetzt müsste ich meine Interleitung auch ganz schön gut, ähm, am Kochen haben. So, ähm, wir brauchen Afterburner primär als Hardware-Monitor. Wir brauchen HW-Info auch als Hardware-Monitor, weil der uns auch noch ein paar andere Sachen ausspucken kann. So, äh, ich bin zwar eigentlich kein Fan davon, was bei Chip runterzuladen, aber jetzt für die Schnelle... Äh, ich bin gerade echt nur, dass ich noch UBlock Origin installiere. Diese Werbung! Und diese Musik, die auf einmal spielt. Das, das Witzige ist, bei Chip zum Beispiel, ne, die sage ich, da mache ich erstmal kompletten Browser-Mute draus. Ich habe gerade, äh, Ton generell auf dem Rechner gemutet. So, äh, ich wollte noch was drunter. Genau, AIDA. AIDA. Wieso AIDA? AIDA hat einen relativ guten, ähm... Äh, Stresstest für PCs mit Racer on Board. Äh, der mit euch auch etwas, äh, oder besser ist als Prime. Prime, ähm, haut ja wirklich einfach nur hoch und kann mit euch auch wirklich auf neueren Systemen, die ja Hardware von VRMs auf, äh, auf dem Mainboard kaputt machen, tatsächlich. Ähm, habe ich leider schon selbst, äh, erleben dürfen. Und deswegen, ja, nicht gut. So, ähm... Contablo, mir fällt gerade ein, mein Mainboard hat extra ein Ruhes, zwei Optionen, irgendwas mit vielen... Ja, diese, diese Legacy Option, genau. Äh, Ray Jones, aufhör, privat kein Piehole am Laufen. Ähm, eigentlich schon. Äh, ich kann das aber kurz erklären. Ich habe zwei Internetleitungen, ähm, leider, was ich sage, aber aus Berufs wegen, ich habe, ähm, bei einem Kabelanbieter eine 500 Mbit Leitung und bei, ähm, von meiner Firma aus eine 100 Mbit VDSL Leitung. Diese laufen beide in einen reinen Modem-Modus auf einen speziellen Ubiquity Edge-Router und laufen in Lobe-Berlinksung-Setup. Primär eigentlich als Failover und weil ich diverse Geräte über einen V-Laden nur auf eine gewisse Internetleitung routen muss und auch wegen VPN, ähm, andererseits eben halt auch, weil ich dadurch mehr Performance habe. Weil ich habe einfach dadurch 100 Mbit Upload, wenn beide Leitungen zusammenlaufen und, äh, 600 Mbit Download. Und, äh, Piehole kommt nicht wirklich gut mit Load-Banningsen klar. Das heißt, ich habe auf einer Leitung tatsächlich Piehole laufen, das ist die Kabeleitung. Wir arbeiten aber hier gerade, was DNS-Anfragen geht, über die andere Leitung primär einfach, ähm, weil ich so den Twitch-Traffic von den neuen Web-Traffic trennen kann. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Ähm, ich habe sowieso immer, weil ich halt nicht immer zu Hause bin, Ublock Origin auf meinem privaten PC mit installiert, kommt man ja nicht drum herum, wenn man mal unterwegs ist. Man kann ja nicht überall Piehole haben. So, jetzt muss nur die Unigine Valley downloaden und ich gucke mal nebenher kurz, ja, das ist aus, was die Games machen. Die sind auch schon fast runterfertig geladen. Ja, definitiv spannende Konfiguration, macht auch gerne mal Kopfschmerzen, der ganze Spaß, ähm. Ja, wenn man dann mit Kai so zwischendurch mal ein bisschen mehr zu tun hat, dann hört man das auch. Komm, äh, das Lustige ist, diese Konfiguration ist eigentlich nur drauf gewachsen. Als ich hier in der Wohnung eingezogen bin, äh, gab es mit meinem privaten Internet-Anbieter, was das Kabelnetz hier in meiner Gegend ist, äh, massive Probleme. Weil die Vermittlungsstelle hier in diesem Dorf massiv überlastet war. Wahrscheinlich habe ich damit auch gut zu tun gehabt, ähm, sodass ich eigentlich kein Internet hatte. Und, äh, ja, dann habe ich halt, wie gesagt, noch die Leitung von meiner Arbeit bekommen und jetzt sind beide Leitungen perfekt am Laufen. Aber eine ist halt kostenfrei. Wieso sollte ich sie nicht noch nutzen? Die 600 Mbit laufen in der Leitung, die da hinten über der Tür vernagelt ist von GeForce. Ja, nee, ähm, da hinten an der Tür läuft ein 15 Meter HDMI-Kabel plus drei Boxenkabel lang, weil ich habe noch keine Kabelkanäle angebracht, um alles schön zu machen. Weil hier über mir ist so ein Riesenregal und ich habe halt auch ein Leinwand da hängen und deswegen ist meine Anlage und meine Konsolen und mein Media Center und mein Beamer alles in so ein Regal. Aber für die Boxen vorne müssen und den Fernseher, für wenn ich nicht den Beamer machen muss, wir müssen ja irgendwie die Signale auch nach vorne, deswegen, ja. Also, ähm, Main-E-Fact, Hier in meinem ganzen Wohnzimmer-Büro läuft einmal an der Wand entlang ein Kabelkanal und einmal über die Tür. Ich bin hier, es ist rundum verkabelt. Äh, genau, danke für den Link. Äh, Apfelbaum-Pizza und Ray-Jones-Official-Vila, also V-Land-PfSense hat bei, hat mir ein paar gute Haare mehr verschallt, graue Haare mehrfach. Aber, ja, also gut, ich mache es beruflich oder ich habe halt beruflich damit zu tun, dass ihm ging das zum Glück, aber, ähm, ich war auch erst nur, wenn ich PfSense oder, ähm, OpenWRT einsetzen soll. Ähm, aber ich habe mir dann gedacht, okay, ich habe keinen Bock, jetzt noch einen Rechner mehr per Minute laufen zu lassen, weil ich habe hier unter mir noch einen fetten NAS-Server-Schräg-Schräg-Rechner stehen. Mein Rechner ist häufig an und Strom ist so schon bei mir teuer, deswegen habe ich mich diesmal für ein Ubiquity-Produkt entschieden, was mich jetzt auch privat dazu gebracht hat, mehr Ubiquity-Produkte zu kaufen, wie zum Beispiel den, ähm, WLAN-Accesspoint-AC-Pro und mir vielleicht noch ein Ubiquity-Switch mit, ähm, PoE, weil ich habe einige PoE-Geräte hier stehen. Ja, äh, wer da Interesse hat, äh, kann, ich kann bestimmt bei mir auf dem Kanal mal damit einen Stream machen oder falls wirklich auch im Bereich des Hackintosh-Forms da massiver Interesse besteht, kann man vielleicht mal koordinieren oder planen, dass man vielleicht auch, äh, netzwerktechnisch mäßig mal vielleicht einen Stream hier macht, falls da genügend, ähm, Interesse besteht. Der, der auch schreibt, die AC-Pro ist sehr gut, ja, sind halt nur leider schweineteuer. Also, äh, man kann natürlich den AC-Pro oder AC-Lite nehmen, der ist irgendwie 89 Euro, macht aber dann, äh, durchsatzmäßig nur 700 Mbit rund, ähm, da ich aber in fast allen meinen WLAN-Geräten, äh, WLAN-AC-1200 Mbit-Karten verbaut habe und die in der Theorie hier tatsächlich auch ziemlich gut funktionieren, weil ich habe zwar dicke Wänder, aber die Signale kommen gut durch, ähm, werde ich mir wahrscheinlich einmal wenigstens einen ganz teuren AC-Pro kaufen. So, wir labern hier mit, also sind die Steam-Games schon fertig, die andere hier, Union Valley Muxit mit 500 Kilo Bits vor sich hin, dann können wir einfach schon mal den ganzen Scheiß installieren. Backup-Strategie über Fritzbox, äh, äh, nein. Ähm, Backup-Strategie ist tatsächlich bei mir ein, ein Cloud-Hosting-Anbieter, äh, zusätzlich zu einem privaten, ziemlich fett aufgesetzten Server, also mit viel Festplatten-Speicher und halt hier unterm Tisch stehen bei mir jetzt knapp 50 Terabyte-Speicher, also auch mal eben so Backupen macht auch generell nicht mehr allzu viel Spaß, äh, das dauert ziemlich lange, deswegen, äh, gibt es mir also auch die Strategie-Kalt-Backup auf Festplatten, die dann bei Papa oder Mama liegen und, äh, alle paar Wochen mal aktualisiert werden und dann ausgetauscht werden. So, die erste Benchmark ist am Installieren, wir können hier schon mal Ida mit installieren. Mein Sohn kommt nur vorbei, wenn er Backups machen will. Ja, was willst du sagen? Nein, also mit meinem Vater treffe ich mich auch so häufig, bei meiner Mutter war ich heute Morgen, weil sie mal wieder ihren Laptop-Kaffee getränkt hat. Lustigerweise ist das, äh, nicht der erste Laptop, den die, glaube ich, ertränkt. Ich glaube, den 4G zu Siemens Laptop, also wir hatten mal ganz, ganz früher so einen AMD Adlon 2400 4G zu Laptop mit 256 MB RAM und WinXP, glaube ich. Ich glaube, den hatte die auch getränkt. Also, Dave, ich finde, ich finde, OpenWRT geht als kostengünstige Lösung auch ganz gut. Ja, ich habe, wie gesagt, hier für unsere Standtische, wir müssen euch halt für Bremen auch mal einen, so einen Bass und für Berlin auch, hier läuft OpenWRT drauf. Es ist halt endgeil. Aber aufgrund der Performance, die ich halt für das Lautbildungsmögliche benötige, hätte ich einen richtigen Rechner hinstellen müssen, mit einem Intel Celeron Prozessor und Minimum 4 oder 8G RAM und das wäre einfach strommäßig sinnlos gewesen. Warte mal, du hast Gehäuseteile aus Lego gebaut? Also, ja, hier ist ein Pi Zero. Ich kann das mal zeigen. Warte, warte. Plum. Da haben wir... Na, ich sollte auch den wieder ausmachen. Ähm. Was habe ich jetzt runtergeworfen? Achso, okay. Juhu, ich darf nachher noch hinter meinen Schrank klettern. Okay, dann wechseln wir mal hier rüber. Äh, für die, die es interessiert. Und ein TP-Link Archer C7 oder AC1750. Ähm, mit OpenWLT geflasht, der WLAN etc. macht. Jetzt, ach, eine Hand ist schwer, weil das Ding hat echt Gewicht. Wir lassen auf dem Stammtisch halt an dem Pi, ähm, an dem Banana Pi HDMI anschließen. Dann sehen alle das WLAN-Passwort und so. Das Ganze ist stark miteinander verwochten und kann auch komplett über ein Netzteil, was 12 Volt ist, befeuert werden. Ähm, es war mal die Planung hierfür, ähm, ein 3D-Gehäuse zu drucken und alles in ein schönes Gehäuse reinzumachen. Das Problem ist, uns fehlt die ganze Zeit jemand, der das vernünftig designen könnte, den ich das Ding vertrauenswürdig zuschicken könnte und der vielleicht auch uns das drucken könnte. Und deswegen, ähm, ist das alles... Drucken wäre kein Problem. Ja, ich werde mir bald auch einen 3D-Drekord holen. Ähm, deswegen ist das alles mal irgendwann mit Lego-Sachen gemacht worden. Und man ist einfach überhaupt erstmal generell in einen, äh, ja, in einen Status zu bringen, dass man es transportieren könnte. Oder es ist der seit anderthalb Jahren im Einsatz und leitet so dermaßen gute Dienste, dass wir uns den von den Essener Stammtischen gar nicht mehr wegdenken können. Und wie gesagt, ähm, eigentlich war mal die Planung, dass wir für alle Stammtische so ein Ding bauen. Ähm, und wenn die Stammtische gleichzeitig sind, sind die alle mit einem VPN auch verbunden. Das heißt, man könnte auch Plan-Party-mäßig alle mal fett zusammen über die Stammtische hinweg kommunizieren. Aber gut, danke. Äh, dazu wird es definitiv auch noch einen Stream geben. Mehr will ich aber noch nicht verraten. So, jetzt machen wir das, und das, und das. Okay. So, dann kann ich die Idee wieder wegpacken. Auf der richtigen Szene, ja. So, weiter Benchmarks installieren. So, weiter, weiter, weiter. So, was ist denn jetzt wieder im Chat, wo alles passiert? Ähm, Ray Jones schreibt, ich nutze Synology-Router. Ja, RT-2600AC und ein Synology-NAS. Äh, ja, die Synology-Router-Dinger wollte ich mir irgendwann auch mal angucken, ähm, wenn entweder mein Chef sagt, okay, ich krieg Budget dafür, oder wenn mir so ein Ding einfach mal in die Finger fällt. Äh, OpenWRT habe ich jahrelang genutzt. Sehr gute Lösung, ja. Ähm, Dr. Stein fragt, hast du Grit mal gefragt? Mit Grit ist das ganze Ding entstanden. Ähm, genau, die hat man jetzt einen 3D-Drucker, aber der ist zu klein. Äh, GeForce, ich hab mit meinem Arzt gesprochen, bloß meiner, bloß meiner Frau darf ich nix davon erzählen. Ich treffe mich in Bremen mit Leuten, die etwas aus Lego bauen, um die Welt zu verändern. Das wird meine Frau nicht verstehen. Okay, jetzt bin ich neugierig. Ray Jones, wird es vielleicht mal einen Stammtisch im Leipziger Raum geben? Ähm, du kannst natürlich auch einen gerne versuchen zu planen. Ähm, setz dich gerne mal mit, äh, den Griffen im Forum zusammen, oder schreib ihn mal an. Und, ähm, vielleicht sagt er dir, dass du einen Stammtisch gerne auch in Leipzig organisieren kannst. Wichtig ist halt, dass du eine zuverlässige Location hast, dass du, äh, da auch gewillt bist, regelmäßig die Orca für zu übernehmen. Und dann lässt sich da bestimmt auch was machen. So habt ihr das ja, glaube ich, auch mit Bremen gemacht, ne? Da kam ja dann damals ruhig der Uwe, und du hast dich dazu gesagt. Ja, beziehungsweise, äh, fing das ganze Tatsache damit an. Uwe hatte mich, ähm, angefragt. Der kam, äh, ich muss jetzt ganz weit ausholen, theoretisch. Also, ich bin ja irgendwann dann mal 2016, 15 im Hackintosh-Forum reingekommen. Äh, hab dann angefangen, so als kompletter Vollnoob und, äh, keine Ahnung von nichts. Jetzt, gut, ist jetzt nicht anders, aber, ne? Ähm, mal einen Hackintosh auszuprobieren auf einer AMD, auf einem Bulldozer. Und auf einem Medion-Laptop. Der Medion hatten wir heute schon lange als Thema. Ähm, funktioniert. Keine Frage, funktioniert. Clover drauf, äh, ich glaube, Catalina lief sogar zu. Zuletzt auch noch drauf. Ähm, alles geil. Und ich hab's nicht geschissen bekommen. So, und dann hab ich halt geguckt gehabt, gefragt gehabt, einen Post reingestellt gehabt. Äh, ein paar Leute haben dann gesagt, ja, probier mal dies, probier mal das, probier mal jenes. Und dann sitzt du da so als vollkommener Noob. Und denkst du nur so, ja, das ist toll, was die doch schreiben. Ich verstehe aber noch nicht mal mehr als ein Viertel. Und dann hat sich, äh, Uwe Tatsache angeboten, Hilfe vor Ort zu leisten. Äh, das war kurz vorm Urlaub, den ich gemacht hab, dann bin ich hingefahren. Da haben wir erstmal den, äh, das Hackbook, äh, gehackt. Und dann war erstmal ganz lange Zeit totenstille von meiner Seite aus, weil viel mit Arbeit war. Muster 48, danke für den Sub. Äh, nicht Sub für den Follow. Subs haben wir ja noch nicht. Da arbeiten wir dran. Ähm, und auf jeden Fall, irgendwann bin ich dann mal wieder im Hackintosh-Forum aktiver geworden. Das war jetzt vor, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahren. Und, äh, mit Uwe hatte ich so ganz sporadisch mal immer zwischendurch Kontakt. Und da hat er mich einfach gefragt, du, wie sieht's aus, äh, bist ein fein Kerl, äh, hättest nicht Bock, mit mir zusammen einen Stammtisch in Bremen zu machen. Und da hab ich gesagt, ja, du, kein Ding. Neue Leute kennenlernen, müssen mal was anderes haben. Mach aber. Ja, und, äh, jetzt können wir eigentlich, äh, relativ stolz auch behaupten, dass wir aktuell, äh, ich glaube, Spitze waren 16 Leute auf einmal am Stammtischabend da hatten und auch halt einen sehr festen Kern haben, was, äh, der immer wieder kernd ist. Also, ich glaube, wir sind bis jetzt immer sieben oder acht Leute gewesen. Darunter haben wir tatsächlich auch einen, äh, Rollifahrer, äh, der bei uns, äh, liebevoll Professor X genannt wird, ähm, weil wir eine barrierefreie, äh, Location haben. Und, äh, ja, dementsprechend, also, man muss eigentlich nur gucken, um das Ganze mal eben, äh, abzukürzen. Brauchst eine geile Location, du brauchst am besten noch jemand mit einem Orga-Team, dass du nicht ganz alleine auf dich gestellt bist, weil viel halt auch mit, ähm, man muss halt mal auch ein bisschen was aus dem Privathaushalt mitbringen. Ein Switch, ein paar Kabel, Monitore, alles schon gehabt, ähm, aber ansonsten, wenn man da einen guten Teamkollegen hat. Wir sind jetzt tatsache drei Leute, die, äh, die Orga machen, beziehungsweise eigentlich vier, aber es sind aktuell drei aktiv, äh, und wir haben da Spaß dran. Und wir warten eigentlich nur noch darauf, dass wir von unserer Einrichtung die Freigabe kriegen, dass wir wieder ran dürfen. Ja, so ähnlich ist es halt auch, äh, bei uns auf dem Essener-Stammtisch, ne, äh, da haben wir natürlich das, äh, Core-Team auch mit bei, ne, also, da ist halt der Griven mit bei, da ist der Sascha77 mit bei, da ist, ähm, ähm, der Coaster mit bei, da ist der Erregator mit bei, da bin ich mit bei, ne, da haben wir also auch viele Teammitglieder mit dabei. Das ist halt auch der größte Stammtisch mittlerweile, äh, relativ zentral hier in Deutschland. Und, ähm, ja, da ist es halt auch mehr so ein bisschen was größer geworden, auch aufwendiger, also mehr so sind dann schon mehr, schon Mini-Hack-Cons. Und, ähm, auch sehr beendet mit gerecht, weil wir eben halt da in einem Perfekt-Haus und Essen sind. So, Ray Jones, ähm, das ist eine gute Idee, die ganze Elite. Okay, ich hab jetzt in der Zwischenzeit schon mal ein paar Sachen eingestellt, ähm, ihr seht, z.B. MSE Afterburner kann bei Ryzen CPUs, je nach Bord, die CPU-Temperatur z.B. nicht auswesend, dass wir nutzen wie HW-Info. Genau, weil wir halt HW-Info halt, äh, auch Minimum, Max & Current anzeigen kann, sowie Average. Und uns auch die Core-Voices etc. anzeigen, dass wir uns hier eigentlich tatsächlich CPU-Auslassung und, äh, den Takt anzeigen. Wobei der Takt anscheinend, wenn ich das gerade richtig sehe, falsch gezeigt wird. Das ist leider ein generelles Problem mit den Ryzen CPUs. Genau, hier sehen wir 2,4 Gehz, er denkt. Wir wären gerade bei 270 Megahertz. Äh, ja. Äh, gut. Aber hier ist cool, wir sehen GPU-Temperatur. Da sind wir gerade beim mühlichen 30 Grad und die Auslastung. Ich hab hier mal, ähm, die Sets offen gelassen, wie wir ja schon gesagt haben. Wir haben ein AMD Ryzen 5 2400 in der Raven Ridge Variante in 14 Nanometer. Das heißt, es ist schon der Refresh. Ähm, hier haben wir auch nochmal den RAM. Das sind 2 8-Gig-Module von G-Skill. Clock 1066, natürlich mit Multiplikator, ein Pipaposens, äh, 3200 mit CL16 Timings. Wo, wobei, wenn ich mir hier die Liste ansehe, unter Umständen können wir ihn außerhalb der, der XMP-Profile, wenn wir den RAM ein bisschen langsamer tacken, vielleicht sogar mit CL10 theoretisch betreiben, was übertrieben wäre. Äh, aber vielleicht werden wir ein bisschen untertacken und so, dass wir auf CL15 oder 14 kommen. Oder undervolt. Wir müssen mal gucken, wie der RAM sich nachher schmiegt. Wie gesagt, bei mir ist das schon etwas länger her mit AMD Overclocking. Das ist leider nicht ganz identisch zu Intel. Und hier sehen wir auch noch... Ich hab noch einen Bulldozer. Und hier haben wir noch, äh, Informationen zu der Grafikkarte. Das ist die Asus GT 730 SL. Ähm, SL ist, glaube ich, für die Slimline Edition oder so. PCI Express 2.0 X8. Ihr habt ja vorhin auf der Stream gesehen, dass sie nur so ganz kurz den PCI Express Slot anschließt hat. Mit 2 GHz Arbeitsspeicher. Ähm, 8 ROPs und 12, äh, 32 TMUs. Äh, das zeigt dann, dass es eine Kepler-Karte ist. Und somit eigentlich mehr Groß-X-Kompatibel. Gut. Wir können jetzt hier theoretisch mal diese Fenster alle schließen. Das brauchen wir nicht mehr. Dann brauche ich nochmal Afterburner, denn Afterburner können wir uns nämlich auch... Ups, nee, das wollte ich jetzt nicht. Den da wollte ich. Denn Afterburner können wir auch nutzen, um uns gleich die Stats anzeigen zu lassen. Dann nehmen wir einfach mal die Taste, die Taste und die Taste. Ähm, hm, hm, hm. Okay, das müsste eigentlich ausreichen. Und, äh, genau. Ach nee, da müssen wir uns noch ein paar Sensoren aktivieren, damit das natürlich, äh, wieder richtig funktioniert. Überwachung, dann brauchen wir nämlich auch... Ähm, bbbbbbb, bbb, bbbbb. FBE-Nutzung Wirtbus, Speicher-Auslastung. Genau, dann sehen wir auch mal wie der RAM belegt ist bei den Benchmarks. Genau, dann brauchen wir CPU-Auslastung haben wir drinnen. Irgendwo hier müsste auch FPS noch sein, Framerate, Framerate, Avage Max, so 1%, dann sehen wir mal genau, was das Ding gleich leistet, übernehmen, dann können wir das hier auch mal kurz, wenn es überhaupt reinpasst, ja, so gerade eben, so, und dann würde ich sagen, fangen wir erstmal gemütlich an mit Cinebench, denke, das ist für die meisten am interessantesten, ist ja auch das, was theoretisch unter Mac am meisten dann am Ende benutzt wird, nämlich die CPU, das ist ja auch das, was am meisten übertakten werden, aber auch, ja, wir gucken einfach mal, was heute klappt, so, leider tut sich der MSI Afterburner primär immer in den Vordergrund schieben, und ich würde sagen, wir sagen einfach mal Run, und während das Ganze durchläuft, bin ich mal kurz weg und lasse euch mit dem Marvin alleine. Oh, ganz schlechte Idee. Ja, Hallöchen, wir sehen hier ganz viele tolle Zahlen und Fakten, und ich habe keine Ahnung, ich habe eigentlich gar nicht so viel Ahnung davon, ist wie in meinem Job, ich tue immer nur so, ein souveränes Auftreten suggeriert den Personen, dass man irgendwas weiß. Ja, nee, ich bin auch gerade etwas abgelenkt vom Bilderbearbeiten, deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen ruhiger, auch wenn man es vielleicht nicht hört. Wie ist denn bei euch so aktuell die Lage, einfach mal so stumpf in den Chat gefragt, was macht ihr gerade außer dem Kai beim Basteln zugucken? Ich kann leider gar nicht so viel reden wie der Kai, der Kai, der kann über alles reden, ich nicht. Da ich eigentlich eher Gameplay-Streaming mache und mich mit Hardware, wie gesagt, so überhaupt nicht auskennen. Aber da kommt der Kai schon wieder, der rettet mich gerade. So, erstmal wieder alles anschalten, ich hoffe man kann mich wieder hören im Stream. Ja, achso, das wollte ich nicht. Ne, man sieht mich nicht, oh. Wait, was habe ich jetzt gemacht? Falsche Szene umgestellt. Ja. So, ja, ich habe dich ja die ganze Zeit gehört. Achso. Das ist wirklich Funk-Kopfhörer. Ja, Spiegel und hier. Du, bei mir ist das nicht anders, ich labere auch einfach nur vier, damit ich suggeriere, jetzt hätte ich eine Ahnung und ich labere einfach drauf los und reagiere einfach drauf, was ich sehe. Du hättest den ersten Test-Stream sehen müssen, da habe ich mir die Themen aus der Nase gezogen, jetzt habe ich ja wenigstens etwas leicht vorbereitet. Ja gut, ich mache das ja meistens so, ich starte den Stream und habe jemanden dabei. Ach, echt? Das macht es natürlich einfacher. Was? Don't starve together. Schönes Spiel, ich habe keine Ahnung davon und werde eigentlich von Shelly nur angemeckert. Nein, Quatsch. Ich versuche gerade ein Spiel zu spielen, wo ich überhaupt keine Ahnung davon habe und eigentlich alles falsch mache, was man falsch machen kann. So, wir haben übrigens die ersten Benchmark-Ergebnisse. Und grundsätzlich muss ich mal sagen, wir haben ja jetzt 1788 Punkte bekommen. Wenn man überlegt, wir sind etwas besser als der Core i7 aus der Skydecke zum Mobile, was auch ein richtiger Quad-Core mit Hyper-Thirding ist. Aber für einen ultimativen Bruchteil des Preises. Und da sieht man einfach, Ryzen und AMD ist da echt genial. Was wird denn allgemein so getrunken? Bei mir jetzt gerade Cola, aber ich werde mir gleich ein Bier holen. Bei mir ist es ein Mixgetränk aus dem Hause teuer und süß. Schmeckt nach einem Cola-Erfrischungsgetränk und Orange. Ich meine, ich trinke es ja auch so, dass man sieht, was ich trinke. Dementsprechend. Aber, nach der Benchmark sehe ich schon, ich glaube, wir werden nicht wirklich weit mit dem Boxkühler kommen. Entweder haben wir ganz schön viel Pech in der Silicon Lottie gerade mit dem Chip oder der Boxkühler ist einfach total überfordert mit dieser CPU schon. Denn, TJ, wir haben Maximum 76 Grad erreicht. Auf Base Clock. Trockeneis. Joa, klar, wenn du hast, immer her damit. Lege ich gerne drauf. Ein bisschen Vaseline aufs Mainboard, damit da keine Kondensation... Kennst du das nicht? Nee. Okay, du hast ja das Problem bei Schickstoffkühlung und Trockeneiskühlung, dass dir irgendwann Kondensation auf deinen Mainboard kommt und dein Mainboard kaputt gehen würde. Damit das nicht passiert, tust du Papiertücher und Vaseline. Dein ganzes Mainboard und Vaseline einspinseln, damit die Kondensation nicht auf die Elektronik kommt. Also ich habe das letztens gesehen gehabt, was hatten die gemacht? Die hatten mit einem Piezo-Dingens hier Element... Peltier-Kühler, ja. Ja, genau. Hat der ja auch einen Kühler gemacht. Mhm. Und der hat tatsache die Komponenten rund um die CPU mit Nagellack eingestellt. Wäre auch eine Möglichkeit. Der Vorteil ist, bei Vaseline, du packst das Mainboard in die Spülmaschine und holst es danach wieder sauber raus. Was? Ja? Ich packe doch nicht mein Mainboard hier. Doch, kannst du. Oh, schön. Schön bereich ich gerade. Wichtig ist, dass du natürlich jetzt keinen Spieltab oder so dabei tust. Kein Spülmaschinen, Salz, kein gar nichts. Es ist wirklich nur das Wasser da drin ist. Und natürlich keine anderen Sachen. Du machst eigentlich nur das Mainboard da drin. Die verschreibt übrigens gerade, ähm, entsprechend einem i7-6700K gibt es billige Rose vom Aldi. Okay, ich verstehe jetzt nicht, was damit gemeint ist. Genau wie die CPU geht immer. Äh, okay. Äh, ich komme nicht hinterher. Äh, lecker Füchse-Night-Auster-Flyer. Oh, Night-Flyer-Witz, wenn ich was vorbeibringen, bin ich total dabei. So, Stock plus Boxes. Wir machen uns natürlich Notizen. Ich hätte noch, äh, schönes Bier vom Hurricane Festival 2019. Äh, aber da ich ja Notdienst habe, werde ich mich leider mit meinem, äh, Limonaden-Erfrischungsgetränk vergnügen dürfen müssen. So, ich schreibe auch die Temperaturen neben der Punktzahl. Ähm, hier schreibe ich aber eben halt dann die, ähm, Maximaltemperatur. Nicht die Durchschnitts- oder sonst noch wirklich die Maximaltemperatur auf. Wir hatten vorhin übrigens eine Durchschnittstemperatur von 41 Grad. Oder wir haben aktuell 41 Grad Durchschnittstemperatur. Was wir jetzt natürlich machen, äh, um ein genaues Ergebnis zu machen, wir lassen diese Benchmark noch zweimal durchlaufen. Und gucken, was dabei passiert. Mein ist Rosé, schreibt der Mocker. Äh, der Bauer ist ein Profi in Sachen Overcrow. Ja, der ist wirklich, äh, eine Koryphäe, was das angeht. Bei dem habe ich das, glaube ich, auch mit der, äh, mit dem Nagellack gesehen gehabt. Ähm, nee, der nutzt eigentlich Vaseline. Ja? Ja. Bei wem war'n das nochmal? Ich muss aber tatsächlich sagen, äh, Cinebench R20 haut die CPUs echt gut rein. Wenn ich überlege, dass die R15 bei solchen CPUs innerhalb von wenigen Sekunden durch war. Und ich war ja jetzt gerade mal für kleine Männer. Ähm, und kam wieder und der war noch am Rattern. Also, krass. Aber, ähm, ich bin da so viel am Reden. Ich brauche ja auch Cinebench R20. Mütter, fahr'n. Oh, das ist ein geiler Sender. Kenne ich auch. Ist, ach, ja, deine Kühlschrank-Alarmanlage, ne? Ja, die anderen haben das natürlich nicht gehört, weil, äh, der Marvin hört mich hier über das Funk-Headset. Und, äh, mein Kühlschrank geht nur mit der Quietsche auf. Ach, ach so, du, ja, okay. Übrigens, StuhlTV, Copyright by Gronkh. Contao, PC-Welt hat für Höllmaschinen-Nagellack gebenutzt. Diese Höllmaschinen-Sachen von PC-Welt, die regen mich so auf, weil die da Teile reinpacken. Einfach nur auf teuer. Anstelle mal darüber nachzudenken, dass man für das Geld weitaus was Besseres oder mehrere bessere Sachen baut. Oh, gut, das ist ein Thema, das, äh, ich bin, finde generell die deutsche, ähm, Zeitschriften-Landschaft für PC ist sowieso eigentlich nur Abzockung für Arsche pur, ne? So, Chip-PC-Welt. Also, da war, wenn ich mir überlege, wie das in den frühen 2000er waren, wie das jetzt ist, ne? Die sind alle auf Computerbild-Niveau. Äh, Roy Jones schreibt, das war ein Nagelack fürs Köpfen, Flüssigmetall. Da ist das tatsächlich angebracht. Ähm, da ist das auch richtig. Stimmt. Stimmt, genau, ja. PC-Welt hat mal gesagt, dass die nur die Teile verbauen können, die die von den Herdscher gestellt bekommen. Jein. Ja, jetzt bin ich am unterlegen, wie ich das am besten, also, ich habe um diverse Ecken rum ein bisschen Insiderwissen. Ja, richtig, die kriegen die Sachen gestellt, die fordern die aber auch so an. Also, es ist nicht, dass die sagen, wir wollen eine Hüllmaschine machen, was wollt ihr uns schicken, sondern die sagen, wir machen eine Hüllmaschine, schickt uns bitte das und das. Und die Hersteller sagen natürlich ja, weil die wollen ihre Namen und ihre Artikel dort sehen und nicht die von ihren Konkurrenten. Mitbewerber. Konkurrenz gibt es nicht. Zweiter Test durch, 1776 Punkte, wie viel hatten wir gerade? 1788 und da sehen wir, umso häufiger wir jetzt die Benchmark rauflassen, umso wärmer die CPU wird, umso weniger Punkte kriegen wir. So, wir machen das jetzt noch ein drittes Mal und dann gucken wir mal, welchen Wert wir nehmen. Der GeForce fragt gerade, was ist Köpfen der CPU? Da würde ich dir, wenn du mir ein paar Sekunden Zeit gibst, dich auf unseren YouTube-Channel am besten mal verweisen. Ich kann gerade nur mit einer Hand tippen. Dann zeige ich euch mal kurz das Laptop wieder. Wenn du hier auf Videos gehst und auf die HackCon-Videos guckst, da haben wir hier CPU-Dealing mit DSM-2, unseren schönen Alex aus dem Forum. Letztes Jahr auf der HackCon meine und auch von anderen Usern die CPUs geköpft. Da wird die CPU genommen, von ihren Heatspreader gelöst. Geht nicht bei allen, weil die neueren CPUs sind ja wieder verlötet. Da drin ist auch Wärmeleipaste. Diese wird entfernt und durch Flüssigmetall ersetzt und dann werden die wieder zusammen gemacht. Bei manchen CPUs hast du aber elektronische Kontakte noch dazwischen, damit das Flüssigmetall diese nicht berühren kann und beschädigen kann. Wenn diese mit Nagellack überstrichen, damit die isoliert sind und wenn dann das Flüssigmetall aufgetragen worden ist, wird der Heatspreader wieder mit Silikon festgeklebt und dann kannst du die CPU wieder einbauen und sie kühlt weitaus besser. Ist ein spannender Vortrag, ist auch ein bisschen was länger mit einer Stunde, weil das Ganze live an einem i7 der vierten Generation gemacht worden ist. Ich habe mir an dem Tag auch meine CPU von ihm köpfen lassen und ich hatte vorher ziemlich Pech mit meiner CPU. Ich habe 30 Grad im Durchschnitt bessere Kühlung als vorher. Wie gesagt, hier muss man sagen, ich hatte massiven Pech mit der Silicon Lot oder eher gesagt mit der CPU selber, dass sie schlecht verarbeitet war, was das Thermal Interface Material anging. Deswegen im Durchschnitt erzielt man aber 15 Grad bessere Kühlung. Schraubvorrichtung wird der Heatspreader, genau, das ist der Prozess des Köpfen selbers. Aber overall, ich kann es dir empfehlen, geh einfach auf yt.hackentosh-forum.de. Dann brauchst du nicht diesen ellenlangen Link dir nehmen, Videos, Deleting oder auch gerne dir die ganze Playlist angucken. Wir hatten ja mehrere interessante Vorträge auf der HackCon. Und dann kannst du die alle da auch nachgucken, dass bestimmt noch ein paar Themen bei, die auch so interessant sind. So, mittlerweile ist die nächste Benchmark fertig. Und wir sind jetzt bei 1776, also das ist gleich geblieben. Und Temperatur auch. Also nehmen wir den ersten Wert, der ist, denke ich mal, am idealsten. Schönen wir das mal ganz. Du wolltest aber gerade was sagen. Ja, und zwar schreiben alle oder sagen alle Heatspreader. Ich persönlich stand nämlich eine lange Zeit davor und habe mich gefragt, was ist ein Heatspreader? Nur zur Erklärung, falls jemand das nicht weiß, das ist dieses Alu-Ding, was auf, oder Alu, ja, Alu-Kupfer-Gemisch-Zeugs-Dingens, was oben auf der CPU drauf ist. Sprich, da wo im Endeffekt dann ganz, ganz, ganz fein drauf gelasert ist, i7-9 irgendwas, schieß mich tot und die ganzen Infos. Das Ding wird abgemacht und dann, das ist die exakte Beschreibung, wie man sowas macht. So, jetzt dürfen uns noch die, ähm, nach, es fehlen Sachen. Ich muss noch was nach, äh, äh, Winzey. Äh, Mokka, ich danke dir. Und, äh, ja, GeForce, Prost, auch zurück, genau. Ich stoße mal mit Alkoholfrei an, Prost. So, dann nehmen wir doch hier das All-in-Run-Runtime-Paket von Zerebi. Dann muss ich die nämlich nicht per Hand installieren, sondern passiert das auch wieder alles automatisch. So, ich nehme auch hier wieder den Download von Computerbase, denn Zerebi tut auch selbst immer auf Computerbase verlinken für seine Downloads. Ich hätte jetzt auch theoretisch einfach mich mit meinem NAS verbinden müssen, weil da liegt das drauf. Ich hätte es mir gar nicht downloaden müssen. Und dabei habe ich jetzt erst nur einen Schluck von dem Bier getrunken, dass mir das schon entfällt. Ja, du. Nimm mal diese Alkoholiker hier. Ja. Alkoholiker. Okay, der ist gut, den habe ich noch nie gehört gehabt. Den habe ich mir auch gerade ausgedacht. So, dann lassen wir jetzt schnell die Runtimes noch installieren. Dann können wir Valley durchlaufen lassen. Dann lassen wir noch einmal AIDA durchlaufen. Ich denke, mehr brauchen wir gar nicht auf Stock und Boxe testen. Und dann können wir eigentlich schon gleich anfangen, den Rechner ins Gehäuse mit der Wasserkühlung einbauen, nach drei Stunden. Weil, ähm, 77 Grad, ich denke mal nach Valley und AIDA, werden wir auf die 90 Grad springen und dann ist Ende. Mit Zerebi war ich jahrelang auf Gem and Light eng verbandelt. Cool. Also, ich liebe dem seine Skripte. Ich habe früher halt, oder ich muss auch jetzt beruflich immer noch ein Windows 10 Image pflegen. Ähm, und ich habe, ich den seine Skripte und, und Bramme, die der immer wieder da bastelt, sind genial zum Intrigieren. Vorhin damals in XP-Zeit hat das teilweise Installationszeiten von mehreren Stunden eingespart. So, ich weiß, dass wir jetzt kein Java brauchen. Ähm, Net Framework 2 brauchen wir jetzt auch nicht. Also, ich mache jetzt mal eben schnell das Unnötige raus. Adobe kann raus und die restlichen brauchen wir tatsächlich. So, Gantabo, ich stoße auch mit. Mit, mit dem Energy in den, in dem kleinen Mac Pro 6.1 mit der drei grünen Schrei... Was, 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 wie, was? Okay. Äh, ich, ich glaube, ich sollte nicht mehr saufen. Aber ich weiß, was du meinst. Cool. Ja, Kai, du, äh... Bist nichts mehr gewohnt anscheinend. Äh, Funfact am Rande. Ich, äh, habe tatsächlich diese Alexie. Was für ein Ding. Sagt jeder. Diese Alexie ist, ähm, ein, ein, äh, Lesebehinderung. In meinem Falle. Du kannst dir das so vorstellen, äh, dass, äh, für mich die Wörter, die Buchstaben rumspringen. Und jetzt am simpelsten, also, oder verschwinden. Das macht es mir teilweise sehr schwer, äh, flüssig zu lesen. Oder auch, das ist ja schon häufig vor... Äh, äh, aufgefallen bestimmt, wenn wir mal schreiben, dass auf einmal zum Beispiel Buchstaben an anderen Stellen bei mir sind. Äh... Ja. Ne? Was kommt daher? Keine Ahnung, ich, äh, überfliege eigentlich meistens nur alles. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall Valley ausführen. Also, ich denke mal, die Spielebenchmarks können wir uns sparen. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt auch Ida gleich mal durchrennen und dann, ähm, gucken. Ich weiß gar nicht, hier müsste das jetzt schon klappen. Wobei Valley die Sachen auch anzeigt, selber, glaube ich. Ah, ne, Valley zeigt nur FPS an. Können natürlich auch das Bier mal über die CPU-Kühler schütten, weil das ist schön kalt. Vielleicht hilft das ja. Mach das doch anders. Pack das doch in die Wasserkühlung mit rein. Ne, ich wollte jetzt meiner Mutter nicht unbedingt nachmachen. Oha, oha, 10 FPS in Valley mit der Grafikkarte. Du machst es ja kontrolliert und nicht unkontrolliert. Ja, so, ich lasse einmal hier die Benchmark durchlaufen und, ähm, aber hier haben wir definitiv, äh, Ruckel, Einzelbilder und, äh, da ist die Grafikkarte definitiv am Limit. Ist doch erst rein spielbar. Die verschreibt, das haben 95% ein Forum, glaube ich. Äh, ja. Man muss es halt auch nochmal unterscheiden zwischen Legisthenie, ne. Legisthenie ist ja wirklich einfach, dass du... Ich sag's jetzt mal sarkastisch, zu dumm zum Schreiben bist. Weil Legisthenie kann man sich tatsächlich abtrainieren. Und bei mir ist es tatsächlich, äh, vergleiche ich mit einem Gendefekt. Das heißt, solche, wenn ich schreibe und, äh, ich schreibe, ich kann blind schreiben. Also, tippen. Für mich fühlt sich, und ich lese es auch richtig, mir fällt es nie auf. Bis ich es dann abschicke und dann das dritte oder vierte Mal lese. Und dann sehe ich erst solche Fehler. Ähm, es gibt Tabletten dagegen, die nehme ich auch. Ähm, aber, pff. Wirklich viel helfen tun die auch nicht. Die machen es halt etwas angenehmer zu lesen. Ähm, ist die GT730, äh, nicht in Office-Karte? Äh, jein. Sie gehört tatsächlich in die Multimedia-Karten-Bereiche oder, äh, Low-Performance-Gaming. Warum hast du den Windows-Benchmark-Test nicht mit der internen APU gemacht? Weil die internen APU nicht Mac OS-kompatibel ist. Und wir, ähm, weil ich die Performance am Ende zwischen Windows und Mac auch hiermit vergleichen möchte. Und somit, äh, eine dieser Maschinen nutzen möchte. Dass die Radeon Vega 11 definitiv stärker ist, ist mir klar. Aber wie gesagt, sie funktioniert leider nicht unter OS-X. Aber wie gesagt, die Constructs Global Offensive müsste wahrscheinlich noch gut laufen. Aber ich glaube, Tom Prye, der Benchmark, lohnt sich definitiv nicht. Ich glaube, dann sehe ich wirklich hier gleich wieder eine Rauchwolke. Ja, oder einfach, ja, der Rechner hat sich mal selbst abgeschaltet. Ja, ne, das passt sich ja nur, wenn du die CPU überhälst. Achso. In der Regel. Bei Grafikkarte, äh, schützt er dann den Grafikkartentreiber im Normalfall ab und die Grafikkarte selbst fährt runter und taktet runter. Bis dann irgendwann wirklich Rauchwolke und gar nichts mehr geht. Oder in Falle einer, entweder 970 wirklich Funken und Flammen sprühen. Ja, gut, dass ich meine ausgebaut habe. Aber wenn ich mir überlege, die Karte, also ich hätte jetzt echt gedacht, dass die Karte, die, die, äh, Valley Benchmark tatsächlich noch halbwegs gescheit hinkriegt mit 20, 30 FPS. Aber das ist ja wirklich Einzelbildschaltung. Ja, du sollst auch jedes Bild anständig sehen können, ne? Ja, ja, genießen und analysieren. Genau. Du sollst in jedem Bild den Pixelfehler, der versteckt ist, äh, finden. Bin ich nicht. Bin ich zu blind für. Aber wir haben es immerhin fertig, äh, wir können es safen. 477 als Punktzahl. Ich glaube, ein zweites Mal muss ich es nicht durchlaufen lassen. Eigentlich brauchen wir es nicht. So, 477, mal kurz gemerkt. Was war die Zahl? Eine Million. Oh mein Gott. 477. Marvin reicht. Temperaturen sind in etwa gleich geblieben. Somit brauchen wir hier nichts Neues aufschreiben. Äh, wie gesagt, wir lassen jetzt nochmal Ida durchlaufen. Ähm, weil wir sehen hier GPU-Lassung bei 100% GPU-Temperatur. Mit dem Lüfter davor können wir es jetzt sowas nicht. Ernstchen, weil es mit Cases jetzt anders sein. Aber, wie gesagt, wir fangen gleich an umzubauen auf Wasserkühlung. Machen dann die Tests nochmal. Und, äh, dann sind wir eigentlich mit der Thematik heute schon durch. Und, äh, vielleicht habe ich dann gleich Lust, die Evi mal, die mir heute geschickt worden ist. Ausruf mir. So, wir möchten in der Demo-Version laufen. Äh, wo war das denn? Werkzeuge. Äh, Systemstabilitätstest. Äh, vielleicht ist in der passiven Küken-Grafikkarte DDR3 verbaut. Und der aktiven GDDR5 wäre bei den GT-10ern so. Aber welchen Unterschied das nun macht, weiß ich nicht. Also tatsächlich so, hier ist tatsächlich DDR3 drauf mit der Karte. Ja, kein GDDR. Ähm, das macht einen Riesenunterschied. Die Speicherbandbreite ist größer. Und die Geschwindigkeit der Riegel- oder der RAM-Bauschein ist natürlich auch viel höher. Äh, das kann locker 10-20% der Performance ausmachen. Äh, so, wir tun jetzt, stressen, Memory, Cache, Spu, CPU. Und gucken mal, wie warm er geht. Und gleich dürfte der CPUs Lüfter auch ziemlich laut werden. So, ich habe, äh, übrigens gleich wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für alles, was hier... rundherum passiert, aus dem ganz einfachen Grunde. Ich habe meine Bilder fertig bearbeitet. Cool. Speichern, achso. MOK, Fotografie. Rastellende. So. Ich will mal nebenher im Forum noch was umgucken. Wir dürfen ja jetzt so oder so ein paar Minuten warten, bis sich das Ganze akklimatisiert hat. Jo, mein Rechner. Wenn jemand noch einen guten Rechner zu verschenken hat, ich brauche noch einen. Merke ich gerade mal wieder. Ja. So, was trinkst du denn da für ein Tropenbier? Äh, gar kein Tropenbier. Wir waren bei uns in den Dosen im Aldi angesiebt, zwölf Stück. Und, äh, da konnte ich dann bei dem Preis, den ich dafür zahlen konnte, nicht einen sagen, habe ich mir mal. Zwei Palette, äh, zwei Pakete von mitgenommen. Äh, Mokka, ich würde auch einen guten nehmen. Also, Rechner, ich glaube, den würden wir alle nehmen. Obwohl, ich glaube, ich sollte lieber da meine Fresse halten. Also, Mokka, äh, ich war Erster. Ich würde mich aber gerne noch mal eine schöne Grafik hat, die wir hier für Heckentosch draufsetzen können. Von so RX 560, 70, 80 rum. Ja. Gut, zu viel da. Achso, weil die Frage schon mal aufgekommen ist, äh, auch im Forum per PN. Ähm, ich weiß nicht, ob derjenige gerade zuguckt, ob man hier für den Stream auch donaten kann. Gein. Ähm, wir haben auf uns, bei uns im Forum, einen Donate-Button, der das Ganze ans Forum spendet. Bitte da auf jeden Fall hin. Mokka, ich habe hier, habe ja noch einen i7-2600, also von daher, ähm, ja, okay. Äh, Marvin, du hast definitiv besser. Äh, ja, aber ich bin Tatsache am überlegen, ob ich meinen Bulldozer wieder einigermaßen fit mache, sodass der startet und auch Dienste ausführen kann, um den dann, weil das sollte er locker packen, als Streaming-Rechner zu verwenden. Mokka, da müsste ich allerdings dann wirklich in den sauren Apfel beißen und mir für Geld, äh, eine Capture-Card kaufen. Es geht zwar auch über ein MDI-Plugin bei OBS. Da kannst du es über Netzwerk streamen, ohne dass du irgendwie groß Performance anbruchst. Ja, das braucht aber auf, äh, beiden Rechnern ordentlich Performance selbst. Äh, so wie ich das gesehen hatte, das Ding, was ich gefunden hatte, nicht, aber ist mir auch egal, weil ich würde es am liebsten über einen, äh, Grabber machen. Ich nutze ja NDI, um, äh, ich kann es ja immer kurz anmachen, um halt den Laptop hier abzugraben. Und, ähm, der hat 60% Auslastung, also es ist ein Core i5 der vierten Generation. Oh, NDI ist schon hungrig. Äh, G-Force schreibt, das trinkt man doch nur in Bremen. Wieso? Hier in NRW auch. Also, ich bin ganz ehrlich, was normale Biere angeht, Becks und Becks Gold primär. Und, äh, wenn es interessanter sein soll, ähm, für die, die vielleicht aus der Szene kommen mit, äh, Gothic Metal etc. Und britische Biere etc. Oder auch Cider. Kennen vielleicht hier in NRW auch das Unlicht. Äh, arbeitet meine Mutter und ist da auch Leitung. Und, äh, da sitzt an der Leitung. Ja, das auch. Das heißt, ich hab regelmäßig hier, äh, tatsächlich dann tropische, äh, Tropenbiere hier. Äh, Cider, Ails etc. Und, äh, primär trinke ich eigentlich tatsächlich, nennt sich Brothers. Äh, entweder das Hopfen oder eben halt auch gerne das Cider davon. Und, äh, kann ich sehr empfehlen. Also, ähm, wenn ihr mal in NRW seid, spezifisch Düsseldorf oder Bahnen-Bilk, wollt mal, äh, interessante Sachen sehen und trinken, kann ich euch das Unlicht empfehlen. Oder auch einfach unlicht.com. Quartal Blue, äh, mal eben so reingeschmissen. Bulldozer, ja, kann man. Ich hab den 8.3, äh, FX-8.3.5.0. Den 8-Kerner mit 4 Gigahertz. Ich hab mit dem bei 16 Gigabyte RAM eigentlich nie Probleme gehabt. Bis jetzt auf, dass meine Grafikkarte abgeraucht ist wohl. Äh, äh, dementsprechend, also, kann ich mich nicht beklagen. Ich hatte nie FPS-Einbußen und gar nicht. Jetzt sollte man aber auch dazu erwähnen, dass du eine NVIDIA-Karte mit NVENC-Encoder nutzt. Oder genutzt hast. Genutzt habe, ja, aber, nee, Stream mit der Dingens hab ich gar nicht ausprobiert. Aber ich würd die NVIDIA halt wieder reinklatschen, damit ich eine Grafikkarte hab. Ja, aber, äh, da können wir bei die Tage auf jeden Fall so sprechen, weil da hab ich vielleicht was für dich. So, jetzt haben wir den, ähm, da können wir auch drüber springen. So, jetzt haben wir den hier knapp 10 Minuten gleich laufen. Wir sind bei Maximum 83 Grad, Current 74 Grad und Average bei 50. Das ist natürlich auf jeden Fall schon, fühlst du auch mal, ja, okay, die ist echt, die ist am Schwitzen. Äh, Contabo schreibt, hab da auch ne GTX 1070 drin. Ähm, ich würd sagen, äh, wir versuchen es gar nicht auf Luft zu übertacken. Der Boxkühler kann definitiv nur Stock, er geht nicht in den sogenannten TJ Maxx rein, aber, äh, er sollte auch nicht wirklich weitergetrieben werden, weil da sind wohl noch 7 Grad zum TJ Maxx. Ähm, ja, okay. Aber hey, immerhin haben wir herauszufinden, was der AMD Boxkühler tatsächlich kann. Und das ist definitiv nur Stock mit Turbo Boost. Ich bende auf jeden Fall jetzt mal den Test hier. und schalte auch einfach schon mal auf die Bastelkamera wieder um. Ich hab gesagt, die Bastelkamera, die sollte definitiv Icons da reinmachen. Und, ähm, machen wir das hier mal. 83 Grad, da, 83. speichern wir das Ganze einmal schnell noch und dann fahren wir den runter und dann zerlegen wir alles, was wir da gebaut haben. Hup, raus, herunterfahren. Ich hab gesagt, herunterfahren, danke Windows. Also wenn der Stream gleich weg ist, dann wissen wir, falsche Tastatur. Ja gut, die PC, äh, Stream-Tastatur steht so gut da hinten. Ich hab auch keine Maus davon, also ich hab wirklich nur das Stream-Deck hier zum Steuern des Stream-PCs. Ja gut. Apropos, wie sieht das da mit dem Akku aus? Ach, noch 90% passt. So, und jetzt wird's spannend. Das Basteling geht los. Äh, es geht nicht los, es geht weiter. Und, äh, AKD-Box, Düsseldorf-Killepitsch, definitiv. Aber ich kann's im Augenblick nicht sehen. Leider, vor einigen Wochen etwas zu viel davon gehabt. So, und dann machen wir das Netzteil natürlich auch wieder aus. Jetzt nehmen wir hier den Lüfter weg. Und es wäre super, wenn mir mal jemand sagen könnte, dass das Framing der Kamera gut ist oder ob ich ranzoomen muss oder irgendwas, ähm, ich könnte natürlich dem Marvin gerade auf Remote Access mal auf meinem Rechner gehen, dann könnte er die Kamera fernsteuern, ranzoomen und fokussieren oder, äh, auch kaputt machen. Äh, ja, dankeschön. Marvin, der macht immer nur alles, ja, okay, wenn ich mir meine beiden Rechner angucke, ich hab nichts gesagt. Mal eben kurz, wie ich ja vorhin erzählt hatte, ich hab ja hier die Kabel so cool mit Krettband an meiner Tischkante. Ich will die mal mit hier wieder Platz und Ordnung jetzt kurz wieder dran machen. So, damit die auch nicht vom Tisch runterfallen. Hört sich wer fragt, wie das Ganze aussieht. Ups, ja, super, jetzt hab ich das iPhone gesperrt. Haua, heiß, heiß, heiß. Soweit sieht halt dann so aus. Wollen wir jetzt alle stehen griffbereit. Okay, das iPhone ist echt unangenehm zu halten. So. Die Grafikkarte mal runter, die echt kühl geblieben ist. Der RAM auch. So. Die Stunde der Wahrheit kommen, weil ja alle gerade gesagt haben, äh, Wärmeleip-Paste nicht gut verteilt. Wir werden es jetzt gar nicht sehen, die Stunde der Wahrheit kommt. Ich hab den Zusammenbau nicht miterlebt. Ich hab nur aus, äh, sicherer Quelle erfahren, wie du das gemacht hast und jetzt bin ich auch mal gespannt. Äh, Apfelbarm-Pizza, sieht soweit stimmig alles aus. Äh, Mokka macht das. Äh, sie passen gut aus. ADK, äh, AKD-Box, ich will wie ADK immer sagen. Ich weiß nicht so. Das ist doch gut. Ich muss tatsächlich gerade sagen, ich merke, dass wir 20 Grad draußen haben. Aber wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt aber meinen Ventilator mache, hört ihr nichts mehr. Hast du eine Flugzeugturbine als Ventilator oder was? Ähm, so eine mächtige Klimaanlage, die mit Wasser, äh, funktioniert. Okay, läuft. Also ist so groß wie eine Klimaanlage tatsächlich, macht auch echt den Krach und den Umluft. Dann kommt halt einfach Wasser und ein kaltes Wasser rein. Der zieht halt das Wasser hoch. Ach so. Und wirft dann, ähm, ich hasse dieses Server, ach, dieses Server, diesen Lüfteraufbau von AMD, ne? Hört sich bestimmt auch super an. Ja, es hört sich an, als wenn du da gerade mit einer, äh, äh, Knarre irgendwas auseinanderschraubst. Was für das Lustige ist, ihr seht die Backplate hier, der ist schon die ganze Zeit lose. Wenn ich jetzt den CPU-Lüfter hochziehen, wird dann die CPU in der Hand. Macht das niemals bei AMD, dann hattet ihr eine CPU immer. Was? Ein paar Mal wiggeln, hier, also hier so drehen und hoffen, dass der loslässt. Was meiner nicht tut, ah, ich möchte aber nicht die CPU aus dem geschlossenen Socke rausziehen. YOLO. Ne, 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 ne. Ne, ne, also, wenn es ein FX-Bulldozer wäre, ja, habe ich sogar noch einen da hinten liegen, bei meinem Vater habe ich ja jetzt einen ausgemustert, aber nicht bei einem noch mehr oder weniger neuen Ryzen. Ah. So. Ich zeige euch das jetzt mal. Umgeschaltet. Da. Perfekt verteilt. Obwohl ich vorhin einfach nur einen Tropfen drauf gemacht habe. Hätte ich jetzt auch gesagt, nachdem ich da so viel drauf rumgedreht und gewischt habe. Ich habe den nicht verschoben, sondern nur gedreht. Das macht keinen Unterschied. Physik, mein Junge. Physik. Ich will dich nur ärgern, mehr will ich gar nicht. Ich weiß. So, wir nehmen uns wieder ein schönes Tüchel ein und unser Isopropanol, was ich definitiv nicht mit dem Bier verwechseln sollte. Sonst macht es gleich. Vorhin, das hier ist tatsächlich 99 Proof, also wirklich pures 99,99% hier ist Isopropanol. Ja, danach stehst du stramm. Ne, das könnte unter Umständen tatsächlich zum Tod führen, wenn du es trinkst. Ich habe halt den Vorteil, dass ich jemanden in der Familie habe, der im Chemielabor arbeitet und mir die mitbringen kann. Ich werde mir jetzt auch diesmal tatsächlich Handschuhe auf dem Finger und ich weiß, ihr hört mich nicht. Ist nicht angenehm, ja. Das glaube ich dir. Aber kannst du machen nix. Aber dank Corona hat man ja jetzt sowas ja immer zu Hause. Naja, ich fand das ja gerade schon klasse, dass du so an der offenen Flasche gerochen hast. Ja, ja. Wie man das in Chemieunterricht auch lernt. Du, das brennt aber auch tatsächlich in der Nase. Das ist genauso wie dieses komische Steriliumzeug, was wir von einer Firma gekriegt haben zum Hände desinfizieren. Da machst du das Zeug drauf, machst die Hände, schön so, wie sich das gehört. Und dann riechst du an deinen Fingern und dann denkst du auch nur so, okay, halten dich jetzt die Bollen an, dann hast du Probleme. Das ist aber bei mir, ich bin ganz ehrlich, ich rieche jedes Mal dran, wenn ich die aufmache. Das ist genauso, wie am Edding riechen oder so, weißt du, du machst das einfach, weißt du. Oder Desinfektionsmittel. Ja. Du riechst immer dran. Der eine Handschuh ist größer, der andere ist kleiner. Cool. Gute Qualität, liebe Metro, gute Qualität. Gute die sich jetzt auch auflösen, wenn der Alkohol draufkommt. Das und vieles mehr seht ihr in der nächsten Folge von Kai Bastelt. Hat jemand ein Feuerzeug? Das habe ich tatsächlich draußen einmal gemacht, wenn ich das Zeug gekriegt habe. Weil wir uns halt einen Joke draus gemacht haben. Komm, wie krass soll da schon brennen? Das ist nur Alkohol, ne? Aha. Auch draußen ein Tuch so ein bisschen drauf, aber wirklich nur ein bisschen. Spiritus ist ein Witz dagegen. Ja. Das ist schon echt krass. Lecker. Das ist ja schön, das lustige ist, natürlich ziehe ich jetzt im Stream Handschuhe an, privat, oder wenn ich nicht im Stream bin, mache ich das ja meist ohne. Jetzt ist das mal schön, die ganze Wärme, vielleicht passt es nicht an den Fingern zu haben. Ja, ich schrubbe das immer so gut runter, weil wenn ich in den Karton tue, mag ich das nicht, wenn da Rückstände dran sind. G-Force, deine Aussage finde ich cool. Kai hat zwei unterschiedliche Hände. So kann man es vielleicht auch benennen, ja. Oder Apfelbaumpizza, der schrumpft noch. Schrumpfschlauch. Wir können es auch ganz einfach machen, ich bin ein fettes Fass und die eine Hand ist fetter als die andere. Nur um meine 150 Kilo mache ich kein Geheimnis. Das Thema hatten wir schon. Ja, und ich wollte heute kein Sauerstoffzelt benötigen. Was? Deswegen darf ich, also kurz einfach nur, um zu sagen, weil ja der Name auch schon ein paar Mal gefallen ist, Shady ist, oder Visere, ist auch im Chat, die müsste auch vielleicht gerade noch da sein, seit Globalsch mit Freundin und mit der habe ich halt auch schon ein paar Mal im Teensuite gesessen, mit Marvin zusammen. Und da kommen dann manchmal doch sehr böse Sprüche rüber. Ja. Und wenn die kommen und ich gerade echt gute Laune habe, dann liege ich tot auf dem Boden, mich kaputt lachend wie ein Rofelkopter und benötige kurz auf ein Sauerstoffzelt. Ja, also, da muss man aber auch wirklich sagen, ich habe letztens einen Spruch gebracht, da habe ich mich dann, wirklich, nachdem ich den gedroppt habe, habe ich mich erstmal dafür entschuldigt, auch wenn Kai sagt, nee, ist alles gut, in seinem Lachflash-Wahn, unter Versorgung des Gehirns, an Sauerstoff. Ja, gut, ist bei mir meistens so, aber, ja gut, wir wollen jetzt nicht so antworten wie sonst immer. Auf jeden Fall, ne, wir verstehen uns einfach zu dritt, zu vier, zu fünft, in Teamspeak echt super und da droppen dann doch schon manchmal so Sprüche, wo man sich so denkt, als Außenstehender, was wir auch schon hatten. Das sind so aber auch dann meist die Momente, wo man sich ärrt lassen und auch dann wiederum nicht auf Twitch live ist, weil das wäre wieder so der Moment perfekt für so einen Capture. Das ist genauso wie mit Philipp. Der eine Spruch mit den 4K-Monitoren von Sheldon. Den können wir hier nicht bringen. Stimmt, der Kanal ist nicht FSK 18 eingestellt. Nee, den können wir auch generell hier nicht bringen, das geht echt zu persönlich. Nein, auf jeden Fall, wir haben unseren Spaß und wir verstehen auch einander, wenn jemand so einen Spaß macht, dass es nur Spaß ist. Mir ist halt auch wichtig, dass sowas auch hier passieren kann. Also wenn ihr mal böse Sprüche hört und sie nicht unbedingt in euren Chat-Richtung gehen, ist das nicht schlimm. Da würde ich das nicht so toll finden. The Dings, danke für den Follow. Aber ich bin so jemand, ich bin super selbstsarkastisch und mache auch über mich selbst vibriert. Scherze. Nimm den Vibrator aus. Äh, Dementsprechend, ey cool, durch die Handschuhe funktioniert mein Handy. Das Ding ist alles okay, wenn sowas kommt. Hier ist doch echt viel Wärme, da passt es sogar noch an der Seite rausgekommen. Das war echt zu viel Wärme, da passt es schon. Wie gesagt, wie ich gerade schon heute mehrmals sagte, ich bin da auch einfach zu überpenibel. Seht ihr mich denn hier gerade so mühselig putzen? Das macht er jetzt auch nur, weil wir on-stream. Ne, da bin ich für ich. Und was ist mit der CPU, die ich letztens gekriegt habe? Jetzt wie verarscht, die war sauber. Voll verklebt. Jetzt wie verarscht, die war. Auf die Wärmeleitpaste von den ersten drei Versuchen drauf. Alter, wenn ich dich irgendwann mal in einem Real-Life sehe, Nächste Hackcon. Ich glaube, die Begrüßung zwischen Kai und mir, wenn wir uns irgendwann mal im Real-Life begegnen sollen, wäre erstmal eine herzliche Umarmung, danach erstmal von beiden Seiten aus den Schlag ins Gesicht. Danach wieder eine herzliche Umarmung und dann wird erstmal angefangen zu saufen. Genau. Also, ihr wisst Bescheid, Nächste Hackcon definitiv live einschalten, um das Spettakel zu sehen. In der linken Ecke. Moment, warte, 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 warte. Ich wollte gerade trinken, ne? Ja. Genau in der Richtung, an der Stelle, wo ich mein Bier sonst hinstelle, stand gerade das. Ja. Und rate, was ich gerade in der Hand hatte. Ja. So. Okay. Ja, gut. Damit kann ich leben. Also, wenn ich gleich nur noch ein Krawomps höre, dann weiß ich Bescheid. dann war es die falsche Flasche. Vielleicht solltest du die einfach auf die andere Seite stellen. Dann greifst du da gar nicht so. Ich mach die jetzt zu. Ich brauch die ja nicht mehr. Na doch, dann. Stell sie weg. Stell sie vom Bier weg. Wenn sie zu ist, ist das nicht mehr schlimm. Dann nuckelst du da dran. Papp. Komm, Kauß da. Gib mir was. Gib mir was. Ich brauch meinen Schuss. Wir haben das Ganze jetzt sauber und ordentlich. Jetzt kommt der Spaß, denn ich hab die Anleitung von der Wasserkühlung glaube ich nicht mehr. Ich weiß, wie sie auf den Intel-Sockel angebracht wird. Mehr, aber auch nicht. GeForce. Kai spült die CPU jetzt mit Bags. Ne, er schließt einfach so einen 50 Liter Fast Bags an seine Spülmaschine an, und stellt das Mainboard in den Geschirrspüler und dann gibt ihn. Ich weiß, dass unser Chat ja hier so eifrig mithilft. Hätte jemand Lust und Interesse mir mal kurz von der Cooler Master Cylon 240V die Anleitung rauszukramen, wie ich die auf einen AMD-Sockel setze. Das wäre super, 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 super lieb. Würde gerade richtig helfen. Herrschender Seite betrifft Zwar Q. Keine Ahnung. Jeet! Was ist AMD? Ja, GeForce. Was ist GeForce? Das Schlimme ist, grundsätzlich kann man den Witz ja auch ist, der Witz eigentlich schon wieder blöd, weil er hat ja GeForce wie die Geschwindigkeit beziehungsweise die Einheit geschrieben nicht wie die Grafikkarte schade. Ach Mist. Das Einzige, was ich weiß, dass ich hier die Platte, die sonst für Intel ist, umdrehen muss und dann umgeht die als Backplate. Mehr weiß ich aber leider auch nicht. Daraus jetzt kriege ich was scheiße Dinger, wovon ich schon vor Jahren eins verloren habe, aber was zum Glück nicht notwendig ist. Habe ich hier drin noch eins? Natürlich nicht. Wenn die Schraublöcher nicht passen, hast du irgendwo einen Akkuschrauber und kannst du neue bohren. Ich bin nicht Jayce2Cents. Kenn ich nicht. Okay, warte. Das dürfte eigentlich kein Copyright Infringement sein. Ich will nur gucken, ob ich dieses Video finde. Also ich würde mal sagen, so wie du das jetzt sagst, der hat ein Mainboard angebohrt. Mhm. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja. Machen wir hier auch passen nicht an den falschen Ding aus. Den an. Ich hoffe, dass der Ton mit übertragen wird. Äh. Mal gucken. Hat der das gemacht? Das Mainboard sieht aber cool aus. Ja, das wisst du, das Video ist leider schon was älter. Ich glaube, das ist in dem gerade nicht zu sehen. Auf jeden Fall, das ist ein X299, nee, X299 Mainboard noch. Und je nachdem, was für ein Kühler du genommen hast, im X299 sind ja die Fassungen in das Mainboard eingearbeitet. Die müssen aber nicht nach Spezifikationen durch das Mainboard durchgehen. Manche CPU-Kühler müssen aber aufgrund des Anpressdrucks durch das Mainboard durchgehen können. Das Mainboard hat aber an der Stelle keine Löcher. Und der hat gedacht, komm, an der Stelle dürften doch eigentlich keine Leiterbahnen sein. Hat dementsprechend dann in den Löchern den Bohrer durchgesetzt und damit das Board getillt. Man kann es auf jeden Fall finden im Netz. Es ist ganz witzig, vor allem auch das, was er danach sagt, als er es dann gemerkt hat. Also das Letzte, was ich machen würde bei einem Mainboard, ist da mit dem Akkuschrauber dran gehen. Was ist am D? Die Schrauben sind ja wohl ähnlich. Achso, genau. Ich wollte ja jetzt auch mal gucken, weil es von euch auf keinen Link gekommen ist. Kulär Master Leidon 240V Guide Ach komm, ihr könnt ja mal mit suchen. So, das ist so auf jeden Fall. Da sieht man auch noch die Originallüfter. Die sind tatsächlich noch in meinem Rechner drin. Aber auch nicht mehr angeschossen, weil die einfach viel zu laut sind. Ah, da, Produktsupport. Wahrscheinlich. Ja, Downloads. So cool. Ich hoffe, das ist jetzt hier drin. I think we have a problem. Okay, wir müssen raten, wie das angebracht wird. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das hier schon mal die AMD-Baseplate ist. Praterfix. Fixierfix. Wieder und wieder. Oh oh. Ich glaube, ich vermisse was für meine Wasserkühlung. ganz einfach mit den AM3-Kühler aufgesetzt. Original-AMD-Backplate plus Original-AMD-Bracket, was mir natürlich vorhin hinter meinen Schrank gefallen ist. Okay, Leute, ich mache mal ganz kurz meine Kamera hier aus und dann krabbel ich mal. Macht er das nicht aus? Oh, mein Stream Deck reagiert nicht mehr. Gut. Welches hast du jetzt noch aktuell? Deckboard. Okay. Das sind ja ganz neue Marotten hier. Was ist das? Zweifel musst du Deckboard über Internet freigeben, dann spiele ich das bei mir noch mit drauf und dann kannst du mir immer sagen, welche Szene du haben willst. Ja. Wenn ich dann eine feste IP auf einer meiner Zweileitung habe, die hier zum Glück von außen nicht sieht. Na, ich habe da eine Idee für das nächste Mal. So. Okay. Ja, ich weiß das. So, connect. Hab ich. Nein, ich meine hier meinen. Achso. Ich habe auch gerade was connected. weil während du da gerade deine Zeit mit Backplate Wiederbeschaffungsmaßnahmen tust, macht. Ach, es reagiert wieder. Okay, so. Jetzt das und ich mute mich mal also beschäftige mal den Chat. Einen wunderschönen guten Abend lieber Chat. Ich bin's wieder euer Globox aka Marvin. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe bekommen, euch zu beschäftigen und damit ihr wisst, was ich mache, was euch wahrscheinlich gerade wenig interessiert, ich bastle mit LED-Stripes gerade mal rum beziehungsweise ich probiere mal meine LED-Stripes, die ich vor, ich glaube, einem Monat oder so bestellt habe, aus, um zu gucken, ob sie auch funktionieren. weil wenn die nicht funktionieren, dann ja gut, ist jetzt sowieso zu spät zum Reklamieren. Ich kann ja mal eben einen kleinen Funfact am Rande reinschmeißen. Aber sicher doch. Ich benutze Tatsache diese Controller von Magic Home, die sind echt geil. nur Werbung hier. Weil die reagieren eigentlich super geil, lassen sich mit der netten Dame von dem Bestellriesen auch steuern. Ich bin übrigens so, ob ich die noch ins Stream mit einbinde. Ich habe nur leider die falschen LED-Stripes gekauft. Ich sollte auch mein Headset-Mikrofon damit du mich mal wieder hörst. Du, ich war doch gerade so schön am reden. aber ich habe auch schon gleichzeitig mit dem Chat schon mehr geredet. Das macht ja nichts. Die sollte ich mir vielleicht mal noch auf meinen Stream deck legen. Genau für solche Momente. Ach, damit man mich nicht labern. Ja, wenn ich einen Schiff habe, dass ich die dann einspielen kann. so. Ach ja. Warte mal. Echo? Wie ist das Wetter? Ja, ich habe falsche LEDs gekauft. Echo? Ja, gut, mit Lampen und Rechner und Pipapo. völlig nachvollziehbar. Das Schimmel ist, denn wie wir fertig sind, kann ich definitiv heute Nacht nicht mehr duschen gehen, weil sonst beschweren sich meine Nachbarn. Und wir haben jetzt schon gleich vier Stunden Stream und der geht bestimmt noch drei, vier Stunden. Ich habe gerade so einen richtig schönen Lauf. Ich weiß, irgendwann werdet ihr wahrscheinlich alle einpennen, aber wir haben Freitag, die meisten müssen arbeiten. Und auf was könnt ihr auch ein Recording nach. Ich würde es euch jetzt nicht böse nehmen. Ich bin gerade am arbeiten. Ja, gut. Also, wenn ihr in der nordwestlichen Seite von Deutschland seid und nicht mehr zu Hause reinkommt, schreibt den Glowbox-Noop im Forum an. Das sollte ich öfters im Forum mal gucken, ob ich irgendwelche Nachrichten gekriegt habe. Weil so häufig wie ich im Forum unterwegs bin, könnte das sein, dass ich euch nach einem Monat oder so antworte. Übrigens sehr schön, dass ich vergessen habe, die Kamera wieder anzumachen. Falsche Hände gekauft, ja, bei Twitch YouTube müsste ich rausschneiden. Tab wechsel nun ist Ton weg. Ups. Aber wenn du die falschen LEDs gekauft hast und die nicht brauchst, was sind das für LEDs? Das sind Tatsache RGBW und um mal eben auf die Frage von Viserion zu antworten, ja, ich warm weiß, sondern mit kalt weiß und da ich die eigentlich unter anderem auch bei mir am Bett verbauen wollte, ist kalt weiß natürlich nicht so schön. Wie viel Meter? Fünf. Ich gucke gerade, steht da natürlich nicht drauf, ich glaube, es sind fünf Meter, ja. Ja, da kommen wir uns notfalls, wenn es so los wäre, willst du nachher mal unterhalten? Ja, du, mir wird eigentlich auch Austausch auf RGBW reichen, okay, weil ich, also ich habe zwei Rollen davon. Ja, wie gesagt, hier in der Stream-Ecke, ich habe ja, wer das vorhin mal gesehen hat, weil ich ja hoch gezeigt hatte, hier auch zwei Steifen von KIA hängen, die aber halt warm weiß sind und das hält mir gerade auf Echo alte Wohnzimmer auf weiß wird jetzt was jetzt fasst mich auf der weiß abgleich in der Kamera hat mich schon gefragt wie so komisch aussah aber es kommt halt von hier noch gelb runter und die weiß weiß die haben halt auch helleres das ist besser für hier dann sieht das alles besser aus nicht mehr so ausgeblasen und hast nicht gesehen deswegen da können wir gerne drüber mal sprechen später so ich habe der passe drauf und jetzt kommt der spaß weil das sind diese blöden gläuche an dieser wasserkühlung die so steif sind das ganze hier zu montieren dann gleich auch noch ins gehäuse zu bringen so wir haben hier die Halterung so eingehangen gehört könnte jetzt drei hände mal mehr gebrauchen das ganze einfacher machen nein kai halt stopp das sind meine von viserion ne okay ich muss erstmal bitwaren installieren um mein ach nee ich habe mein wlan passwort gar nicht mit waren drin das geht gar nicht immer diese halterung gehasst könntest du da jetzt mal reingehen kai 29 dumm um cfu kiel aufzusetzen gut das ist nichts neues und jetzt das sind dann unter anderem so sprüche die man bei uns mal hören kann die dann mal auftauchen also das bienchen muss ins blümchen ne oder die mama in dem papa das blümchen dein aus nein das lassen wir jetzt oh ich hab's geschafft okay die haltung ist ein bisschen blöd von dem designt alter schwede der einzige grund warum ich in meiner fritzbox das standard wlan passwort drin habe ist weil meine lieblingszahl drin ist es ist der einzige grund ist am besten in die richtige ich bin heute echt wieder unerträglich habe ich das gefühl irgendwie habe ich das gefühl dass er nicht am beißen ist das soll er ja auch nicht tut doch weh aber jetzt hat er wir haben eine wasserküllung installiert ja final fantasy 7 muss ich auch noch anfangen level up das ist natürlich die frage hier sind fest du musst dich drehen wenn es gleich knack macht war es das mainboard das sieht noch gerade aus so wenn du das mainboard als chips schale verwenden kannst dann weißt du bescheid ein bisschen zu viel so jetzt ist natürlich immer das ding manche mainboards haben einen extra header für cpu also wasserkühlungspumpen da das mainboard aber natürlich in der mittelklasse angesiedelt ist nicht das heißt ich werde die pumpe jetzt auf sysfan 1 anschließen zufällig dadurch jetzt die gleiche karlische verlinkt man muss hoffentlich das gleiche bei es ist dann hoffentlich gleich eine einstellung zu sagen dass da eine pumpe so geforce hat geschrieben jetzt wird spannend mir fehlt dabei die dritte hand wie serien sorry und einen großen lach smiley und der apfelbaum pizza hm ist das gut vakü in dem preisbereich langzeiterfahrung ich habe ja lese weiter vor ich beantworte gleich geforce hier läuft nun auf i7 6 700k unter katalina mit 3 x nvmw und vakü auf 23 grad also was die preiskasse angeht ich habe knapp einer bei mir am rechner jetzt drin gehabt top ich bin hab die jetzt auch schon andere rechner verbaut bin positiv überrascht und du hast halt es ist halt wie ich per minimum also einfacher geht es nicht du hast halt wie ich nur eine simple pumpe 24 radiator kein rgb kein pwm pumpen control also die läuft halt rein über dc control klar du verlierst natürlich ein paar comfort features aber in der preiskategorie für 50 euro wenn es dir ich sag mal so wenn es dir um die ruhe geht gewinnt die definitiv denn kühlleistungsmäßig kannst du die vergleichen mit dem tamaride macho d3 das ist ja generell so wenn du wirklich performance wasserkühlung haben willst dann muss du halt eigenbau wasserkühlung und dann ein paar hundert euro und 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 apfelbaum pizza achso tschuldigung alles gut apfelbaum pizza rgb disco brauche ich ja nicht warum nicht das ganze ding hier beiseite jetzt kommt das wahrscheinlich noch total verstaubte gehäuse weil ich das damals tatsächlich einfach nur in den keller geschnitten hab das ist übrigens mal eben so in die kamera gehalten das kaltweiß oder das angebliche warmweiß laut meinem controller gut das ding läuft aber auch sauber so jetzt will ich nur gucken wo ich die glasscheibe hintue weil es geht ja weil es geht apfelbaum pizza meine herrne hat der apfelbaum pizza oder die apfelbaum pizza das weiß man ja nicht auch ein kürzeres haben ich nenne ihn ja schon die ganze Zeit nur apfelbaum ja auch wir fangen ganz einfach an io shield und jetzt muss ich überlegen vakuum oben rein oder varkuil vorne vorne ist ein bisschen beschissen weil da kommt wenig luft durch und da muss ich definitiv noch putzen aber das würde geil aussehen weil vorne ist auch temperate glas da klebt noch das logo als sticker drauf und die lüfter ich habe die leuchten rot das wäre natürlich schon mal cool da wir aber die beste performance haben wollen werde ich definitiv vakuum einbauen ausgesetzt ich habe genügend platz das werde ich jetzt gleich sehen wenn das mainboard hier einrastet einhalter glaube ich gehabt noch nicht da müssen wir eine schraube erst einbauen der nightflyer schreibt hasse ich auch deshalb nie case mit fenster lustig ist ich musste mir damals das case kaufen als ich mir halt diese design und was gekauft habe weil das case was ich davor hatte halt keinen platz für eine wacke hatte und das war in der preis leistungs gegend sehr interessant das kam mit drei rgb lüftern ich gehöre leider zu der kategorie regenbogen kotzen was mein pc angeht angeht das war nicht übertrieben aber nur ein bisschen öder winkel das war damals preis also ich glaube ich habe 50 oder 60 euro für das gehäuse mit drei rgb lüftern gezahlt und hatte dann eben platz für die wacke und das sieht halt auch ohne rgb halt sehr schick aus das gehäuse jetzt brauche ich meine lüfter ja genau das wollte ich vermeiden so und apfelbaum hat auch noch geschrieben ja kürzer auch ich noch mal ja kürzer ist auch im forum twitch meine anders geht es nicht meinte so also twitch meinte anders geht es osx danke für den follow sprich apfel minus baum wobei ich denke mal dass er sich auch unter apfelbaum angesprochen fühlt so wir haben tatsächlich das problem die ram slots sind im weg wir müssen tatsächlich die wacke nach vorne packen also kannst oben nicht einbauen weil die rams sitzen zu weit oben ja habe ich mit gerechnet war da jetzt bei meinem rechner auszuhängen ich konnte es gerade eben machen oder habe ich keine rams ein- und ausbauen mehr können aber dann habe ich wenigstens die chance gleich mal zu putzen so jetzt kommt der unspektakuläre partner ihr könnt ihn glaube ich nicht sehen also ich wunsch mal das Gehäuse weit nach hier geforce schreibt nightflyer ist schalke fan der hat keine ahnung hallöchen diese diskussion verbiete ich ausnahmsweise auf den channel ich wollte gerade sagen weil ne also die diskussion verbiete ich im generellen fußball ist wie religion und politik das möchten wir hier tatsächlich nicht haben nach der vizekusener hallo kannst du jetzt mal deinen schnütchen halten ich wohne ja hier in der gegend vom vizekusen deswegen habe ich ja nicht viel wahl ich fange jetzt nicht an weil ich bin kein fußball fan ich auch nicht aber trotzdem wie gesagt fußball gehört tatsächlich thema religion politik für mich auf einer der selben ebene man kann es gerne kurz anschneiden aber wenn die diskussion kommt wer was ist besser werde ich es hier unterbinden ja geforce auch grüße zurück aus bremen allerdings der roy jones hat geschrieben politik und sport gleich no go yes ich hoffe das ist auch so in ordnung wie ich das vorlese ja das dann muss ich nicht immer da hoch das habe ich mir nicht gedacht ich muss sagen das ist schon sehr geil wie ich das ipad dahing habe aber auf dauer vor allem bei so langen stream wie heute und wie gesagt heute wird es wirklich gronkel like ende ist 2 uhr aber wir werden 2 uhr nie erreichen weil es länger geht ja also wie gesagt wir streamen seit 4 stunden wir haben jetzt gerade die wakü drin und jetzt fangen gleich mit testen und over clocken ein und dann haben wir noch den laptop wo wir ja schon zu diagnostiziert haben dass er noch angeht aber trotzdem muss er einmal komplett zerlegt gesäubert und ich so dr stein ne quatsch entschuldige nightflyer schreibt noch sport und politik am tresen und der abend ist gewesen obwohl ich das manchmal ganz witzig finde also ich komme leider aus einer politischen familie ich bin auch teils politisch aktiv gewesen eigentlich auch immer noch am tresen kann das auch mal ganz witzig sein wenn du dich mit besoffenen dummköpfen unterhältst und die dir versuchen klarzumachen wie die welt funktioniert wo du wo du weißt dass es definitiv eigentlich anders ist und dich einfach nur darüber kaputt machst und die dich immer mehr triggern und die du aber auf gewisse art und weise spaß damit hast der dr stein schreibt gerade grong ist ja auch gerade live ja genau deswegen haben wir auch nur 20 views weil grong uns alle klaut wir sind natürlich zehnmal besser wobei ich finde das eigentlich erschreckend weil mir wird ja hier bei twitch tatsache empfohlene kanäle darunter ist auch der bärtige herr drin und der montana black der hat ja noch der hat ja fast doppelt so doppelt so viele zuschauer wie grong ja ich weiß auch nicht montana black stehe ich auf eine ebene mit rtl und harz 4 tv ja ohne jetzt irgendwie schlecht über irgendwen reden zu wollen also ich möchte jetzt auch nicht sagen dass ich der beste mensch in person bin aber ich weiß wieso ich seit 15 jahren keinen fernsehanschluss mehr ich hab einen weil darüber kommt mein internet ja mein auch aber ich hab auch ne horizon box hier stehen aber die ist nicht angeschlossen ja du ich hab mein hd tv meiner schwester gegeben weil die über meinen vertrag auch mit internet kriegt und hab nur zu ihr gesagt gib mir 20 euro im Monat und fertig wenn ihr euch fragt was hier gerade so rumraschelt ich hab so eine ganz ganz große dose mit ganz ganz vielen schrauben ich bin gesagt die richtigen schrauben am raussuchen der roy jones jones entschuldigung der roy jones hat geschrieben sehr gut ein moderator für den moderator nee ich würde es eher so sagen ein co-moderator für den moderator während der moderator am schrauben ist ist der co-moderator am labern zwar nicht schön und nicht viel aber er labert nee zwar nicht schön aber viel so der apfelbaum wow sind das jetzt die an beikühler sieht gut aus apfelbaum schreibt auch noch minus er ich glaube das war auf irgendein kommentar ich hätte jetzt eigentlich tatsächlich noch zwei abstände umsetzen müssen aber sehr unterhaltsam von roy jones und apfelbaum schreibt luft quirl ich werde jetzt mal auf dass es kommentar hoch drei gibt die zwei abstände nicht umsetzen ich weiß dass hier unten nichts eingesteckt wird also pci express mäßig ich gehe das risiko mal ein no risk no fun ich kann jetzt schon voraussagen wir werden diesen rechner definitiv nicht in diesem gehäuse lassen auf dauer es ist ein matx gerät wir werden oder es ist ja jetzt tatsächlich primär dafür gekauft worden um content für diesen kanal zu erstellen auch ich werde auch auf zeit noch einen intel rechner bauen für die streams einfach auch nur damit man gewisse sachen nach produzieren kann oder an tutorials machen kann und ich würde das gerne in ein schön matx gehäuse haben wo die wakü auch mit rein passt was etwas bessere kühlen optionen hat als dieses gehäuse das ist jetzt erst mal der empfang das heißt ich werde das in dieser kiste auch wahrscheinlich noch häufig sehen der rechner geht wohl dann an mich wenn du damit content machen willst regelmäßig und nicht ersetzen möchtest können wir darüber gerne reden kai 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 böse worte wir haben euch vorgewandt wir haben jetzt eine uhrzeit erreicht wo man das glaube ich machen kann ab seit 22 uhr ist der kanal automatisch fsk 18 genau ich fange dann jetzt mit den striptease an weißt du was ich heute schmerzhaft erfahren durfte nachdem ich mich ja hier mit meinem iphone heute so dermaßen auseinander gesetzt habe dass ich den ganzen tag über schlechte laune hatte habe ich dann heute als ich zu hause war wieder festgestellt dass iTunes eine FSK von 16 hat laut Windows Store und laut Apple Store also ich muss mal ich muss mal kurz was gucken ob ich eine Kamera mit ja also wenn ja während keiner schade oder Apfelbaum schreibt und du kannst dein Content erst ab 22 Uhr nutzen Fragezeichen wegen FSK 16 ist das jetzt auf mich bezogen falls euch fragt was ich gerade mache ich habe jetzt die Kabel durch gewurscht und baue jetzt das Netzteil ein deswegen lege ich den Rechner mal auf den Bauch denn diese schöne Gehäuse hat hier so eine ich weiß das gerade in englisch wie eine Shroud um eben halt Kabel etc verstecken zu können ups das war das Mikrofon deswegen können wir was denkt ihr denn sollen wir noch Festplatten mit einbauen oder meint ihr machen willst Apfelbaum schreibt ja um mal eben ganz kurz auf Apfelbaum zu antworten ich hab bei mir im stream der ist dauerhaft auf FSK 18 eingestellt weil ich beim zocken halt ja wenn man zockt kennt man ja selber dann fliegen manchmal Wörter die lieber bei FSK 18 bleiben sollten weil sonst gibt es von Twitch Ärger mein Name ist und bleibt Marvin vielleicht kann ich Kaya einfach mal mein Logo einschicken dann kann er das da irgendwann mal mit rüber basteln dann schicken wir jetzt rüber und zwar bitte auch über die Software wo du mit rüber telefonieren dann kann ich das jetzt im Schein binden voll die Ansprüche hier Moment ich such mal weil das ist auch so ein Ding jeder der hier demnächst im Stream sein wird als Gast da werde ich versuchen auch die Avatare einzublenden auch die Namen einfach damit ihr wisst wer das im Forum auch tatsächlich ist gut dass mein Avatar auch gleich meinen Forum Namen drin hat immer gerne Apfelbaum das wird live eingebunden ja ich merke das schon das geht ja zu schnell wenn es vielleicht sollten wir dir mal Gummireifen besorgen für deinen stuhl da Okay. ach so das ist das ding was ich von unserem logomacher gekriegt habe weil ich bin damit einhergekommen so die vor so nun bin ich voll und kann nicht mehr folgen vielen dank und gute nacht ich wünsche dir auch noch einen angenehmen abend ja die force hauste rein und wenn du voll bist dann brauchst du ja dreimal so lange bis zum bett also verläuft ich nicht sagen wir dort netzer auch hier eingebaut und wir können hier mal die frontpanel kabel mit einbinden nach vorne weil sie gehen hier vorne durch und jetzt wird man sich echt eng wo haben wir denn was hallo 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 ich höre ich ja ja ich habe mit mir so ich habe so mit dem gehäuse redest du aber mit mir nicht oder was kommt hier rein ja dann ignorieren wir jetzt einfach alle den kai und stecken untereinander wir kapern jetzt den stream ich habe hier theoretisch einen rahmen für dreieinhalb zoll festplatten werde ich noch nicht einbauen ich weiß nicht ob ich ihn überhaupt einbauen soll weil dann habe ich so nur laptop festplatten über und dann die zwei ich hatte letztens gesehen mit wem hattest du da noch mal gestreamt vorgestern oder vor vorgestern wo ich noch dabei war ich glaube vorgestern vorgestern war der griffen der 642 und der arregata 9 also markus und bärt und hans dabei wert war aber nicht per webcam eingeschaltet aber erst später richtig der ist auch erst eine stunde später dazu gekommen etwa so wie du heute ja du ja schon gerne früher da gewesen aber als einbrecher hat man es nicht leicht wobei ich muss ja dazu sagen ich habe es ein wenig herausgezögert weil ich mit einer kunden tatsache noch mal eben eine halbe stunde geschnackt habe weil die so aufgelöst war dass ich mal eben so ein bisschen entertainer gemacht habe und mich ein bisschen mit ihr unterhalten habe nur noch mal zur information deine freundin ist im chat anwesend ich weiß ich habe auch schon beschwerden gekriegt da war ich noch gar nicht hier so ich gebe jetzt nicht den allgemeinen oder den exakten wortlaut wieder aber ihr werdet jetzt leider nicht alles perfekt sehen können weil es halt für mich gerade so einfacher ist die kabel hier rein zu stecken du musst hier noch so eine gopro um brustkorb machen ja deswegen also ich habe ja gesagt drei bis vier gopros brauche ich definitiv noch um ihr hört ihr denkt euch bestimmt alter die fangen erst an zu streamen und er will so fett aufhören ich wie gesagt ich möchte mein setup generell perfektionieren weil ich das nicht nur für mich mache eben halt auch fürs forum und weil wir ja auch die hacken streamen das würde es auch da teilweise einfacher machen weil ich cool finde um einfach zu sagen so ein spielzeug zu haben es ist es ist halt ein luxus problem es ist halt wirklich es ist halt keine notwendigkeit ist es schön das zu haben und damit spielen zu können so jetzt kommt das was fast alle hassen die kleinen stecker so hdd led ist ja was ist denn ihr plus von die finde ich gar nicht mal so schlimm ich persönlich auch nicht weil das meiste nach dem standard verläuft mittlerweile mit ist ich frage mich nur halt wieso wird nicht ein vernünftig adaptiver standard gemacht so dass das ein einziger stecker sein können so wie bei usb und so naja kann man sich auch überstreiten man macht es einmal in der theorie und nicht so wie wir 20 mal an einem tag meiner in meiner ausbildung ich musste früher ich bin gelernter fachinformatiker noch aus der alten schule das sind fachinformatiker und in den ersten wochen hat mich mein arbeitgeber einfach nur dazu auf donna pcs zu bauen und wir hatten damals ein großes grünes kaufhaus als kunden haben da die kassen für also die kassen pc ist für gebaut und ich musste pro tag so heißt sie 40 stück davon bauen natürlich mit perfekten kabel management weil die verschickt werden mussten und 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 konnte am ende blind die dinger bauen das hört sich so an wie meine wochenenden bei meinem leiblichen papa da war das tatsache so weil war gar nicht mehr so verkehrt der hat nur immer gesagt ich habe meinen eigenen rechner bei ihm und damit ich mit ihm zusammen dann zocken durfte hieß es dann okay ich muss freitags freitags den rechner auseinander bauen neu zusammenbauen und windows neu installieren gtf hatte den grund weil er selber ja auch damit viel zu tun hat und hatte und auch weiterhin dass ich einfach so weit vorbereitet bin in der großen welt der pc ist dass ich sowas auch selber zusammenbauen kann wenn ich jetzt bild von dem einfach mal schicken würde wie mein rechner aktuell aufgebaut wäre dann würde sich jeder fach informatiker glaube ich die kugel geben ich habe es ja schon gesehen gehabt mein vater ist auch informatiker und wenn verschreibt da achte auf die fallen der rumpelwichte okay mein vater ist halt auch hobby informatiker um genauer zu sein und er hat halt damals auch eine wie hast du halt teile bau den pc wenn einen bei mir haben willst und dann habe ich halt was ich damit seinen ersten pensium 133er mit mit ich müsste liegen 32 oder 16 mb ram also ein spaß klar auch nur hingestellt bin 311 dos und alles schon jung gelernt also es gibt bei mir eine familienanekdote die tatsächlich wahr ist als meine eltern noch zusammen gelebt haben habe ich mit drei meiner mutter erklärt wie man unter dos ein c drum laufwerk bedient die konnte das nicht glauben dass ich das wusste hat dann natürlich gewartet bis mein vater nach hause kommt mein vater hat genau den gleichen wort noch wie ich genutzt damit war eigentlich so die ebene oder mein arbeitsweg geebnet das war klar der junge wird informatiker und jetzt bin ich das ist das ist jetzt schwer zu erklären ich arbeite halt in einem 20 mann betrieb wir haben zwar eine große mutterfirma wir sind halt hier in deutschland nur 20 mann da habe ich dann halt located administrator ich bin softwareentwickler ja das ist halt aber ja das ist auch ganz witzig aber falls ihr euch fragt was ich gerade mache kabelmanagement das ist leider wie gesagt immer noch einfacher in der pc hochkant steht als wie wenn dann liegt es tut mir leid leute ihr kriegt gleich wieder eine bessere sicht das erinnert mich gerade so ein bisschen an eine geschichte von mir wo ich irgendwann mal nach dem wochenende von meinem vater nach hause gekommen bin zu meiner mama habe sie angeguckt du weißt du eigentlich dass man sein sein pc auch mal aufräumen muss zwischendurch mal defragmentieren das war da zieht sie mich heute noch mit auf mocker schreibt so ein teil hatte ich auch pentium s cpu 133 megahertz und 16 mb ram 4 mb grafikkarte und win 3.11 apfelbaum schreibt dazu und linux maintainer yes 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 arbeitslaptop also wir sind eigentlich ein reiner reines zettifiziertes windows unternehmen ich bin da nicht eins aber es gibt noch eins aber ich bin nutze primär tatsächlich leider ubuntu hat aber damit zu tun dass wir laptops der firma lenovo haben und die eine ja die neue usb c dock halt doch sehr inkompatibel mit arch linux ist normalerweise nutze ich halt arch linux und auch keine distribution sondern selbst aufgebaut server seite ich nutze ich gerne debian ja hier zu hause primär tatsächlich leider dann windows wieder wegen der zockerei der streamerei und auf meinen notebooks unterwegs ist meist arch linux oder mac os ja ihr habt richtig gehört laptops ich habe tatsächlich für bestimmte fälle bestimmte geräte ja gut vorbereitet darf nur kein stromausfall kommen ich habe einen bäger anhaltender stromausfall also ich habe tatsächlich zwei große muss faust im keller liegen die aber neue batterien benötigen also bringen sie jetzt aktuell auch nicht viel aktuell ist sicherung raus gleich alles tot ja gleich auf wenn ich hier und zwar damit nicht ganz zufrieden aber naja das gehäuse wird ja sowieso noch getauscht ja es wird auch denke ich kein tempel glas gehäuse oder so es wird relativ was schlichtes aber wie gesagt ich bin was das angeht über penibel aber das kann man soweit jetzt grob schon mal akzeptieren jetzt könnt ihr es auch sehen seht alles ist schön miteinander verkachelt so der ray jones ich mache dann auch mal feierabend sauf nicht mehr so viel und noch viel spaß gute nächtle ja dir auch aus rein rest kannst du dann morgen nachgucken die letzten acht stunden hast ja dann nicht mehr viel verpasst nein also ich denke mal wir werden jetzt die gleichen rechnung aufbauen wir werden auf jeden fall noch ein bisschen mit über takten spaß haben bei dem benchmark läuft werde ich ein laptop auf jeden fall nebenher zerlegen und ja wir haben wir müssen jetzt nicht alles in einem stream machen wir haben zeit das auf mehrere stream zu unterteilen wir haben auch noch die thematik mit dem intel pensum sky lake dass da mac osx drauf läuft also das könnte häufiger passieren wenn wir solche bastel streams machen dass diese bastel streams in verschiedenen parts auf werden müssen so jetzt ruhig noch mal hier so ein paar blenden 1 2 3 4 so roy jones schreibt so machen was lach smiley und der apfelbaum schreibt das gehäuse sieht bisher sehr aufgeräumt aus danke danke wie gesagt ich bin halt einfach ich zu kniebe was sowas geht also wenn ich halt ein rechner für mich oder für freunde bauer kann es auch einfach mal gut sein dass ich allein zwei stunden fürs kabelmanagement verballern oder auch so pet peeves jetzt oder so pet peeves dass ich jetzt die blenden hier einsetze theoretische unnötig praktisch die zeit schöner aus ich hab halt vorher bei der mainrechner da habe ich halt viele sachen hier in den blenden drin wie blenden und hast du nicht gesehen man eigentlich ja doch ich brauchst du tatsächlich weil ich habe echt viel die geräte aber ja jetzt brauchen wir schrauben 2 5 6 1 2 3 4 5 6 und da ist jetzt so schön gesagt ob das ignorieren soll gucke ich erst recht ich schicke dir das doch mal bei teams falls du irgendwann mal die zeit findest kannst du ja mal das bild einfach im stream einblenden moment warte damit die leute auch mal wissen worüber wir hier die ganze zeit über mein pc das schöne ist ich habe natürlich auf dem vorführe laptop auch teams also ich kann mir das bild kurz da runterladen ich brauche jetzt nicht rüber und kann kurz umschalten nur zur info ist keine dauerlösung das war jetzt erstmal nur zum testen der hardware und weil ich den anderen schreibtisch den ich hier habe noch für meine freundin brauchte zu dem zeitpunkt dementsprechend haben wir das so gemacht runterladen haben wir es denn jetzt ja gut apple mäßig sieht es natürlich jetzt sehr klein auf den display aus so wo sieht der rechner beim marvin aus er läuft ja er läuft dr stein ja ja und dann steht er doch ewig so da und wird nie aufgeräumt nein quatsch es ging tatsache wirklich darum dass mein bulldozer schlapp gemacht hat ja apfelbaum sehr luftig auf jeden fall dass mein bulldozer schlapp gemacht hat und wir rausfinden wollten warum war wieso weshalb warum daraufhin habe ich meinen hackintosh kurzerhand leider in ein windows umwandeln müssen und da hatte ich dann genau die gleichen probleme und dann hat sich herausgestellt dass die grafikkarte die ich besitze die er 9 290 dass der dvi port im allerwertesten ist weil über displayport und hdmi kriechen sauberes signal raus und wenn ich den dvi anschließe dann habe ich fragmente in spielen und das ist sehr uncool gewesen deswegen habe ich ja auch gesagt ich bin am überlegen mein bulldozer nicht lastkraftwagen sondern bulldozer als streaming rechner aufzubauen dass ich über den den ich jetzt hier an der wand hängen habe vorüber gehen dann auch darauf zocken kann ohne groß performance einbruch zu so viel mal wieder zu meiner seite die blenden endlich gleich alle drüben langsam ist ja fast völlig jetzt muss man eigentlich glaube ich nur noch kabel schön von hinten machen dann kann die dazu gemacht werden und ein lüfter noch hinten einbauen habe ich noch ein lüfter stecker frei gerade schon so blöd geguckt haben ich weiß ihr seht wieder nichts okay kein weiterer lüfter ich habe keinen lüfter stecker mehr frei und ich habe auch ein splitter aktor ich habe hier glaube ich zehn stück rumfliegen ja ich müsste auch da mal wieder nachkaufen die habe ich aus dem hacken tor speziell den ich am kumpel abgekauft habe alle ausgebaut und das trotz dessen dass also er trotz dessen dass auf dem mainboard noch genügend platz plätze vorhanden waren es blätter benutzt ja gut kann man der rechner war kabelmanagement technisch auch jetzt nicht so astrein also ich hätte gekotzt richtig du hättest nicht nur gekotzt sondern du hättest glaube ich ja meinem kumpel die kugel gegeben wobei zu seiner entschuldigung es ging bei ihm geht bei ihm körpertechnisch nicht anders okay er hätte es nicht anders machen können so das schöne an diesem gehäuse hier ist wir sind relativ viele auch hier fällt mir das englische wort ein cable tie downs apfelbaum schreibt bei dvi meinerseits liegt auch mal die kabel als erstes warum auch immer also ich habe jetzt dadurch ich habe mir 4k monitor angedacht habe alles auf displayport umgestellt und ich möchte nie wieder zurück ich glaube es ist 4k wäre oder nicht aber displayport ist schon geil ja ich habe hier meinen einen monitor auf displayport zu hdmi converter weil wenn sich anders geht klar ich habe kein displayport an meinem bildschirm ich würde ja auch gerne hier als hauptbildschirm so ein leicht curved und widescreen haben also ich habe ja mir zuerst hier so ein so ein ich sag jetzt mal nicht unbedingt low budget aber ein relativ günstiges 4k monitor mit ips und sogar für zu hause war das sehr geil und bei uns auf der arbeit haben wir einmal pro jahr ein budget womit wir uns unsere schreibtische aufrüsten können oder umbauen können wie wir wollen und dann habe ich halt dann ausgerutscht und gesagt komm ich hole mir jetzt drei von den dingern das heißt ich arbeite mit 3 4k displays auf der arbeit und das ist schon echt geil also da möchte ich auch nicht halt zurück aber das ist halt wie dieses ich nutze es halt ziemlich produktiv und das 1 also ich kraft und ultra weit habe ich gerade ist auch schon auf der arbeit ausprobiert die habe ich immer dann am ende anderen arbeit arbeitskollegen gegeben ich habe lieber drei separate monitore ich versuche ich ansprechen kann und auch mit verschiedenen configs als ultra weit oder curved ja mir geht es dabei tatsache auch eher um die um den dann gaming pc macht es die schwerer zu capturen oder du kannst wenn du dann halt streams die vorteile das kürzelt oder unterweiten nicht ausnutzen ja ja gut hast du auch recht aber wenn ich meine fotos bearbeitet zum beispiel ist das schon wieder geil ja okay das ist dann wie ich gerade sagt einsatzgebiet und nutzen ja wobei ich persönlich bei foto bearbeitung noch eher mehr auf mehr monitore setzte weil ich halt so einer bin der seine paletten etc auf verschiedene monitoren lieber ablegt jeder motor wenn ich das halt so jeder motor wenn ich was mache hat eine gewisse aufgabe das ging ob ihr das hier sieht was ich ganz nett am machen bin also wir haben jetzt hier einen vernünftigen vernünftigen strang der lang läuft und dann hier unten in die schraut rein hier unten ist mir das tatsächlich nicht ganz so wichtig wie es aussieht weil es ist versteckt allzu viel ist jetzt ein kabel slack auch nicht mehr über dass ich hier das noch allzu anders machen könnte deswegen bin ich jetzt grundsätzlich damit zufrieden ist natürlich auch relativ einfach weil hier in den rechner nicht viel drin ist wir haben nur das mainboard die grafikkarte das einzige was natürlich jetzt kabel braucht ist nur mainboard selber das ist das einfacher wenn wir jetzt mein rechner hier einbauen würden würde das natürlich anders aussehen so muss bei fotos nicht adobe rgb und so wichtig ja wobei da ist es relativ einfach wenn du ein ips panel hast automatisch minimum 97 prozent adobe srgb abdeckung dann kommt es eher darauf an dass du ein kalibriertes display hast oder dir selbst eine kalibrierspinne kaufst um deinen displays kalibrieren zu können gut das habe ich jetzt nicht ich habe ich fotograf punkt so hauptberuflich einbrecher also ich bin grobmotoriker ich würde sagen ecke zu affe tot und ich muss nicht pressen so gut ist das kabelmanagement ich muss die fotos noch verschicken fällt mir gerade ein dann drehen wir immer wieder ganze einmal der check haben wir das eingesteckt und ist hier vernünftig festgemacht kann sich das sehen lassen okay wir haben hier noch und die dringend geputzt werden muss sieht man das eigentlich ja okay das tut mir leid dieser rechner ist lange im keller gewesen und davor lange im einsatz ohne säuberung also ich würde mal vermuten kornkreisfelder dinger da da waren mal lüfter genau da waren die drei lgb lüfter vor aber wofür hat man windex und küchentücher die vielleicht nicht ganz so verbannern sollte in corona zeiten könnte man ja noch als klopapier nutzen zeitung klopapier rollen im notfall ich habe ich habe letztens ein video gesehen diy klopapier als ich das dann gesehen habe habe ich mir nur gedacht okay manche leute greifen auch zu extremen mitteln wenn sie kein klopapier kaufen können dann machen sie sich selber dr stein schreibt ja gut der hat gut staub gefressen ja jetzt muss man dazu sagen das problem bei diesem kreuz ist von vorne kann zieht kann er nur da kann ich gleich mal zeigen wenn ich die scheibe wieder richtig drauf hat so hat man kurz so und so er hat nur hier unten einen kleinen schlitz hatte ich mach mal was ich kann leider jetzt gerade nicht die blitz machen da sieht man es ja da unten nur ganz kleinen schlitz oder luft rein ziehen kann und das war es das gehäuse ist für frontkühlung relativ suboptimal da ich ja anfangs ja doch da war ja luft rein ich weiß gar nicht mehr wie rum ich welche lüfte hatte aber wir sind mit den umbau und einbauen case fertig so der den teil hat geschrieben entsetzte gesichter ich weiß gar nicht ob ich ihn heute schon gesehen habe auf jeden fall moin den teil dr stein nur von da aus kommt die luft rein fragezeichen bisschen wenig oder ja definitiv aber normalerweise also ich hatte wenn als die wacke noch hier oben drin war hier waren sie am rauspusten hinten war im rauspusten ich glaube vorne am reinziehen aber dadurch dass halt drei lüfter waren gegen das dann wieder aber dafür waren die halt von der lautstärkeheit schon so denn schreibt noch dazu oder eben staub ihr wollt natürlich bestimmt auch einmal alles leuchten sehen also nehme ich mir mal ein stromkabel und wechseln wir wieder hier auf diese das grüne iphone das glofon ich weiß ich sehe nicht viel wenn er aus ist dunkel jetzt seht ihr vielleicht schon das geheimnis sollte strom machen das geheimnis ist strom da ist noch ein schöner sticker den man kriegt wenn man bei uns auf dem stammtisch ist und wie welche davon haben sonst kann man mal im forum fragen ob der mocker war das der uns diese schönen sticker macht und hier leuchtet halt einfach gar nicht und das liebe ich ein rgb und stealth computer ist auch einfach nur geil und die zwei hier vorne geht mal voll klar weg zu dem dann kann ich nämlich die hände frei ich hatte leider bis jetzt noch keinen einzigen rechner der plexi panel front oder sowas hatte und ich würde es gerne haben also ich bin tatsächlich seit den frühen 2000 an schon mit solchen behäusern teilweise unterwegs gewesen teilweise auch mit kaltlicht die kathoden und so also der case modding war damals auf lahm party ist natürlich groß ja so apfelbaum schreibt vielleicht ist war einer der namen auch auf hohn weil zu heiß mocker schreibt der sticker sieht nice aus dr stein schreibt scheinen vom gewicht her sehr leicht zu sein ja das ganze ja also schwerste ist glaube ich gerade hat sich das gehäuse mit dem glas den teil schreibt hast mich für mein del ja auch bestens versorgt richtig versorgt was habe ich gemacht was habe ich gegeben kann auch sein dass das an mocker glaube ich gerichtet ist oder so ach du scheiße ist jetzt hier ein chaos sticker nämlich auch immer ganz viele also einfach mal um zu zeigen so sieht gerade die andere richtung aus die sonst eigentlich immer sehr aufgeräumt ist sollte die richtige taste drücken ja ok ich verspreche euch ich bin eigentlich ein sehr sehr ordentlicher mensch ich hasse unordnung kann übrigens mal für bestätigen weil jedes mal wenn wir in teamspeak sind räume ich meine wohnung auf ja und ich nehme es mir immer vor deswegen ist mein hintergrund ausgeblüht wir brauchen aber wieder unseren opel wir brauchen afterburner es wir brauchen habe info mocker guter plan ja das stimmt und kai ist auch schon fleißig dabei und ich spiele hier mit radon so close das ist dann stock plus wakü so ok also wir sind overall im durchschnitt tatsächlich gerade wärmer mit der wakü das wundert mich tatsächlich hast du wärmeleitpaste drauf gemacht dass du mich jetzt ich hatte mein steam zu sehen gerade kurz ach so ach ok ähm ihr bringt mich ja alle gerade aus dem konzept so kai ich möchte jetzt einmal dass du tief ein und ausatmest und einmal wu saa sagst so wir müssen uns jetzt auf jeden Fall angucken wie die lüfter laufen also ist es schon richtig dass wir mit einer wakü automatischen 30 grad bereich sind weil mit einer wakü kann man nie kälter als die umgehungstemperatur sein ich habe jetzt hier wahrscheinlich gerade circa 25 grad 23 grad in meiner wohnung ähm und von da aus immer meist plus 10 grad so äh das schneiden wir rauf alles gut also kai du wirst nicht nur ein streamer oder bist nicht nur ein streamer sondern wirst auch noch äh video editor ja gut das habe ich früher auch so gemacht gut dass man diese sachen aber definitiv nicht mehr finden kann vielleicht solltest du dir nur die zeiten aufschreiben dass du nicht so lange suchen musst äh das ist kein problem ich habe die gerade im dashboard schon markiert ok ähm so wo hat sich denn jetzt easytune hin verfrachtet das hat gar nicht erst gestartet sehr schön das ist natürlich wieder sehr toll dass die gigabyte software so toll funktioniert dass nichts funktioniert das ist ein weiterer wieso ich asus mainboards tatsächlich bevorzuge weil nämlich die software von denen nie gepflegt wird äh was mich gerade am passieren dass weshalb wir so hohe temperaturen haben ist dass die pumpe zu langsam läuft ähm da müssen wir jetzt auf jeden fall ins bios und für die kurve äh eine 100% kurve erstellen und ne die uhrzeit ist eigentlich nicht schlimmer also da ich wusste dass ich heute vier bis sechs vielleicht sogar acht stunden stream werde habe ich mich heute mittag mit absicht schon hingelegt also ich bin tatsächlich topfit und notfalls habe ich noch kaffee wofür ich euch auch gleich einen hole äh ja so was hatte ich gesagt welcher fan ist welcher einer von denen ist auf jeden fall die pumpe so sysfan speed control ist full speed bitte fan control use temperature input cpu äh das ist voltage fan stop disable da muss mich die pumpe jetzt werden wir das ganz einfach sehen entweder mit laut oder nicht ok weißt du was wir testen einfach mal just for fun mach das mal für alle auf full speed ich glaube die roten lüfter waren nicht wirklich viel laut weil die eigentlich nichts können und so oem lüfter aus irgendeinem ähm sharkoon gehäuse so ach da sehe ich die ganze kacke ah ok sysfan 1 wäre die pumpe gewesen mhm kann ich hier irgendwie mokka schreibt war das nicht sysfan 1 fragezeichen ok wir haben auf jeden fall jetzt für alles eine 100% kurve und der ist immer noch sehr leise wie gesagt die zwei lüfter die wir jetzt vorne drin haben die sind eigentlich nicht dafür ausgelegt ähm ich denke dass ich zeitnah meinen rechner zerlegen werde die zwei original lüfter von der wakü rausholen werde und hier noch mit reinbauen werde weil die eben dafür ausgelegt sind ähm aber ich denke mal jetzt zum test müsste es hoffentlich reichen also wenn wir jetzt nicht insgesamt auf 100 grad hoch gehen ist alles ok hm selbstzerstörung aktiviert ich finde es übrigens saukool wir haben jetzt gleich mitternacht und wir haben immer noch 10 zuschauer ich danke euch dass ihr so durchhaltet ihr könnt doch mal alle im chat schreiben ich will mal wissen wer jetzt tatsächlich noch da ist weil ich sehe aktuell nur den mokka und den apfelbaum äh aber mich würde mal interessieren wer denn noch alles von euch da ist falls überhaupt ein account habt und wenn nicht stellt ein und schreibt uns dann und verloren wir haben heute die 76 erreicht da bin ich auch schon richtig stolz drauf cool dass ihr alle uns der night flyer ist noch da cool dr stein ja gut bei dem wundert es mich nicht dass er noch da ist alles gut ich hab dich gern apfelbaum ich und warum auch immer sehe ich 24 also mein äh äh twitter sport sagt mit 10 zuschauer gerade ja meins hier auch was ich so sehe aber ich habe ja auch nur die einfach an sich dentei cool cool so jetzt können wir auf jeden fall mal wieder cinebench laufen lassen jetzt sehen die temperaturen glaube ich nicht auch ein bisschen was humaner aus ne schon wieder maximum 48 ok wir müssen mal gucken was jetzt passiert ja dr stein aktuell sind es 11 auch bei mir f5 bringt 10 apropos 10 ich kriege irgendwie gerade hunger ich weiß nicht wieso ich bei 10 darauf komme aber ich kriege tatsächlich gerade hunger ok da wird jemand müde ne ich gähne in die webcam das geht gar nicht so und da sehen wir den ersten effekt der wasserkühlung wir sind 10 grad kühler als vorher und das mit den definitiv noch falschen liftern also da geht noch mehr kohle pizza von dr stein ich habe tatsächlich schon vorgesorgt ich habe mir heute mittag so einen dönerauflauf bestellt und extra eine türkische pizza schon und die türkische pizza wartet gerade auf mich im kühlschrank aller grong style ich hätte jetzt eigentlich eher was witzigeres gemacht kai liegt für eine minute seine adresse im stream und jeder kann ihm eine pizza bestellen geil wäre das nicht eine idee das wäre sehr cool aber meine privatsphäre ist mir dann doch sehr wert also ich gebe freiwillig raus in welcher gegend ich wohne das ist um ecke leverkusen aber mehr auch nicht vor allem minimum vier leute gerade im chat kennen meine adresse tatsächlich was ja was ja wie gesagt einer wohnt im nachbardorf ja gut der kennt meine adresse nicht aber der wüsste jetzt in etwa wo hitdorf ist der andere war schon mal bei mir dann du und ich würde mal raten dass bestimmt noch irgendein anderer aus dem madman mod team dabei ist der auch schon mal meine adresse gesehen oder hat oder kennt ja aber dr stein das ist nicht weit weg von der adresse alter schwede cinebench r20 haut echt rein braucht echt lange im gegensatz zum r15 wie er facebook nee also ich bin tatsächlich also ich habe ein facebook-account ja aber ich bin dort eigentlich nicht ich habe ich habe eine gute idee wie viel pizzen willst du haben ansonsten twittern wir deine adresse mal eben dann habe ich auch uns 14 hier wahrscheinlich stehen das ist ja egal das stimme ist ja mein nachnamen kennt und weiß wie eine voice abfrage funktioniert er kennt meine adresse du bist ja schlau warum sagst du das weil du wirst muss wie du mir also in deutschland oder wie du mir also eine voice abfrage was ohne meinen person zu haben du kannst einfach du kannst nicht mehr öffentliche voice abfrage machen und wie gesagt man muss mal nachnamen kennen und wenn man mein username kennt kann man so dass man weil ich habe auch ein impressum das ist genau das gleiche spielchen wie mit bärt wenn hektar schon du kannst dich halt in deutschland nicht verstecken naja stimmt das ist wie bei mir mit dem cosplay dingens genau das ging mal ich mache mir da grundsätzlich kein problem gehen weil ich habe da eine vernünftige rechtsversicherung sollte sich jemand was trauen wird teuer genau dann könnte ich das ja wie gesagt du kennst meine alte adresse das ist vier kilometer unterschied so wir haben übrigens sinne mensch durch 20 sind interessanterweise auch bei mehr punkten gelandet habt den effekt weil wir eben halt auch rund zehn grad kühler geblieben sind wir haben nämlich diesmal 68 grad nur 4 plus minus 23 kommen wir jetzt nehmen wie wir wollen valley werde ich jetzt nicht noch mal durchlaufen lassen denn da wird sich jetzt nichts verändern weil wir die gleichen taktraten haben aber wieder wird definitiv noch mal anders ausfallen und das werde ich auch gleichzeitig zum anlass nehmen mal eine stuhl tv pause zu machen stuhl tv ja möchtest du denn auch eine stuhl tv pause haben kannst du eigentlich laufen lassen ich wird nun mal eben fix mein eis aus dem kühlschrank oder dann wechsel ich tatsächlich den screen jungs mädels der stream ist nicht zu ende wir sind gleich wieder da jetzt muss noch alles di folgen desto die die aber die Vielen Dank. 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 Ja, definitiv. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer hat das geschrieben? Ach, wir nehmen einfach Apfelbaum. 4,5 Gigahertz. Und wir müssen... Ich... Hier und da... So... Und... 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 Das... 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 Und... Das... Und... Darauf... Der will... Community... Und... Ja... Ja... Der... Nein... Und... Wenn... Und... 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 ... 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 Tupfen nicht wischen... Das ist egal, ob ich tupfe oder wische gerade. Feuchten Schwamm und topfen. Nee, kann ich nicht, dafür ist die Kaffee zu dünn. Das Ding soll nicht tropfen, das Ding soll feucht sein. Ich muss so, wenn ich ausziehe, streichen. Und bei den nächsten Streams machst du dir einfach so eine Kaffeefleckenwand oder wie? So, Apfel schreibt, aber kein Mate-Notebook. Kai, bist du denn im Stream zu hören? Ja. Okay. Da schmeiß ich direkt das nächste runter. Nein. Das war jetzt das Bier, oder was? Nee. Das war meine USB-Stick-Kiste. Irgendwas ist dabei auch kaputt gegangen. Gut, aber der Vorteil ist schon mal, eine USB-Stick-Kiste hinterlässt keine Flecken. Jo, ein USB-Stick hat es gerade aber kaputt gemacht dabei. Ich glaube, irgendwas will mir gerade was sagen. Das Wustige ist, ich wollte gerade einen Kaffee extra weit wegstellen, genau das nicht passieren kann. Ein Doktor Stein schreibt gerade, ich glaube, der Hunger hinterlässt langsam seine Spuren. Ja. Ja, der Hunger muss aber noch warten, bis ich mit dem Stream-Set fertig bin. Dantai schreibt, du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Entschuldigung. Jawoll. Kai ist sowieso nicht er selber, wenn es um Essen geht. Nee, manchmal kann ich aber echt genastisch werden. Ich erinnere dich nur an, wo die Pizza eine halbe Stunde zu spät kam. Oh! Also wenn ihr das nächste Mal Kai mal ein bisschen in Rage sehen wollt, dann mache ich sofort einen Stream und sag euch Bescheid. dann könnt ihr das alles live miterleben wie Kai drauf ist, wenn er Hunger hat vor einigen Tagen ne, das ist ja schon wieder ein paar Wochen her ich hatte Pizza bestellt und hatte so einen echt übertrieben langen Arbeitstag und den ganzen Tag nichts gegessen, also ich war echt hungrig und die haben irgendwie anderthalb Stunden zum Liefern gebraucht, das war Anfang Corona Zeit und da hatten wir gerade angefangen mit Kontakt, ne? und das war dann nicht ganz witzig weil das lustige war in dem Augenblick ich wohne relativ nah an der Straße und mein Fenster war offen und ich hab gesagt, boah, wo bleibt dieser scheiß Lieferbote? ne, unbedingt stand der aber unten an der Tür und hat das gehört kam da so ganz ganz vorsichtig, ich treppe hoch, Entschuldigung Entschuldigung, Entschuldigung Ach, das hast du gar nicht erzählt gehabt Doch, das hab ich sogar noch gesagt gehabt Ja, hast du? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr Apfelbaum schreibt Naja, dann ist Zeit fürs Agro-Hörnchen Der Kollege vom Obi-Hörnchen Nur von Hornbach, Fragezeichen Das lustige ist ich wollte eigentlich gerade sagen so, ich stell jetzt den Kaffee weit weg damit sich das von meiner Uhrzeit wiederholt und ich schnapp mir jetzt den Laptop zum Zerlegen Was passiert in dem Augenblick? Kaffee Mhm Weil wir müssen Albi da jetzt ein paar Minuten laufen lassen und das kann halt wirklich jetzt ein bisschen was dauern wir wollen ja wirklich sehen, ob das stabil ist also wir müssen das jetzt noch, weil wir haben 8 nach gestartet, noch mal Minimum 10 Minuten laufen lassen Wir sind bei 84 Grad 91 Grad Ah, da geht er wieder runter Ja, wir müssen halt abwarten, bis der aufhört dieses Bikes zu machen und eine konstante Linie hat So Jetzt wollen wir mal gucken Ich fange jetzt mal langsam und gemütlich an diesen Laptop zu zerlegen Und das wird ein Spaß Weil es ist, äh, zwar ein Lenovo-Gerät Ich könnte auch mal Ähm Ich wollte gerade sagen, äh, switch mal die Ja, ich habe eigentlich eine Szene, die HDMI und Bustelcam zeigt Aber da bist du leider nicht drinnen Und es macht nichts Ja, aber du bist ja Co Läuft der Kaffee gerade aus der Tastatur Ne, aber ich schalte mal wieder zum HDMI-Input Äh, Apfelbaum Wir haben gerade TJ Max erreicht Ja, wir haben TJ Max erreicht, glaube ich Apfelbaum schreibt gerade noch Welche TDP hat die CPU? Ähm, es müsste, glaube ich, eine Wir gucken mal Äh, Ryzen 52400G Ich meine, es müsste eine 45er sein Wenn mir jetzt nochmal jemand erklärt, was TDP ist Dann kann ich vielleicht auch ein Aha 65 Watt Ähm Thermal Deposable Ne, äh, also Energie zu Hitze Achso Grob gesagt Ganz grob gesagt So, wir haben auf jeden Fall jetzt einen Restart gehabt Das Problem ist natürlich, weil ich gerade in der und die Szene am rumspibbeln war Habe ich nicht gesehen, ob wir, ähm Hitze Maximum erreicht haben oder nicht Oder weshalb er neu gestartet hat Äh Also das Akku klebte schon mal ein wenig drinnen Oder war das jetzt einfach nur Ja, ja, da ist Kaffee drunter Ich, äh, pass auf Ich mach das mal ganz einfach Ich, äh, schalte mal kurz Auf Bustwickam plus HDMI Und Gut, dann lese ich mal eben nebenbei den Chat weiter vor Dental schreibt Kann die Vakü die Wassertemperatur ausgeben? Äh, nein So, Apfelbaum schreibt Äh, Termal Design Power Hallöchen, ich bin groß Ja, danke Ist in Watt und auch in Temp Grad Celsius angegeben Äh Ich war jetzt kleiner als die anderen, aber es tut mir leid So bist du aber auch mit im Bild und wir haben alle drei Sachen Alles gut, alles gut Ich bin ja nur Co Aber ja, ich muss sagen, hier oben kommt auch gerade ganz schön Hitze raus Also Ich würde raten Ich nehme jetzt mal vorne die Die Graschscheibe nochmal ab Vielleicht hat er auch einfach nur nicht viel Luft sehen können Aber ich glaube, mit den Lüftern kommen wir nicht weit Äh, Apfelbaum schreibt Oh, er hat sich schon mal aufgehangen Gehe gerade von ArcIntel.com aus Und ich glaube, ich habe gerade sogar noch nebenher mein Gehäuse kaputt gemacht Jetzt hat er sich abgeschaltet, cool Läuft bei dir Ich glaube, wir werden doch gleich Äh Ich glaube, wir müssen gleich doch nochmal auf Stockbox und Kühler wechseln Ich glaube Die Vakü Wir leben jetzt hier in Zustand Jetzt kriege ich mich gar keinen Input mehr Haben wir das Board gerade getillt? Oder die CPU? Das wäre es natürlich, wenn wir es jetzt getillt haben Ist die Vaküge Himmel, schreibt Apfelbaum Nee Ich habe gerade aber die Die vermuten, dass sie die CPU oder das Mainboard gerade getillt haben Ich stelle nochmal das Yoga weg Ich werde da heute noch dran kommen Vielen Dank apfelbaum schreibt das ist eben live wie beim mal davor also ich habe mal ein video gesehen von ich weiß nicht kennst du zufälligerweise find klima nicht ist youtuber ziemlich großer eigentlich auch der hat sich ein internet notaus buzzer bauen lassen dass falls mal irgendwas passiert was wirklich nicht schön ist dass er dann einfach und internet weg so ich habe jetzt erst mal das letzte ausgemacht ich werde jetzt erst mal ein bias reset machen damit der overclock weg ist night flyer schreibt ich glaube der leppi fragezeichen fragezeichen ja das ist eben seine aura genau denn da schreibt ich war auch nicht fan von aios eigentlich habe ich nie probleme damit gehabt aber wie gesagt wir haben halt aktuell lüfter drauf die eigentlich nicht zur aio gehören und eigentlich theoretisch stark genug sind die hätten wenigstens das jetzt schaffen sollen so aber jungs wir hängen ane daran und prüfung hast du den ram gekillt würde keinen sinn machen weil ich habe nichts an den timings geändert weil jetzt habe ich ja gerade ich hätte noch einen anderen ram riegel zum testen so ist das nicht ich habe jetzt auch das bei uns gerade resettet ja da war der kaffee von deiner mutter wohl stärker als gedacht ich habe jetzt mal ich habe noch einen vier gigabyte riegel apfelbaum fragt grafikkarte gesagt ich habe zum glück dank dr stein ein vier gigabyte ddr4 riegel noch über ein applaus an dr stein das blöde ist der board hat natürlich keine error led ne das heißt er gibt hier kein tatsächlichen fehlerkord aus und er hat einfach nur vier leds eine steht für vga einen steht für cpu eine für boot und eine für ram er switcht immer zwischendurch zwischen cpu und dram hin und her das ist natürlich die frage weshalb wenn du das ding mal eben drei vier fünf minuten abkühlen lässt sich beruhigen lässt er ist schon kalt ich gehe jetzt gerade nach dem eliminationsverfahren durch brauchen wir die grafikkarte aus ich glaube überhitzt ist er gerade nicht als ich letzt auf gehabt habe waren wir unter 90 grad wäre natürlich schade wenn man direkt heute getillt haben dinge passieren die sollten eigentlich gar nicht passieren ist halt der finanzielle aspekt der dann in den augenblick natürlich ein bisschen wehtut ne ja gut sehe ich das richtig dass der wasser kühlung was hast du gerade gedacht ich dachte gerade die cpu wäre beleuchtet mit einer led aber das ist die wasser kühler ich nehme jetzt mal einen anderen rams dort man ging der jetzt gerade von selbst an ja jetzt bleiben auf cpu stehen jungs ich glaube wir haben gerade eine cpu getillt was eigentlich möglich heutzutage ist wie sagte noch mal ein guter oder einen ein bekannter autohersteller nicht möglich das blöde ist ich habe kein anderes am 4 board um das gegen zu testen ich glaube ich habe mal am 3 board mit dem bulldozer ja wir bauen mal die wakü aus wie sieht mal die cpu ich habe mal den stock kühler wieder drauf den kannst du ja theoretisch erstmal locker drauf legen um zu testen ja war jetzt nur eine frage weil wegen testen weil du von ja ja aber sollte man nicht bin ich persönlich kein fan von die ganzen da recht sich das kabelmanagement wieder ja aber gut so ist das halt wenn man es ordentlich machen will also demnächst gibt es eine amazon wunschliste mit 10.000 kabelbindern ich habe mir gerade erst 1.000 bestellt focused und da auch so Wärmeleitpaste am Finger. Wollte da nicht jemand für den Stream Handschuh verwenden? Ja, das ist gerade eher so... Man merkt, ich werde gerade ziemlich ruhig. Ja. Dann machen wir das mal anders. Dann fordern wir mal aus dem Chat ein Lebenszeichen von den Personen, die dabei sind. Weil auch da ist es wieder relativ ruhig geworden. Und bevor jetzt alle hier ruhig werden... Dr. Stein geht dann mal ins Bett. Okay, soviel dazu. So, Apfelbaum ist auch noch da. Ich bin auch noch da. Der Kai ist auch noch da, auch wenn man ihn gerade nicht hört. Also ich bin ganz ehrlich, sollte ich jetzt tatsächlich die Zebu getillt haben, dann wäre das für heute auch Ende. Aber mehr kann ich nicht mehr vertragen. Passwort und dann CPU. Dentai ist auch noch da. Schön. Das freut mich. Und den Kai wahrscheinlich auch. Ja. Der Nightflyer-Killer-Kai. Kai, der Zerstörer. Uff, uff, uff. Bauschmerzen, echt. Oh, ich hab nur eine Schraube vergessen. Jim Salabim. Ich wollte eben Abendessen, aber jetzt ist es zu spannend. Hallo, Jim Salabim. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn heute noch gar nicht gesehen im Chat, glaube ich, oder? Oder doch, glaube ich doch. Ich hab dich vorher gegründet, als du kamst. Ich habe ihn noch nicht gesehen oder gelesen, deswegen einfach mal ein herzliches Hallo. Oder Alua. Apfelbaum schreibt nur verständlich, da verfliegt so manche Motivation, wenn CPU gekillt wäre. Ja, ich sag mal so, auch wie gesagt, auch wenn ich heute einen guten Preis hier für diese Hardware geschossen habe. Aber sie hat halt den, den, äh, 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 hinter uns spezifisch halt für dieses Schirm zu sein, wenn ich jetzt heute schon die CPU gekillt habe. Das wäre, äh, ein finanzieller Totalschade für dieses Projekt. Das wäre so der Moment, wo ich, äh, mich freuen würde, wenn, äh, Gronkh mal wieder so ein Raid machen würde bei unbekannten Streamern und einfach Geld spenden würde. Wie Marmeladen-Umi, wo er einfach hingegangen ist und den, den kompletten Stream-PC bezahlt hat. Äh, die haben, glaube ich, an dem Abend so viel Geld eingenommen. Ja, ja, die Marmeladen-Umi hat ja da den, den Hype daraus so gezogen. Ja, aber ich finde das cool, das finde ich eigentlich echt genial. Ja. Weil, äh, natürlich die Leute, die dann da mitgucken bei, äh, Gronkh, die werden nicht alle die Streamer dann auch weitergucken, aber es bleiben sicherlich ein paar kleben. Ja. Und wenn es, sag ich mal, 10, 20 Leute sind, dann ist das schon mal nicht schlecht. Äh, Dental schreibt, ein Glück, bevor ich solche Temps erreiche, wird das PETG weich. Ja, äh, Apfelbaum schreibt, der Preis ist dabei nebensächlich. Die Tatsache an sich ist ja doof. Ja, äh, was mich halt nur wundert, heutzutage sollte genau das eigentlich nicht mehr passieren. Heutzutage müsste sich eigentlich jeder Rechner vorher verabschieden und ausschalten. Und dieser hier hat ja gerade einfach nur neu gestartet. Miro 302, guten Abend euch allen. Einen wunderschönen guten Abend. Kommt es zum passenden Moment, in dem wir wahrscheinlich gerade eine Ryzen CPU getötet haben. Oder ein Mainboard, eins von beiden. Wir können es nicht testen, weil ich nicht genügend Teile zum Gegentesten habe. So, ich mache jetzt einfach, was ich normalerweise nicht mache, Wärmeleitpaste überverwenden, weil es erstmal nur ein Test ist. Überverwenden, sprich, du benutzt alte Wärmeleitpaste. Ja, die, die jetzt auch auf der CPU drauf war, weil an sich da noch genügend drauf ist. Aber, weil wir jetzt gerade nur testen wollen. Das hört sich an, wenn du die CPU da drauf schraubst, ne? Ja, das sind diese Federn in diesen Schrauben. Ach so. Hört sich immer so an, wie gesagt, als wenn du eine Knarre hättest und das Ding da richtig so, oh, komm, man, mehr gehen noch. So, wenn ich jetzt den Stecker hier drauf kriege. So. So, der Miro 302 schreibt außerdem, was bräuchtest du denn, um zu testen und wo seid ihr? Vielleicht kann ich euch was vorbeifahren. Also ich bin in der Ecke in Leverkusen. Und wir bräuchten jetzt, altert idealerweise, ein AM4 Mainboard und eine andere AM4 CPU. Dental schreibt, Hardware-Taxi, auch nicht schlecht. Oh, Moment, er geht wieder. Yeah, nice, Apfelbaum schreibt, zum Glück, in Anführungszeichen, ist heutzutage... Moment, stopp. Weg, er geht zwar jetzt weiter bis VGA, jetzt wieder DRAM, und diesmal ist RGB auf dem Mainboard immerhin an. Jetzt ist er wieder VGA. Gut. Er lebt, er lebt. Nice. Miro schreibt, 220 Kilometer sind ein bisschen viel. Im Endeffekt hat anscheinend auch nur dein Auftauchen hier im Stream wunderbar wirkt. Ja, der Rechner hat jetzt Panik gekriegt. Ja, wie? Du willst mich austauschen? Okay. Nice. Ich würde sagen, die Vakü können wir mit den Lüftern aktuell tatsächlich nicht betreiben. Ich werde trotzdem jetzt mal die Nvidia wieder einbauen. Wir werden mal gucken, ob wir auf 4 Gigahertz mit dem Boxset-Kühler gehen können. Und dann lassen wir es erstmal bei 4 Gigahertz und ich gucke, dass ich vielleicht ein bisschen Geld auftreiben kann. Das hört sich so an, als wäre ich pleite. Aber ich muss halt, ich kann ja nicht jetzt einfach auf meinen ganzen Lebensunterhalt hier einfach diese Kiste reinstecken. Und mal gucken, entweder ob wir eine schöne 120er Vakü holen, weil dann hätte ich nämlich noch ein schönes Gehäuse über, oder ob ich irgendwie sowas wie ein, wie heißt der von Noctua, den Tower-Kühler hole. Müssen wir gucken. Apfelbaum schreibt, man muss dem Rechner nur drohen, ja. Ja, ich kenne das manchmal. Mache ich auf der Arbeit nicht anders, dann laufen die Server auch wieder, aber das war jetzt gerade so ein Moment, wo das weh tat. Miro schreibt, yay. Nightflyer schreibt, man sollte den Rechner Jesus taufen, der ist auch wieder auferstanden. Okay, machen wir. Ja, es ist ab jetzt Jesus. Der Dental schreibt, aber nicht mit Kaffee taufen. Geben eigentlich noch Ausrufezeichen und Einsen. Warte, wie... Das ist jetzt eigentlich eine Idee. Meine Mutter hat ja ihren Laptop mit Kaffee getauft. Eigentlich müssten wir den Jesus nennen, weil der hat es überlebt. Oder... Nee, nee. Wir Judas haben... Nee, Judas haben sie nicht getötet. Aber Judas wäre auch ganz witzig als Laptop-Name. Ähm... Der Dental schreibt... Ach nee, Quatsch. Der Nightflyer schreibt, ha ha ha. Und Apfelbaum schreibt, aber nicht mit Marte. Oh, bar, ey. Wenn ich Marte... Ey, ganz ehrlich, da kann ich auch Wasser in den Aschenbecher tun und da trinken. Das ist genauso wie Marte. Ich weiß auch nicht, was das für ein Hype war mit dem Marte-Zeug. Ist das eigentlich immer noch so? Ja, ja. Das Lustige ist, für die, die jetzt gedacht haben, Alter, wieso verwendet der Wärmeleitpaste wieder? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Perfekt gespreadet und ausreichend und das gleiche auch mit CPU. Der Mythos, dass man Wärmeleitpaste nicht wiederverwenden kann, ist nicht wahr. Man sollte es nicht tun, falls die CPU zu sehr Imperfektionen auf der Oberfläche hat. Dann könnte es so sein. Aber wie gesagt, in der Theorie geht es. So, Mythbusters im Hackintosh-Style. Jetzt brauche ich wieder neue Handschuhe. Ich lese einfach mal weiter den Chat vor. Apfelbaum schreibt, ja, der Rechner heißt dann Johannes der Täufer. Oder Getaufte. Dental schreibt, nee, den nennen wir Jakob. Wenn es Jakobs wäre. Wenn es Jakobs wäre. Geil. Ihr seid der Hammer. Ihr seid echt der Hammer. Apfelbaum schreibt, den Rabiner Luis de Finesse. Fragezeichen? Sagt mir tatsächlich nichts. Mir auch nicht, aber ich schmunzel trotzdem. Aber ich glaube, den werden wir wirklich Jesus nennen. Warte mal, wer... Also normalerweise, jeder hat ja, wenn du mehr Rechner hast, du kannst ja deinen Rechner Namen geben. Und bei mir haben meine Rechner Namen aus der Nordischen Mythologie. So, hier der Streaming-Rechner da drüben. Der heißt Thor. Meine Domäne hier heißt Ragnarök. Und all solche Sachen. Somit würde Jesus grundsätzlich hier reinpassen. Ah, okay. Als der Fremde. Apfelbaum schreibt, doch, nein, oh. Es heißt aber andersrum, nein, doch, oh. Nur mal eben zur Korrektur. So, Lehrer-Modus wieder aus. Und ich mach Doktor-Modus. Ja, fehlt nur noch der Mundschutz. Und die hübsche Blondine, der man nach Topfer schreien kann. Topfer! Dental schreibt, geil, jene Handschuhe. Apfelbaum schreibt, stimmt und schickt einen YouTube-Link rein. Ich gucke mal, eben. Okay. Ich weiß, das hört sich jetzt blöd an. Im Augenblick ist es mir persönlich auch noch egal. Aber wir müssen tatsächlich leider irgendwann das einstellen, dass wir keine Links oder Nicht-Moderatoren keine Links posten können. Weil das kann natürlich gefährlich enden, wenn das Links sind, die nicht ganz so sauber sind. Bei YouTube-Links sehe ich das eigentlich noch relativ gelassen. Ich freue mich, dass ihr euch irgendwann wundert, wieso ich Links abschalte. Heute ist das noch egal. Wir sind ja in einer sehr kleinen Runde. Ich finde es lustig. Kaum besteht das Risiko, dass unser Rechner kaputt ist, gehen wir von 8 Zuschauern auf 13 Zuschauern hoch. Cool. Dental schreibt, jetzt noch den PC bitten zu husten. Einmal bitte Corona-Test. Ja, Apfelbaum schreibt, ja, stimmt, sonst wird so Mailware verteilt. Der Vorteil ist, den ich jetzt zum Beispiel habe, dadurch, dass ich ja so ein bisschen moderiere als Co-Moderator und auch hier Mod jetzt bin, ich kann mir die Links ja trotzdem angucken und kann dann dementsprechend auch entscheiden, ob ich die freischalten lasse oder freischalte. Wie gesagt, wir sind jetzt ja gerade in einer relativ kleinen Runde, deswegen ist das nicht so schlimm. Aber wenn wir wieder so 20, 30 Leute sind, wie vor 3, 4 Stunden, sind wir jetzt schon gleich bei 6 Stunden und ich habe immer noch Energie. Kaffee! Dann kann das natürlich gefährlich werden. Vor allem wenn so einer wie vorhin, den wir jetzt schon bannen mussten. Übrigens, das war unser heute der erste Bann, den wir jemals auf diesem Channel verteilen mussten. Nice. Traurig und meist zugleich. Apfelbaum schreibt, machen Sie bitte eine Bewegung, die Ihren Beruf erkennen lässt. Das stimmt, ich habe es vorhin gesagt, also... Ich überlege gerade, wie ich meinen Beruf am besten betiteln werde, oder... Nein, ich würde es so machen. Ich weiß, du siehst es ja jetzt gar nicht, aber... Nee, das ist irgendwie verkehrt. Also ich hätte jetzt... Ja sowieso, wenn du dich mal in eine Tür reinwerfen musst? Nee, habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Das Einzige, was ich hatte, war Tatsache, das war die erste Türöffnung, wo ich richtig mal mit Einbruchwerkzeug rangehen musste. Da hatte ich so einen 1,10 Meter Klopper an Brechstange, musste dann in die Tür rein oder richtig schön so... Mit Gewalt aufheben. Für alle, die sich gerade fragen, was der beruflich macht, der ist beim Schüsseldienst. Ja, äh, genau. Beruflicher Panzerbrecher. Ich bin jemand, der einbrechen darf. Äh, Dentai schreibt... Gut, hast du jetzt nicht gesehen, aber okay. Habe ich gut nachgemacht. Ab für Woche. Mach doch mal, komm. Dentai schreibt... Ab für Woche. Ich brauche wirklich noch einen Monitor, der hier hängt, ähm, wo ich, äh, OBS und, ähm, das Chatprogramm offen haben kann. Ab für Baum schreibt jetzt zum dritten Mal, Waldorf, tanzen Sie Ihren Namen? Ich war nicht auf einer Waldorfschule, werde ich auch nie sein, äh, kann ich auch nicht. Äh, Nightflyer schreibt Panzerknacker, ja, so in etwa nur, dass ich das Geld im Tresor lasse. Leider. Das klauen dann die Kunden selber raus. Die uns anrufen. Das Beste wäre ja noch, worauf ich ja noch warte, äh, ein Anruf aus der JVA, ich bin in einer Zelle eingesperrt. Ey, das wäre doch was. Du, wenn ich irgendwann verhaftet werde, mache ich das. Kannte mir jemand verraten, wo ich die, äh, Wärme in der Pasta hingelegt habe? Äh, irgendwo in deinem Raum. Ja, ich hab's gesagt. Äh, Freunde der Sperr- und Schließtechnik. Äh, gibt es, soweit ich meine, beim CCC, beim Chaos Computer Club, wenn ich das jetzt übersetze? Äh, da kann ich übrigens, ich weiß nicht, ob du dir das schon mal angeguckt hast, ähm, die Defcon in Las Vegas. Also ich weiß, Englisch ist blöd, aber, äh, die haben, die haben, ähm, das, äh, Lockpicks Village. Und die Vorträge daraus sind auch super geil. Und das ist sowieso mal für mich ein Traum, tatsächlich mal zur Defcon fliegen zu dürfen. Ja, also, äh, ich mach meistens die Tür mit meinem, äh, Zifix oder mit, äh, meiner Karte auf, je nachdem. Ähm, geil ist das dann, wenn man so Polizisten im Nacken hat, die irgendwie anscheinend meinen, den Job, den ich mache, besser zu können. Äh, äh, oder meinen mir Tipps geben zu müssen. Äh, gut, hatte ich persönlich jetzt erst einmal, so nach dem Motto, ja, äh, wenn jetzt wirklich mal ein Notfall wäre, dann brauchen sie ja extrem lange dafür. Das würde sich ja nicht lohnen, dann kann ich auch die Feuerwehr rufen. Da hab ich sie nur angeguckt und hab nur gesagt, hm, danke fürs Gespräch. Die Feuerwehr oder auch THW in dem Fall, kann ich von raus erzählen, weil ich komm aus dem THW, äh, die würde nur die Tür einbrechen, also eintreten. Ja, äh, ich hab ja diverse Türöffnungen schon gehabt und auch Türöffnungen, wo die Feuerwehr, äh, da war. Sprich, wir sollten die Tür notsichern. Das Beste war wirklich mal, ich glaub, ich hab dir das mal gezeigt gehabt, die Bilder. Weiß ich aber nicht, ich hab sie aber leider auch nicht mehr, weil mein Handy ja abgefuckt ist. Entschuldige den Wort. Äh, ja, ich weiß, welche du meinst, die hast du, ähm, in der Gruppe geschickt damals. Ja, ähm, da haben sie wirklich ohne Scheiß zwei Türen. Ist Bremer Alpbau. Alpbau heißt, äh, naja, wie in jedem anderen auch Alpbau, also ziemlich, ja, schon etwas länger und älter. Die Haustür war noch in Ordnung, die Windfern-Tür, die, äh, haben sie dann danach wieder vom Boden aufgesammelt und an die Wand rangelehnt. Komplett. Kram, Tür, Hänge, alles. Apfelbaum schreibt, äh, MacGyver macht das aber anders. Ja, so in etwa. Nein, aber ich hab eigentlich mit Polizisten-Tatsache echt nur witzige Erlebnisse gehabt, was den Kontakt anging. Also es ist dann meistens immer gleich per Du und ganz gechillt. Kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was für Einsätze man hat, ne. Aber ansonsten macht das eigentlich Spaß. Und ja, MacGyver baut aus dem Schamhaar und einer Kreditkarte eine Atombomb. So, der CPU-Klörer sitzt wieder. So, jetzt haben wir natürlich das Blöde, dass Bios es resettet. Jetzt muss ich gleich wieder alle Bios-Einstellungen neu machen. Und ich möchte trotzdem die zwei Lüfter wenigstens mit einbauen. Und ihr dürft jetzt entscheiden, soll er vorne rot leuchten oder oben rot leuchten? Ich dachte, oben geht... Ach nee, du hast ja den Box-Klörer wieder drauf. Ja, ja. Vorteil oben, da können sie natürlich die Luft gut abtransportieren. Vorne sieht schön aus. Mach doch einen vorne und einen oben. So, warte mal, wie viele Header haben wir jetzt eigentlich? Eins? Zwei, nee, wir haben nur zwei. Weil ich habe theoretisch drei Lüfter über. Grun-orange. Okay, wartet mal. Ich gucke mal, ich habe ja mal einen schönen Molch-Kasten hier. Ob ich vielleicht nicht doch noch einen... Ähm... Äh, auf. Ob ich hier unten nicht doch noch... ...ding für Lüfter. Im Zweifel, ich kenne da einen guten Tipp. Hast du einen Lötkolb? Ja, aber nicht. Oh, ich habe gerade verloren gedachte WLAN-Tipp. Kann ich denken? Äh, Miro schreibt vorne. Ja, ich denke, weil ich auch die vorne war rot und AMD, ne? Ich hatte auch mal von jemandem, ich weiß nicht, ob das ihr mich gerade gerade hört. Ähm, aus dem Forum, auf dem Stammtisch, ganz viele, die hat Topfer gekriegt. Was war vom El Tanque? Oh, ich finde sie gerade tatsächlich. Apfelbaum schreibt gerade, weshalb man keine Multifarb-Nachtleuchten im Kinderzimmern anbringen sollte. I don't know. Ich finde das Wort nur so schön. Multifarb-Nachtleuchte. So, habe ich da alles etwas größer gemacht. Äh, wo habe ich meine Schrauben? Da. Denn jetzt brauchen wir normale Behäuseschrauben dafür. Nein, Flyer schreibt. Oben die Lüfter, dann wird gleich der Rauch abgesaugt. Ja, ich glaube, ich glaube, das Image kriegt AMD auch nie wieder weg, dass das Hitzköpfe sind. Das erinnert mich an das eine Video, was ich die letztes geschickt habe. Ja, das ist echt alt. Also, ähm, was das? Also, es gab damals, ich weiß gar nicht, ob das Russen waren. Ähm, es gab mal ein gefaktes YouTube-Video, da war, äh, mit einem Sockel-A-Mainboard, mit einem Duron. Äh, also AMD-Duron, äh, Anfang 2000, Ende 90er. Ähm, haben die unter der CPU einen kleinen Sprengsatz gemacht. Und, hey, übertaktet, und guck mal, der Lüfter läuft. Ich höre, komm, wir wechseln aus, nehmen den Lüfter und dann, PAM. Marvin darf das gerne auch mal im Chat posten. Also, das ist wirklich, äh... Wer das gehört hat, das war nur zum Glück die Tastatur. Kein Kaffee? Nein, der steht noch nicht. Arigata, ein wunderschöner... Was, jetzt? Guck mal, das ist ja früh, wo du hier reinkommst. Das Beste hast du schon verpasst. Ja, ich habe gerade schon fast einen AMD Ryzen getötet. Und jetzt suche ich gerade Schrauben, damit ich die Lüfter vorne montieren kann. So, drei. Also, ich brauche mir nur vier Stück. Vier. Guten Morgen. Sechs. Habe ich noch zwei? Sieben. Eine, komm, eine habe ich doch noch. Ich muss mir mal so ein dringend so ein Schraubensortiersystem suchen. Acht, hey! So, das ist einmal der Link für das Video. Wie gesagt, ihr werdet sehen, das Ding ist bereits bereit, dieses Video. Aber es kann unterhaltsam sein. Ich bin gerade echt ohne, ob ich einen Akkuschrauber nehme, weil ich hasse, diese Schrauben reindrehen zu. Ist das ein starker Akkuschrauber? Nicht, dass sich das Gehäuse mitdreht. Hier, diese kleinen Bosch Xeon. Ach so, ja. Die sind eigentlich super für solche Sachen. Ach, scheiße, nee, das Akku ist nicht aufgeladen von dem. Und da habe ich leer gemacht, als ich meinen Schreibtisch aufgebaut habe. So, Apfelbaum schreibt, neun aus einer Hansestadt an Arigata. Und Arigata schreibt, wenn ich dir schon die Tastatur... Quatsch. Wenn dir schon die Tastatur runterfällt, muss ich mir beim PC ja erst recht keine Sorgen machen. Ja, du, wir haben ein, wir haben ein, äh, vier, vier Komma... Ne, wir waren noch beim vier Gigahertz Taktung, ne? Ja. Und die Wasserkühlung hat kläglich versagt. Umex, 1980, guten Morgen, als ich vor fünf Stunden hier geguckt habe, warst du nicht weiter, Kai. Was passiert? Doch, wir sind ein ganzes Stückchen weitergekommen. Das Problem ist, dass wir alle Tests auf dem Boxkühler fertig hatten, dann auf die Vakuum gewechselt haben, weil ich die richtigen Lüfter für die Vakuum nicht mehr habe, oder jedenfalls woanders aktuell verbaut habe, kläglich gescheitert sind, und jetzt gerade die Hälfte zerlegt haben, Panik hatten, dass die, äh, die CPU tot ist, ähm, und ich jetzt erst mal auf reine Luftkühlung umbauen. Und dann gucken werde, entweder, ähm, nächsten Monat, oder vielleicht möchte ja jemand helfen, mit Jesus, und einen passenden schönen CPU-Kühler holt. Vielleicht machen wir hier ein kleines Community-Projekt raus. Mal gucken. Aber ich muss die Ranz rausnehmen, sonst kann ich diese Schrauben nicht reinbauen. Ihr habt jetzt nicht gesehen, wie ich die rausgenommen habe. Äh, Arigata schreibt, direkten Makita auf volle Pulle drehen. Und der Globox-Snoop hat einfach mal eben ein Hashtag ins Leben gerufen, Kühlung für Jesus. Geil. Apfelbaum schreibt, ich glaube, der Rechner braucht einen Fisch auf, Kleber. Wieso Fisch? Kennst du das nicht auf den Autos, diese Fische, die hinten auf der Heckklappe drauf sind? Ja, ich weiß, wie die aussehen, aber ich weiß nicht, weshalb und wofür. Ich glaube, Christentum steht das. Ach du Scheiße. oder für Glauben, oder für Glauben, irgendwie sowas. Arigata schreibt, ob Jesus ein Computer-Community-Projekt-Dingsbums mitmacht, wird der PC dann auch gekreuzigt? Der PC ist Jesus. Wir haben den PC im Stream Tatsache Jesus getauft, weil er von den Toten wieder auferstanden ist. Ich weiß, ihr seht gerade wieder nichts, aber die Ecke hier ist so blöd, die Schraube da reinzudrehen. Und noch einmal. Autsch. 10, äh, 10 netto. Danke für den Follow. Oh Gott, jetzt hau ich hier aber auch alles runter, habe ich das Gefühl. Jetzt geht es echt los. Also wir müssen uns merken, 6 Stunden, Marke, es wird gefährlich und kann nur auch lustig oder katastrophal enden. So, äh, Apfelbaum schreibt, da steht entweder Jesus oder eben Satan drin. Ja gut, ich gehöre ja eigentlich zu der satanistischen Seite. Äh, ja, ich enthalte mich dem Ganzen. Ja, Metal und so, weißt du? Ja, ich höre auch Metal und Co und bin auch eine Zeit lang im Punk-Bereich unterwegs gewesen, aber alles, was mit Glauben zu tun hat, da falle ich von ab. Ja, Dito, aber, äh, das ist ganz lustig. Mein Vater ist halt Altrock, also wirklicher Altrocker, ne, auch vom Stil her. und meine Mutter Goth. Das ist, äh, relativ geil, weil ich dann zwischen Punk und Goth aufgewachsen bin, auch vom Stil her. Also ihr könnt, also ihr seht jetzt bei mir eine Glatze, das sah vor ein paar Jahren noch anders aus mit, äh, bis zum Arsch langen Haaren und, äh, teilweise Schwarzgefährt, schwarze Fingernäge. Also ich war wirklich eine Zeit lang richtig Goth-Emo und hast sie nicht gesehen, auch Metal-Phase und jetzt bin ich ganz normal, weil wegen Arbeit. Ich muss sogar Anzüge tragen. Oha. Aber das ist so. Arigata, achso. Ne, erzähl du. Arigata schreibt, ah ja, ob Jesus oder Satan seine Finger im Spiel hat, wird sich zeigen, ein Apfelbaum. Wenn der Fehlercode 666 im BIOS gezeigt wird, würde ich mir Sorgen machen. Äh, Markus, das Board hat leider keine Fehlercode-Ausgabe, sondern nur vier LEDs, bei welcher Initialisierung erhängen bleibt. Wenn die sechsmal blinken, kurz Pause machen und wieder sechsmal blinken, weißt du Bescheid. Ja. Äh. Ne, aber was ich gerade sagen wollte, ähm, Shit, ich hab's vergessen. Mist. Okay, dann lese ich mal weiter vor. Äh, der Apfelbaum schreibt, äh, Hihi, ach, oder Wicker, äh, gute Musikmischung und nicht das Mehl auf den Klamotten vergessen. Arigata schreibt, wat, der trägt jetzt Anzüge auf er Maloche? Ja, du kennst doch meinen, meinen Ständer im Schlafzimmer. Oh Gott. Okay, falsche Worte. Oh, nein. Er meint sein Kleiderständer im Schrank im Schlafzimmer oder so. Ja, genau, danke. Also, wir wollen jetzt mal hier Ah, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Hab ja vorhin erzählt, meine Mutter, äh, leitet ja so ein Gothic Alternative Shop, ne? Ähm, wenn du dir manchmal halt anguckst, was da für Menschen reinkommen, äh, äh, und was die sich kaufen, ne? Da kommt dann einer aus, aus einer Bank, ne? So ein richtiger Schniekerbanker und kauft sich die wildesten, äh, Gothic oder auch BDS, nicht irgendwie BDSM, aber Lack- und Leder-Sachen, ne? Das ist schon, äh, lustig manchmal. Ja. Stille Wässer sind tief, ne? Oder, äh, die kommen rein, äh, wir haben da, das ist einmal, wo da hab ich, äh, die Fresse offen gehabt. Äh, die verkaufen auf Corsagen und so und, äh, beraten dich auch da, ne? Kommt da eine Dame Mitte 40 oder so rein, richtig adrett, ne? Äh, als würde sie irgendwie aus dem Büro oder so kommen. Siehst gar nichts, hat lange Ärmel, lange, alles, ne? Dunkel, ne? Und dann fangen die da an, die Corsagen an zu, äh, auszuprobieren und ist sie bis zum Geht nicht mehr am ganzen Körper tätowiert. Mhm. Äh, das ist schon ganz witzig, ne? Äh, du kannst einen Menschen echt nicht nach dem Aussehen beurteilen. Arigata schreibt erst mal, äh, zwei Lach-Smilies, danach halt stopp. Nightflyer, ah, ja, Dentai, oh, Arigata, reich, Dentai, Moment, Arigata, genug Internet für heute, Apfelbaum, Shields of the Film, Wasteland. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Bitte, bitte, niemand klippt das, bitte, niemand. Boah, nein. Boah, bitte, aber dann wenigstens mit Subcontext, damit man versteht, worum es ging. Wir, 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 klippen einfach nur das mit dem Kleider, Ständer im Schlafzimmer, nee, Ständer im Schlafzimmer. Nein, 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 oh, 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 oh. Ich darf nie wieder was sagen, ich mute jetzt mein Mikrofon, so. Nee, aber du musst jetzt langsam, glaube ich, mal wieder anfangen, selber zu lesen, weil ich echt K.O. werde. Ariadna schreibt noch, ich bin schon dabei. Ach, ja, du, Ariadna, wieso machen wir das nicht ganz einfach? Der Marvin geht, du kommst in den Stream. Dental schreibt, es ging immer um Ständer. Immer, ja, da fehlten nur, immer nur um Ständer. Welche Ständer nur von Ariadna? Worte, die in den Ohren bluten, Apfel, Ja, pass auf, äh, Markus, hast du Teams offen? Wie keine Antwort kommt, weil der genau weiß, was ich will. Dann, äh, mach doch mal Teams auf. Lass mich raten, ich sage die Antwort voraus, äh, nope. Dann hat er keine Wahl. Er muss Teams aufmachen. Im Zweifel kommt, äh, Kai auf deinen Rechner und macht Teams auf. Nee, der ist, äh, was Skilllevel an IT angeht, genauso gut wie ich, glaub mir, der hat den, äh, Vooke noch abgeschätzt. Hahaha, Gegenvorschlag. Ich liege den Clip und gehe schlafen. Nee, nee, Gegenvorschlag. Du kommst jetzt in Teams rein, damit, äh, hier jemand schlafen gehen kann. Bitte. Kannst mir nicht mehr antun. Hahaha. Wir haben noch einen Laptop zu autopsieren. Ah, gut, autopsieren ist jetzt falsch gesagt, weil er lebt ja noch, aber, zu reinigen. Yes. Zu entkoffinieren. Hahaha, der ist gut. So, ich glaube, wir haben den Rechner wieder zum Leben erweckt. Äh, jetzt sind die letzten Schrauben hier rein, dann kann ich ihn anschießen lassen, dann lasse ich, äh, den auf Stock erst mal und dann lasse ich, während wir den Laptop reinigen, einen Dauerbenchmark laufen. Ich hoffe einfach, dass der nicht abschließt. Äh, Arigata, hier soll auch ein harter Arbeiter der öffentlichen Ordnung schlafen gehen. Hahaha. Ah, ja. Nightflyer lebt noch der Läppi. Ja, ja, er lebt, ach so. Apfelbaum via YouTube. Gut, aber ich würde mich jetzt für heute Abend, äh, verziehen. Ich, äh, bedanke mich, dass ich, äh, Teil des Streams sein durfte und hoffe, dass es auch noch mal wieder vorkommt. Sobald ich jetzt weg bin, werden die Zuschauerzahlen auch wieder höher gehen. Ähm, und ich wünsche sowohl dem Chat eine traumhafte gute Nacht als auch dem Kai, äh, und viel Erfolg weiterhin beim Basteln. Danke, danke. Und bis, ja, entweder morgen oder die Tage. So, dann wünsche ich dir auch eine angenehme Nacht noch. Jo, danke. Tschüss. Adieu. Da lässt er uns einfach alleine. Geht doch gar nicht. Das ist unverantwortlich. Das Einzige Schöne ist, jetzt kann ich die Kopfhörer rausziehen. Mögen die Kiss und Flauschi sein? Ja, definitiv. Da freue ich mich auch nachher. Ah, das war so klar. Das war so klar, dass du das jetzt faustest. Ich dachte, wir sind Freunde. Das kann doch nicht sein. Geht's blöd? Oh, ich hab den Dreckgehäuse gar nicht richtig zu. Das ist gar nicht eingerastet. Das Lustige ist, er ist jetzt tatsächlich gegangen und die Zuschauerzahl ist auf 10 hochgegangen. Aber wahrscheinlich, weil er jetzt irgendein Gerät angemacht hat, damit er noch zum Einschlafen uns gucken kann, weil er ohne meine Stimme nicht einschlafen kann. So, wir haben ihn gleich wieder fertig und zu. Wir sind fast soweit. Dann dürfen wir beides noch mal schnell einstellen. Er drückt mal jetzt nicht auf F5. So, haben wir jetzt das ist alles dran, das ist dran, das ist zu. Und wir machen es jetzt mal so, wie es sich gehört. Bevor wir den Rechner ganz ganz zu machen, wird er einmal angemacht. So. Komm her, USB. Nehmen wir noch ein Netzwerk, wofür wir ja auch ewig gekämpft haben, dass das funktioniert. Und er ist an. Und er leuchtet rot. Jetzt drehe ich den einmal so. holen wir die Tastatur wieder hoch und hoffe, wenn wir jetzt hier drauf schalten, muss wir gleich ein Signal bekommen. So, Glober zu schreiben. ich bin gerade noch am Rechner und switche jetzt auf mein Tablet. Ja, siehst du, wie ich gesagt habe, du kannst nicht ohne meine Stimme einschlafen. mit dem Kamel kurz halbwegs ordentlich kriegen. Was sagen jetzt die LEDs? VGA? Ah, da kommt er. wieder bootet straight into Windows. Natürlich jetzt ohne, dass wir die BIOS-Einschaffung haben, wieder anpassen können. Ich zeige. Apfelbaumpizza, Rambo, blaues Licht. Es ist blaues Licht und was tut es, es leuchtet blau. So, dann booten wir das Ganze doch mal schnell wieder ins BIOS oder ins UEFI und machen erstmal wenigstens die Grundeinstellungen und dann lassen wir die Benchmark weiterlaufen und in der Zeit, während die Benchmark in der Dauerscheife läuft, zerlegen wir den Laptop meiner Mutter, reinigen ihn und hoffen, dass er nach der Reinigung eigentlich wieder läuft. Habe ich schon gesagt, dass ich zertifizierter Lenovo-Techniker bin? Nur so am Rande. Also in der Regel dürfte er nicht kaputt gehen. Wenn doch, gebe ich mein Zertifikat freiwillig ab. So. 0,49 passt nicht. Wir haben 1 Uhr 7. Näh. Und der 9. 5. Passt aber immerhin. Ach, die Leertaste ist auch rausgegangen. Schiede. Die war bei der Tastatur immer so ein Krampf. Oh nein, jetzt ist sie mir ganz raus. Nein. Oh. Shit. RIP. RIP-Tastatur. Ich habe keine Spacebar heute mehr. Das tue ich mir jetzt nicht an, die wieder rein zu krimeln. Ach Gott. Ich hasse es. Vielleicht, weil sich das Board verschluckt, 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 schluckauf gehabt hat. Okay. Ich muss mir echt das Tablet glaube ich näher anholen. Es ist echt hart, was da hinten zu lesen. So. Nein, nein. Übertakten wollen wir nicht. Lass das mal auf 100 MHz erstmal. So. XMP. Profile 1. Advanced Metal. Da ist alles richtig. Da auch. Da auch. Da auch. Dann können wir hier mal, nee, nicht Q-Flash, Smart Fan. Können wir mal kurz hier CPU-Fan. Fanspeed Control. Wir machen einfach mal Silent. Die ist zwar dann trotzdem sehr aggressiv, aber naja, so. CPU-Lüfter ist PWM. Und Fanstop wollen wir definitiv nicht. Und Fan1 wollen wir hier Fullspeed. CPU-Voltage. Apply to. Alles bis auf CPU. So. Jetzt leuchtet der auch richtig rot. So. Ähm. Dentai. Ich habe mir bei dem Satz gerade weh getan. Okay. Ich komme gerade echt nicht mehr mit. So. Ähm. B-b-b-b-b-b-b-b-b. CSM disabled. Wir haben alles UE4. Secure Boot disabled. So muss das sein. Das disabled. Das auf das. RGB Fusion. Hat mir ja gesagt. Alles soll rot. Ach komm. Soll er doch leuchten, wenn er angeschlossen ist. So. Wir haben mehr als FIGI und Arbeitsspeicher. Den machen wir auf disable. 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 Self-Test. Opposition. Schöner. Controller. Only-Test. Diese Express Lens kann ich nicht einstellen. RGB Fusion. Ich glaube, wir haben jetzt mehr Einstellungen als vorher. Fällt mir mal gerade so auf nach den ganzen BIOS-Updates. IOMMU. Enable. Disable. Oregata schreibt Technik-Forschung. Ich suche in Teams und wie sie sehen, sehen sie nix. Was? Sehr gut. Sie sind eingestellt. Top. Also versuchst du jetzt doch gerade mit zu joinen. Ja gut. Wenn du doch dazu kommst, dann rufe ich dich doch gerne an. Kleiner Umblick. Okay. Dann gucken wir doch mal, ob du dran gehst. Ja, ach nee. Du gehst ja dran. So, dann muss ich das ja freistellen, dass sich die anderen auch hören. Aber du müsstest nicht gesehen werden. Habe ich das recht? Ja, kannst die an sich zulassen. Okidoki. Ja, ich habe jemanden, der den Chat wieder lesen kann. Das konntest du nicht antun, dass ich mich da so am Verhaspeln war, ne? Also alle für die, die jetzt sich fragen, was passiert, das D, den ihr hört, das ist Arigata 9 oder kurz Markus. So. Haben wir denn jetzt hier alles im BIOS? Ja, safe and exit. Das heißt, wir haben jetzt theoretisch eigentlich alles für Mac OS X schon vorbereitet und haben auch wieder die Standardsachen für Windows. Alter Schwede, muss ich jetzt hier morgen aufräumen. Das geht auf keine Kuhhaut mehr, das wir hier heute fabrizieren. Der Mirov schreibt gerade, kennt sich hier zufällig jemand mit dem X79-Chipsatz aus. Ganz grob. Also ich jedenfalls ganz grob. Ansonsten zur Not gerne auch immer Forum benutzen, wird erstellen. Ich weiß nicht, ist das hier irgendwie verlinkt? Äh, was meinst du mit verlinkt? Das Forum. Äh, nee, noch nicht. So weit war ich mit der Kanaleinrichtung noch nicht, weil ich auf meinen Grafiker warte, dass die mir schöne Sachen basteln. Aha. Müssen wir auch die Scheibe drauf machen, weil die ich gerade gegen meinen Stuhl gebongt habe und fast wahrscheinlich kaputt gemacht habe, so wie ich heute mein Glück einschätze. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn die in 1000 Teile zersprungen wäre. Yippiei. Rechner schnell zumachen. So, auf welcher Ansicht habt ihr jetzt eigentlich gerade? Ah, ihr seht schon den Rechner wieder, genau. So, dann können wir mal hier schnell AI da anmachen. Und direkt mal gucken, was die Benchmark sagt und ob er sich wieder abschaltet. Auf den Thread reagiert niemand. Okay. Okay, pass auf, dann hast du jetzt offiziell die Erlaubnis, deinen Thread hier einmal reinzuposten und alle, die hier sind, sollen sich den doch bitte mal angucken und wenn sie antworten können oder helfen können, ähm, ausführen. Oh, guck mal, ähm, AIDA, sagt mir gerade tatsächlich, wann das, äh, mit welchen Werten, ähm, der Test abgebrochen worden ist. Und zwar, nach sieben Minuten mit tatsächlich 91 Reif, wir haben tatsächlich TJ Maxx erreicht gehabt. Oh, oh. Ja, gut. Dann wollen wir jetzt mal gucken, wir starten den Test erneut. So, und hoffen, dass das jetzt nicht nochmal passiert. So, jetzt ist der Rechner wieder zu. Jetzt packen wir die Tastatur mal hier hin und hoffen, dass sie nicht wieder runterfällt und holen uns endlich das Yoga hier rüber. Yay. Gott, ihr hättet sehen, das war heute, leider kann ich WhatsApp definitiv nicht in Twitch hier zeigen, aber das war das erste Mal, dass meine Mutter am Verzweifeln war. Also, ich hab schon wahrscheinlich meine Mutter viele graue Haare gekostet, aber die wollte vor mir vor Knien fallen, weil sie genau weiß, dass ich sie angehalten habe, sehr ordentlich mit diesem Gerät umzugehen, weil davor hatte sie innerhalb von einem Jahr sechs oder sieben verschiedene rechter Schrägig Laptops. Und die wurde etwas sauer. Jetzt hat sie den vier Jahre und auf einmal läuft da Kaffee drüber. Aber gut. Ist ja erstmal nichts Schlimmes. Das läuft bestimmt durch den Koffein erstmal vielleicht ein Gigahertz besser. Ich war gerade wirklich sehr überrascht, als wir das Akku nochmal angeschlossen haben. Und ach so, ja, ich sollte vielleicht die Kamera mal wechseln. Man sieht gerade keinen Chat, deswegen ist das egal. Deswegen machen wir das jetzt. War das das? Yes. Nicht wundern, Markus, man sieht gerade deine Teams-Seite. Aber ja, solange du keine Backcam anmachst, ist alles okay. Ach, egal. Sonst müsste ich jetzt rüber gehen und die Szene wieder umbasteln. Ach, alles kein Problem. Das Akku habe ich jetzt sauber gemacht. Jetzt tue ich mir mit Absicht die Schrauben wieder dahin, wo sie hingehören würden, damit ich sie gleich nicht durcheinanderbringe. Weil wir werden heute einige Schrauben aus diesem Gerät rausholen. Schade ist, all das hier oben von diesem Akku ist einfach nur Plastik und anstelle ist als Akku zu nutzen. Unser Laptop hat leider mit einem frischen Akku nur drei Stunden Ladung. Der könnte wahrscheinlich sechs bis acht Stunden Ladung haben. Hätten sie nicht am Akku gespart. Aber hier merkt man einen Unterschied. Es ist zwar ein Yoga, aber es ist halt kein Thinkpad-Yoga und irgendwo sparen sie. Man sieht sogar hier auf den Sticker noch Kaffee. Beste. Jikes. Lebe. Weil meine Mutter trinkt Zucker einfach. Das ist natürlich weil Zucker Kaffee drin ist und das lebt es. Noch welchen Connector hat den Lenovo hier verbastelt dich. Kein Zug, kein Druck. Das. Oh Gott, das wird schön. Wir machen erstmal hier weiter sauber. Ich weiß nicht, ob ich direkt mit dem Isopropanol anfangen soll oder erst noch weiter mit Windex hier versuchen soll zu retten. In der Theorie könnte ich eigentlich jetzt wirklich just for fun testen. Dadurch dass jetzt alles trocken ist, wir wissen, was er angeht, ob einfach nur die Tastatur noch geht. Man müsste jetzt eigentlich nicht den ganzen Laptop zu legen und reinigen. Die erste kann leider nicht helfen. mache mir mal den irgendwo gerade irgendwo aufmachen. Markus kannst du mal reingucken und mir sagen worum es in den third geht. Unter Umständen könnte ich es hier gleich mal beantworten. Wenn ich jetzt richtig sehe ist das so ein LGA 2011 Dings Bombs. Ah okay. Da wäre jetzt ich weiß nicht ob der Alex also der DSM 2 gerade im third ist oder halt auch der Griven beide könnten da helfen wahrscheinlich ich weiß nicht Markus du könntest ja vielleicht mal versuchen den Wert zu involvieren bei der ganzen Geschichte ja ich wollte sowieso vielleicht mal nochmal im Dashboard hoch pushen dass der da mit reingucken kann weil der hat ja mit also auch ein x79 System also ich glaube ich werde jetzt einfach mal das Risiko eingehen weil das was ich an Kaffee gefunden habe und gesehen habe sich tatsächlich in Grenzen hält wenn ich das richtig gesehen habe scheint sich das durch das Trackpad durchgegangen zu sein nicht durch die Tastatur und das Akku und als ich transportiert hatte sich ein bisschen bewegt hat aber nicht massiv weil ich bin ganz ehrlich die Consumer Lenovo Laptops zu zerlegen ist halt wirklich eine Qual wollen sie dann danach zusammen zu bauen mal ob ich hier unter den Plastik Abdeckung was sehe also die könnte ich theoretisch eigentlich ausbauen also abreißen ja dass sie so schlecht zusammen zu bauen sind wieder bei den Yoga ist ja die normal also die Business Yoga also Pinkhead Yoga gehen eigentlich damit habe ich wenig Probleme das sind 24 bei den Yoga S1 und 29 bei den Yoga 12 also es geht aber hier würde ich wahrscheinlich ohne Probleme auf 60 70 Schrauben kommen das was ich definitiv mache weil wie gesagt der Laptop ist ich werde jetzt einmal den CPU Lüfter anheben frische Wärmeleipass drauf machen das ist so nutze ich ja immer mal die müsste jetzt hier drunter steinhart sein denke ich mal und vielleicht einmal den Lüfter öffnen ich habe jetzt mal den Thread mal vom Mirov angeguckt das Ding bleibt in der letzten Zeile tatsächlich bei irgendwas mit dem RTC stehen scheint er in der Form vielleicht auch mit von diesem RTC scheiß betroffen zu sein achso er nutzt OpenCore weiß ich nicht ok ähm Miro welchen Bootorder nutzt du guck der DSM war ja schon mal da drin involviert ok Anfang April so also ich habe jetzt hier diese Schutzfolie mal abgezogen und auf der Seite sieht man so grundsätzlich nicht viel aber wenn man auf der Klebeseite guckt kann man sehr gut sehen ob da Kaffee zwischen kommen ist und hier an einer Ecke der Verfärbung ist hier oben aber wenn ich hier drüber fühle ist da nichts hingekommen dieses Ding muss nicht zwangsweise in einem Laptop drin sein ich tue das jetzt auch weg weil wieder drauf kleben ist brutal was ich jetzt mache ist definitiv einmal cpu reinigen und dann würde ich wahrscheinlich das akku jetzt tatsächlich noch mal einbauen und den laptop einmal richtig zu machen und testen und gucken was geht was nicht geht und ob wir tatsächlich uns die mühe machen müssen tiefer rein zu gehen oder nicht weißt das ist eigentlich gegen das was ich vorhin gesagt habe aber ich weiß nicht ausnahmsweise fühle ich mich da mal nicht wohl dem zu zerlegen also nicht so weit hier ich hätte ich sollte die Handschuhe mit hier nehmen ich hole mir noch mal Handschuhe ja Apfelbaum die Kraka braucht man in dem Fall vielleicht nicht austauschen weil oder ich gehe jetzt nicht davon außer sei jetzt noch eine zweite rumliegen hat oder sowas und das Ding hat halt wirklich keine ARGPU welche XFX Kraka hat er denn was hat er eben geschrieben Bromber sehe ich jetzt hier gerade nicht wo steht mit dem anfangs beitrag XFXR X590 ähm ok ja das übrigens die RX Karten die sind waren früher die besten ATI Karten die du für einen Hententorsch haben konntest und jetzt sind es die schlimmsten RTC heißt aber eigentlich eher was mit BIOS ja aber wenn der ja Clover nutzt dann gibt es da ja meine ich ja auch einen Fix Haken für genau wobei dieser RTE fix RTC fix machen eigentlich dafür ist dass nachdem du Neustart so runter fährst dein BIOS nicht resettet wird ähm deswegen ist das ähm wie viele Kerne hat die CPU hatte ich nicht gerade noch den Insel arg offen das ist ein 6 Kerner ne das ist äh Anzahl der Kerne 6 das ist ein 6 Kerner Voodoo Testsync Keks mal probieren würde mir da jetzt erstmal direkt bei einfallen kann man auch mit Sicherheit ganz supi im Keks Updater von Sascha unser Laden müsste unten rechts in der Ecke dann sein wenn du Download Manager bist da verstehe ich auch nicht wieso manchmal in Laptops 10 Tonnen Wärmeleitpaste drin sind ne ich verstehe auch manchmal nicht warum in manchen Laptops einfach so 0,5 Milligramm drin sind so wie meinem X240 ne beim X240 das hab ich doch ausgetauscht gehabt ne die hab ich gemacht das ist nicht damals als wir die gekauft hatten so Erklärung wir haben damals unsere Lenovo ThinkPaste X240 gemeinsam gekauft die gab's im Doppelpack ja ja das darf man auch keinem erzählen echt sonst wird man sauer ja oder neidisch oder ich weiß nicht wichtig ist wenn du sowas in Laptops macht ihr dürft nie vergessen in Laptops haben CPUs kein Heat Straddle das heißt ihr habt den Direct Die nennt sich das muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein weil da kann noch vieles direkt mit kaputt machen und ich brauche definitiv bei der CPU gutes und das auch noch eine RX 590 mit BIOS Flash eigentlich glaube ich nicht machen bei der ich habe das jetzt eher so verstanden dass die schon BIOS Flash hat das war der Voodoo TSC Sync Mirov wir scheiden uns jetzt mit einem Box Kühler auf 86 87 Grad zu fixieren das ist doch schon mal gut also da haben wir tatsächlich gerade ein Kühlungsproblem mit der Wacky gehabt was zu 99,9% an den verwendeten Lüftern hängen wird das heißt hier müssen wir jetzt oder müsste ich mal überlegen ob ich die Tage einfach die Kühler aus meinem Rechner ausbaue oh nein ich habe nichts gesagt oh nee war nur Screensaver ups Panik direkt wieder ob ich die halt ausbaue die Wacky hier wieder einbaue weil wie gesagt die ist ziemlich effektiv ihren Preis Markus hat die zum ich auch in seinen Rechner drin Tatsache und ja müsste ich mal gucken überlegen oder ich wirklich mal frage im forum ob man nicht interesse hatte aus jesus ein community projekt zu machen wie gesagt das ist ja ein rechner den ich jetzt spezifisch auch für die community gekauft habe für euch da content auch spezifisch zu machen können ob da nicht vielleicht man als community zusammenlegen möchte ich weiß ja dass das schon mal geklappt hat zwar damit das spenden pc für die letzte hackcon davor gab es auch schon mal ein spenden PC aber ein community pc deswegen gucken so die cpu ist jetzt auf jeden fall super sauber so möchte ich das sehen mein müllhaufen hier an der ecke auf der anderen seite zisches wird immer größer so haben wir hier noch und das ist der grund wieso ich handschuhe trage lieber bei sowas weil man hat automatisch überall wärme leid passt an die kriege man natürlich von der haut ich glaube ich gewöhne mir das auch echt jetzt fürs privatleben an das zu machen das ist echt geil ich habe das mit alkohol auch ohne handschuhen aber die hände werden trocken pürös rissig ich wusste ich heute definitiv mehrfach die offen und ohne finger haben werde war das jetzt eine gute idee so da ist wenn der passte die ich komischerweise mit den handschuhen nicht aufkriege so jetzt sehen dass ich tatsächlich mehr benutze weil es halt direct die ist und halt weitaus mehr imperfektionen drinnen jetzt bloß nicht verrutschen ja genau an diesem kühler alle kabel dran hängen jemanden der sich jetzt fragt ich hab ja vorhin gesagt über kreuz immer hier sind nur drei schrauben man geht dann ganz normal in dreiecks prinzip auch auf die fest man nur so ein bisschen aber nur drei hier ist ein 6200 also low power i5 aus der generation er wird tatsächlich nicht allzu heiß ja ich kenne den meinen t460 hat auch den 6200 100 uhr aber auch leider nicht so viel umf also ich finde jetzt nicht so schön aber für ein bisschen bilder und e-mail und office vollkommen ausreichend ja definitiv das geht definitiv ohne handschuhe besser ich denke mal wir machen jetzt noch den laptop heute fertig das fertig das jetzt auch durch den laptop test durch sind wenn wir für heute denke ich den stream beenden haben ja grundsätzlich das ziel erreicht wir haben den amd hackentosh aufgebaut wir haben ihn getestet wir haben ihn gequält wir haben unseren schock gehabt und ich kann unter umschreiben meiner mutter morgen den laptop wieder geben somit denke ich ist das bünn für alle und dann geht die planung soweit los dass ich anfange die amd spezies im forum zusammen zu treiben und den nächsten stream mit diesen rechner dann plane wie wir daraus einen hackentosh machen zwischenzeitlich werde ich definitiv auch mal die die mir heute für amd geschickt worden ist testen und vielleicht auch einfach mal selbst noch ein paar erfahrungen vorab sammeln wie gesagt was amd hackentosh angeht bin ich komplett wissenslos weil das letzte mal habe ich einen mit 10 15 6 da war da ein arm deathlon x2 noch normal scheiße ich weiß nicht mal wie rum der stromstecker drin war probieren geht lieber studieren nee das ist keine gute idee oh ja ich wollte gerade den stecker reinstecken obwohl er teilweise kontakt macht vibriert mein handy schreck sekunde hoch drei das lustige ist twitch hat mir jetzt auf mein privathandy gerade nochmal anmachen wollte ich nicht twitch hat mir gerade noch mal eine notification geschickt dass ich gerade live gegangen wäre haben wir gerade eine unterbrechung gehabt nicht bei mir oh 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 aida sagt mir warning hardware failure detected test stopp it weshalb wieso warum rum erst mal hier upsafe nämlich erst nachher jetzt ist natürlich blöd jetzt hatte ich hw empfunden ich bin offen jetzt sehe ich nicht was maximaltemperatur war wenn da 100 ist ich stelle mal noch eben die szene um dann können die anderen auch noch mit gucken was du gerade machst also ja ich versuche gerade ähm raus finde hat hier jetzt gerade gesagt test stoppet wegen hardware fehler ich mach mal kurz das bild dazu auf und hier oben war der das ich denke mal der war bei 95 grad so jetzt lasse ich den noch mal kurz abkühlen ich mach in der zwischenzeit schon mal hw info auf weil dann kann ich sehen war der einfach nur bei tj max also bei der temperatur wo der anfängt sich zu drosseln und dann war aber alles okay das wäre auch ein verhalten was ich beim box kühler tatsächlich erwarte wo habe ich sie hier start dann gucken wir noch mal was passiert und in der zwischenzeit mache ich die wieder an dann sehen wir alles und ich jetzt habe ich richtig er geht an hervorragend übrigens das lustige ist wäre der laptop kaputt gewesen ich habe herausgefunden dass dieses akku hätte auch in unseren x240 reingepasst das heißt ich hätte nicht beide akkus haben können die kriegst ja mittlerweile für günstig geld ja so hinterher geschmissen akkus ich möchte mein x240 definitiv noch aufrüsten und ausbauen so jetzt haben wir das display mal wieder richtig rum gemacht jetzt tun wir den mal hier hin jetzt ist mir wieder einer der lautsprecher rausgefallen das ist so weit der boden offen ist sind die lautsprecher los dann machen wir das ganze wieder an und ich weiß ihr könnt leider das display hier nicht sehen wir machen jetzt einfach den wieder wir machen den hier dann könnt ihr wenigstens so halbwegs was sehen und dann hoffe ich dass wir jetzt einfach oh doch die tastatur die wird hin sein knister knatsch knister knatsch knister knister knatsch ich mach mal ein notepad hier auf ok 5 7 8 9 die geht auch die scheint ich glaube die leertaste geht aber sie klebt nutztaste geht auch noch ja scheinbar scheinen alle tasten noch zu gehen lustigerweise aber ich glaube eine neue tastatur werden wir trotzdem brauchen touchback geht klicken vom touchback geht rechtsklick geht touchscreen geht ja wir werden das ding also definitiv noch zerlegen dürfen im stream und dann werden wir definitiv auch noch ein open core stick noch dran anschließen einmal müssen wir es dann wenigstens ausprobieren so jetzt werde ich natürlich mal testen funktioniert denn auch das aufladen wenn ich mal mein laptop das ladekabel klauen der hat das auf der seite ne yes jetzt peng laden tut er auch cool haben wir denn auch wlan wlan hat es auch überlebt und hat es auch überlebt cool dann haben wir ohne was zu tun ihn definitiv gerettet dann würde ich es erstmal so lassen bis zu dem punkt wo ich eine neue tastatur habe und ich bin zwar ein lieber sohn und helfe meine mutter sehr gerne aber die werde ich diesmal nicht bezahlen ich wurde angeschrieben so hier falls noch anpassen mit power color bios geflasht oder so damit man nicht über das xfx stolpert lenovo taste ab 30 oh zumindest für das l440 ich weiß das problem ist das hier ist einer der consumer thinkpads ähm nicht thinkpads consumer yogas das heißt die tastatur und das komplette palm rest ist ein ein ding also hier diese komplette oberfläche das heißt ich werde wahrscheinlich das ganze auch zusammen mit den touchpad kaufen müssen ich gehe davon aus dass yoga 500 für spezifisch dieses modell weil nämlich auch verschiedene mayboard revisionen dafür existieren äh da muss ich genau nach der fru nummer gucken äh aus erfahrung würde ich sagen 80 bis 120 euro und er ist neu genug wie gesagt das ist ein skylight skylight laptop er ist es wert noch gerettet zu werden definitiv und ähm ja ja mit so einem prozessor ja definitiv ne der ist ja definitiv noch gut genau vor allem den rechnen habe ich damals mit 80 schon mit 8 gigramen gekauft und ich weiß dass ich auch für 16 gigramen kriege also ein einzelmodul und dass das funktioniert das werde ich dann in was weiß ich 2-3 jahren einbauen und meine mutter wird dann immer noch happy sein also der wird wahrscheinlich bis zum endgültigen äh CPU-Tob bei meiner mutter verweilen hoffe ich jedenfalls gut ich gehe bei mir von einer bukom-Tastatur aus äh okay ich weiß jetzt gerade nicht was mit du meinst ne bei FAU ist das falsch bei FAUs müssen Nummern haben ähm okay äh ja wie gesagt ich muss mal gucken ich sehe zwar dass hier drunter ein Tastatur-Caddy ist aber das kann ich auch gerne mal kurz zeigen äh da müssen wir mal äh oh scheiße ist das heiß das und dann das man sieht dass hier die Tastatur mit diesen Plastik-Rivets äh fest ist das heißt man kann die eigentlich so nicht ausbauen die ist fest fest also ich muss definitiv ein komplettes Palmtop kaufen äh äh da komme ich nicht drum herum aber das ist äh eine Sache da kann sich Zukunft Sky morgen drum kümmern ich werde den Laptop jetzt mit Absicht aber erstmal auch noch äh so offen hier auf mein Regal legen ich kann das Ding weiter auswinsten und wir gucken jetzt noch mal wir sind jetzt gerade bei 88 Grad weiter steigend gehen wir davon einfach aus dass wir gerade tatsächlich maximal Hitze erreicht haben und dass der dann in die Drosselung gelaufen ist gucken wir mal ob das nochmal passiert pusten 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 nicht mit trinken weil ähm genau so ist das ja bei meiner Mutter heute passiert sie hat nicht die Kaffeetaste selbst rüber geschüttet sondern die hatten wohl irgendwie am gleich dann musste sie während des Trinkens husten spucken oder ich weiß nicht genau wie das passiert ich wollte es auch dann nicht mehr wissen ich hoffe sie hat draus gelernt ach super da kann sich auch Zukunftskai drum kümmern die Leertaste wieder einzuprimen ich glaube ich werde hier aber auf Dauer die mechanische durch eine Membrantastatur in der Ecke hier setzen es ist ein bisschen Overkillende Razer Black Widow 2013 hier liegen zu haben aber ehrlich gesagt habe ich auch keinen anderen Einsatzgebiet mehr achso der Tastaturanbieter via Amazon dann auch nur mit drei anstatt mehr Schrauben ja okay da bin ich ein bisschen biased wenn ich ein Lenovo repariere hole ich tatsächlich irgendeine Lenovo Teile wie gesagt ich habe halt auch den Vorteil dass ich durch meinen Beruf halt ein Servicevertrag mit Lenovo habe das heißt ich kann die direkt auch bei Lenovo bestellen so wir sind bei 88 Grad jetzt scheint es sich zu stabilisieren können wir uns aber nochmal mit dem Bild vergleichen packen wir das einfach mal so dahin das müsste jetzt dann um den Dreher da war etwas drüber denke mal bei 91 Grad oder so macht er das also du hast die besseren Mittel hast klingt auch ja ich bin da aber auch der Meinung selbst hätte ich sie nicht würde ich wahrscheinlich auf Ebay oder so mir original Lenovo Ersatzteile holen wenn möglich einfach weil ich auch schon Erfahrung mit nicht Original Bauteilen und China Bauteilen gemacht habe die dann mehr Schaden am Ende gemacht haben für den Fall dass man sich hinterher irgendwann mal entscheiden sollte das Ding auch weiter zu verkaufen unter Umständen kommt es immer sag ich mal gut an wenn du Original Ersatzteile verbaut hast und nicht irgendwelche Drittanbieterteile steigert hat auf jeden Fall mehr Wert hinterher als wenn du dann was aus China oder so nimmst ja vor allem auch der Garantie Aspekt wenn ich jetzt eine Tastatur bei Lenovo hole kriege ich auf diese Tastatur wieder ein Servicejahr und unter Umständen kriege ich wenn ich das Palmtop austausche vielleicht sogar auf den ganzen Laptop nochmal ein Jahr Service ist ein bisschen strange bei Lenovo weil je nachdem welches Teil du austauschst erneut das hat die Garantie deines Laptops oder deines Gerätes bei Servern ist das egal welches Gerät oder welches Bauteil austauscht selbst wenn du einfach nur einen RAM-Riegel kaufst dann kriegst du wieder ein Jahr Garantie auf den Server gut da hast du aber auch Servicepläne und Verträge hinter bei Laptops ist das je nach welches Bauteil ich glaube Logicboard definitiv Palmtop je nachdem wie viel in diesem Palmtop drin ist und ich glaube Display bei PCs weiß ich gar nicht weil PCs Verträge habe ich das letzte Mal vor keine Ahnung 10 Jahren gemanagt ich habe zwei dänische Tastaturen die würden dann ausgetauscht werden ich hoffe aber dass sie dann in Dänemark dann hergestellt worden sind und nicht das dänische Layout ich kann tatsächlich nur FAU gegen FAU tauschen das heißt wenn du eine dänische Tastatur hast dann hast du ja auch die FAU für die dänische Tastatur damit ist eine Seriennummer verbunden die muss ich angeben und dann kriege ich auch nur tatsächlich genau diese FAU zurück das heißt du würdest wieder zwei dänische Tastaturen bekommen und die Geräte müssen sich in den aktiven Service Cycle befinden das weiß ich ist bei ihm noch ne da oben liegt er jetzt aber wenn ich jetzt hier so ein L440 dahin bringe oder bitte das anmelde dann sagen die mir du ist nicht mehr ein Active Service Cycle da ist Ende in ihr Lände das Ganze habe ich mich auch für meinen X040 schon erst gedacht gehabt weil das ja an sich noch ein relativ aktuelles Gerät ist weil ich nämlich gerne das andere Touchpad haben möchte ich habe leider in den 240 das große Touchpad drin nicht mit den einzelnen Tasten habe gedacht ja komm tust du eine RMA einreichen dass das Touchpad kaputt ist weil die werden tatsächlich die drei Tasten automatisch ausgetauscht ja ich war ich war dann aber drei Wochen drei oder vier Wochen knapp über den Service Cycle drüber hinweg naja wir sind gerade mit den Dingern raus ja aber das fängt halt jetzt so langsam aber auch an dass die ganzen Haswell Dinger einfach alles bis einschließlich Broadwell Skylake ist jetzt die letzte niedrigste Generation die im Service Cycle ist ja end of geht jetzt alles langsam aber sicher end of life fängt jetzt bei uns auf der Arbeit auch an dass die dass die Haswell Maschinen einfach jetzt langsam zu alt werden und werden jetzt Ende des Jahres wahrscheinlich dann auch rausgeschmissen sind ja an sich gute Maschinen aber ja das ist ja der Grund wieso wir unsere ganzen Lenovo Thinkpads Yogas die S1 und S12 am nach und nach im Ausverkaufen sind intern und bald auch die ganzen E55 das ist ja vor allem jetzt was mich am meisten ärgert ich bin der letzte der jetzt auch einen Lenovo Vertrag hat und ich darf meinen Lenovo Vertrag nicht verlängern weil unsere Mutterfirma sagt ja nee wir wechseln nach Dell grundsätzlich meckere ich nicht weil das heißt ich kann ein neues Zertifikat machen das heißt ich kann dann auch ein Dell Service Zertifikat bekommen aber ich weiß nicht ich persönlich bin kein Dell Fan ich besitze ein Dell Laptop und super Geräte aber ich weiß nicht das ist für mich wie wie für manch andere Big Blue jemals IBM im Vergleich zu Apple so ich habe ihn jetzt zwischendurch mal auf 90 Grad springen sehen ich denke mal dass wir gerade nach 20 Minuten wahrscheinlich mal konstant über 90 Grad waren der das Ding abgebrochen hat also alles in Ordnung ich stoppe jetzt den Stability Test und würde jetzt tatsächlich einfach nochmal irgendeine Benchmark anwerfen und ich würde einfach sagen ich nehme mal diese Cazilla 4K Benchmark und lasse den jetzt mal richtig sterben man kann ja kaum XYZ Ersatzzelle auf Halde Halde seitens Livono aus Unternehmenssicht je nach Servicevertrag Netzteile haben wir auf Lager immer das heißt wenn wir einen Laptop bei Lenovo bestellen wir bestellen immer 4 bis 7 kriegen wir pro Laptop 2 oder 3 Netzteile je nachdem wie viele Laptops wir bestellen umso mehr Laptops wir bestellen umso mehr Netzteile kriegen wir mit dann Akkus sollten das Geräte sein mit Austausch und Akku kriegen wir immer 2 pro Gerät und je 5 Geräte kriegen wir ein Austausch Display also wir haben gewisse Teile immer auf Lager tatsächlich aber das hält sich in Grenzen vor allem jetzt nach den Zeiten haben wir auch schon vieles davon verbrauchen müssen ah cool man kann hier nicht nur 4K auswählen und der lässt mich auch tatsächlich nur 580 oder 720p auswählen dann würde ich das sagen quämen wir ihn mal mit einem 720p Testbench und gucken mal was der da für Punkt also ich erwarte nichts dank der Grafikkarte was mich aber gerade dazu bringt deine NVIDIA GeForce 740 die du hattest war die eigentlich auch noch Kepler basierend meine jetzt deine alte da fragst mich jetzt was die oder anders gefragt brauchte die damals unter macOS einen Webdriver ich hatte die glaube ich nie unter macOS unters Lauf versucht unters Laufen zu kriegen ok also ich hatte die auch jetzt schon seit Jahren nicht mehr gesehen die muss wahrscheinlich hier irgendwo in den tiefen weiten der elektronik teilen die Katze ist toll mach mal HDMI groß die Benchmark ist cool ich glaube Apfel beim Pizza du hast die ja heute empfohlen ich mag die jetzt schon danke oh ja darf ich die Benchmark oder was ja darf ich die Katze als Haustier haben oh ja my spiritual animal die ist nett ja komm die hat doch nur Hunger ja wenn du hungrig bist wirst du wieder zu Diva aber ähm dafür dass das eine 720p Benchmark ist läuft das Ding gerade relativ ok finde ich klar 12 bis 15 FPS ist nicht viel aber das ist ein cooler Benchmark die müsste ich mal vergleichsmäßig nachher mal in Ruhe auf meinem Rechner im 4K laufen lassen einfach mal damit ich einen Vergleichswert habe aber ich habe die halt noch nirgendwo ähm anders erwähnt gesehen deswegen würde mich mal interessieren wie ihr auf das Ding gekommen seid ist ja echt interessant weil wenn ich das richtig sehe macht ja auch viel Light Shader und hast du nicht gesehen was andere Benchmarks nicht machen ich denke das wird wahrscheinlich auch einfach hauptsächlich daran liegen dass sich andere Benchmark Tools mittlerweile gut etabliert haben und die ganzen Experten einfach auf die Werte von diesen Programmen einfach schon zu sehr vertrauen dass da sag ich mal so ja so kleinere Programme nenne ich jetzt als einfach mal ja sind halt Underdogs die haben das halt schwer sich da durchzusetzen was ich aber cool finde die Benchmark ist halt kostenfrei ist ja schon mal was und ja ich werde mir da auf jeden Fall bestimmt morgen mal gucken ob ich die auf irgendwelche Referenzen da im Netz zu finde weil sie von dem was die macht eigentlich ganz interessant aus was sie testet könnte vielleicht ein cool alternative zu future mark also 3d mark sein läufst du Anstellungen auch FullHD ist kein Thema oder wäre kein Thema damit aber die kriegst du unter macOSX nicht anzulaufen deswegen mache ich die Benchmarks auch direkt mit der weil ich ähnliche Benchmarks zusammen versuchen möchte unter OSX zu erstellen damit man sieht wo sind wir da sinnvoll die gibt ja auch so ein xml scheiß aus und die haben auch so eine liste cool also ich werde mir die auf jeden Fall mal genauer angucken also thread ist aktualisiert und Signatur bearbeitet okay ich will hoffen dass wir da auf jeden Fall helfen können wir haben jetzt 2 Uhr wir haben 7 Stunden gestreamt eine Stunde weniger als ich gedacht habe war auf jeden Fall echt gemütlicher Abend war cool dass wir heute so viele waren trotzdem einiges verpasst kannst ja morgen nachgucken also ich muss gleich tatsächlich den VOD löschen weil man hat leider mein Passwort gesehen im Stream ich habe es zwar schon geändert aber trotzdem muss ich den VOD löschen und die Aufnahme dann schneiden nachher deswegen denke ich den Stream wird man morgen Abend Sonntag wieder gucken können und ja ich bedanke mich bei einen die von Anfang oder lange Zeit dabei waren und ich hoffe es hat euch eigentlich Spaß macht wie gesagt das Format ist das was ich wahrscheinlich regelmäßig machen wir diese Bastel und Umspiel Streams und ich denke mal dass wir vielleicht ich gucke mal vielleicht kriegen wir morgen noch kurzfristiges hin wir haben immer noch den anderen Rechner wo wir OpenCore mitmachen wollen ich weiß nicht ob der Markus vielleicht morgen Lust hätte oder auch noch einen kurzen Stream zu machen wie auch immer ihr werdet es auf jeden Fall dann im Forum finden ich bedanke mich auf Willst du nicht Tschüss sagen Doch Kann ich auch gerne machen Dann auch von mir natürlich einen Tschüss und einen schönen Abend an euch alle Ciao Ciao Tschüss Vielen Dank.